Rettetag Nummer 2 Rettetag Nummer 3 Rettetag Nummer 3 Und da kommt der Raid von Wachsomatik Herzlich willkommen an alle Schön, dass ihr da seid Es geht los Rettetag Nummer 2 Eifelblitz Madame Yannick Vasa Hallöchen Der Flo mit dabei Der Röni Nico, Dankeschön Machen wir aber gerne Hammersbald mit dabei Rettetag Nummer 3 Rettetag Nummer 3 Rettetag Nummer 3 Fnick Hamburg Herzlich willkommen Und die Olle Nudel ist auch immer noch mit dabei Auch die herzlich willkommen Ironspeed, schön, dass du da bist. Flo Moinsen, Aussätziger, Brainpaint, Exterminate, Eschstille, Raptor, Raysday 2, genau so ist es. Und natürlich darf der neue Trailer auch für Raysday 2 nicht fehlen. Klaffer, Servus. Und natürlich schöne Grüße in die Eifel zurück, Landy ist auch da, Zero, auch dir herzlich willkommen. Ja, und wir starten jetzt gleich natürlich mit den Teamvorstellungen und vorher natürlich mit den Trailern zum Event. Und damit nochmal herzlich willkommen zum Finale des 48-Stunden-Spenden-Streams. Wir sind bei fast 6.500 Euro. Dankeschön schon mal dafür. Und wir legen los mit den Trailern. Viel Spaß dabei. Stell dir vor, du bist immer traurig. Stell dir vor, du kannst nicht aufhören zu denken. Stell dir vor, das ist alles, spürst du zur selben Zeit. Das ist schon für einen Erwachsenen nicht einfach. Dann stell dir jetzt vor, wie das für ein Kind oder einen Jugendlichen sein muss. Eine Depression wird nicht immer erkannt. Aber es gibt Hilfe. Also es ist so, dass drei Viertel der psychischen Erkrankungen eben schon im Kindes- und Jugendalter entstehen und Suizide in Deutschland mittlerweile bei Jugendlichen die zweithelfigste Todesursache darstellen. Und wir wollen mit unserem Programm da eben ansetzen und dem entgegenwirken, dass diese psychischen Erkrankungen so früh entstehen. Ich engagiere mich als Ehrenamtliche für Youth Aware of Mental Health, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Programm großflächig jungen Menschen helfen kann. Also die Ehrenamtlichen nehmen bei uns eine sehr zentrale Rolle in dem Programm ein, da eben dieses Programm durch zwei Ehrenamtliche in den Schulen durchgeführt wird. Und die Ehrenamtlichen bekommen eine einwöchentliche Schulung von uns, von zertifizierten Trainern und werden dabei auf die Situation in der Schulklasse und die Durchführung des Programms ausführlich geschult. Ja, ja, wir haben ein internationales Projekt mit hervorragenden wissenschaftlichen Ergebnissen. Die sind Reduktion von Suizidversuchen um 50 Prozent, Reduktion an Neuerkrankungen, an Depressionen um 30 Prozent. Das hat uns so überzeugt, dass wir gesagt haben, dieses tolle Programm müssen wir unbedingt nach Bayern holen. JAM richtet sich an Schülerinnen zwischen 13 und 17 Jahren und wird dementsprechend in Schulklassen ab der achten Jahrgangsstufe durchgeführt. Und das Programm läuft so ab, dass zwei Ehrenamtliche in eine Klasse gehen. Das ist einmal die Kursleitung und die Kursassistenz, die gemeinsam dieses Programm durchführen. Und es geht darum, spielerisch und über Diskussionen und Rollenspiele die Themen Depression und Krise zu thematisieren und mit den Jugendlichen darüber in den Austausch zu kommen. Ja, mentale Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Hier müssen wir als Gesellschaft ganz, ganz viel dazulernen. Mit unseren vielen Ehrenamtlichen wollen wir das Thema ein Stück weit in die Gesellschaft bringen und natürlich auch über die Schüler, die wir in den nächsten Jahren damit erreichen werden. Das ist ein Stück weit in die Gesellschaft. 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 Und dann muss die Gesellschaft damit um mit den Victoriaern zuPI und uns schon wieder malindustrie. girl kommt bei den такого transcendenten cheek implementieren und Bis zum nächsten Mal. 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 Hallo, sieht mich einer? Tag. Ist das jetzt an hier? Jetzt will ich dich aufbauen? Nein, es ist wirklich cool. Ich hatte ja so ungefähr 0,7 Sekunden des Träumfs. Oh, ähm, ja. Also, für alle Zuschauer da draußen, wer Sandmann ist auch endlich angekommen. So ein Arsch, ne? Was? Was? Ist das auf meinem Mund? Ist das auf meinem Mund? Habt ihr nicht nur Sachen? Oh, da kommt was rein, da kommt was rein, da kommt was rein. Habt ihr das jetzt gehört? Ich würde mal versuchen, jetzt zu euch zu springen. Wie war das nochmal? Mein Schatz. Wie geil, ich hab die noch vom Ziel abgeknallt. Jawohl. Ja. Nein, er spielt keinen Vorgeist mit dir. Ja, ist auch gut. Wie geil, ich hab die noch vom Ziel. und damit herzlich willkommen schön dass ihr da seid auf geht's natürlich ihr seid die geilsten also viel viel spaß jetzt natürlich beim finale die drei rennen stehen natürlich an die teamvorstellungen und dann lesen wir natürlich auch noch jede einzelne spende die reingekommen ist vor denn leider können wir bei better place nicht filtern und deswegen tun wir es natürlich im nachgang mit allen streamer zusammen schön dass ihr da seid herzlich willkommen an alle und ja jetzt würde ich sagen legen wir doch los oder so mit bis auch da wunderbar so ausgutzeichen dass sie doch nicht schon mal unterwegs ja auch dass wir jetzt gleich noch geben denn wir haben noch fünf tassen über so dass man natürlich dann auch dementsprechend fünf tassen verlosen alles muss raus hier alles muss raus gehen wir auf dem kirmes nächste fahrt geht auch rückwärts ja ich habe noch gar nicht den fahrern gesagt hat weil sie rückwärts strecken leichter auspacken dem ist natürlich nicht so oben sehen wir die ganze zeit die aktuelle tabelle dankeschön natürlich an die datentürtels die im hintergrund alles menschenmögliche gemacht haben um das ganze natürlich hier komplett perfekt auf die punkte genau und so weiter natürlich einzublenden zwei strafen haben wir verhängt die sind auch auf dem discord schon veröffentlicht und dann geht es natürlich auch direkt weiter stengewalter lüchen so man ist auch da genau habe ich ja schon begrüßt oh ja spa rückwärts das wäre was fnix hamburg was meinst du wenn ihr die urushone ballers ich glaube ich fühle das ja ich weiß ganz genau das krabbeum jetzt im hintergrund direkt die hände über den kopf zusammenschrei zu haben zusammen packt du siehst ja aus wie der frische morgentau du meinst hier diese komischen blubber blasen die auf dem die auf den pflanzen sind oder was ich habe das jetzt nicht ja die arbeit war nichts wildes also es war nichts wildes und es hat man feiert auf jeden fall ja die story kommt vielleicht gleich noch mal tom auch dir herzlich willkommen schwiegermonster ist auch der hallöchen also für diejenigen die es noch nicht wissen pp speed junkie ist mein vater fährt mit 73 jahren und das schwiegermonster was ich hier auf der plattform twitter umtreibt ist tatsächlich die mama von habe und damit natürlich auch meine schwiegermutter und da kommt die erste spenderein mehr von gronauer der zähler jawohl also vielen vielen dank gronauer saint für zehn euro vielen vielen lieben dank ihr habt schon mal ausrufezeichen tasse da geht schon mal was andere ist auch da hallo hallo ich in drache auch dir herzlich willkommen schön dass er da seid also ich würde sagen wir starten natürlich ganz charmant und natürlich wie gestern versprochen in umgekehrter reihenfolge und das sind die teams die gestern und heute natürlich schon unterwegs waren und wir starten mit den kollegen von wser bs racing blue also das hier der ford mustang pilotiert von tfsi von himbeere von jojo und von maestro haben wir hier natürlich auf dem kanal gestern schon gesehen auch liga 1 natürlich hier bei den kollegen von wser blue ausrufezeichen tasse also ihr drängelt aber ich wollte das erst nach den teamvorstellungen machen die welle bricht los tragt ihr euch schon mal ein tragt ihr euch schon mal ein könnte auf jeden fall schon mal mit anfangen tool im hintergrund ist auf jeden fall schon mal auf denn auch die herzlich willkommen und da kommt die nächste spende der 10er von der stille auch wir vielen vielen lieben dank dankeschön vielen vielen lieben dank mega 6481 euro 11 mega vielen vielen lieben dank gehen wir natürlich zu den kollegen und eg racing dankeschön für 100 bits gehen wir natürlich zu den kollegen die gestern ganz ganz spät vorgestellt worden sind natürlich ebenfalls hier das zweite team es sind die kollegen von bonsai racing team blau und zwar ist es der kollege kaisi der gif zwerg und das baum also auch die kollegen natürlich heute wieder mit am start und hoppel das ist total einfach einfach ausrufezeichen spende in den chat der aussätzliche hilf dir gerade dabei und da ist natürlich der linke zum spenden also jetzt ist genau der moment wo ihr schon mal schauen sollte der winter ist fast vorbei deswegen die sommerkleidung schon mal durchsuchen also ab zum schrank ja und vielleicht findet da doch noch mal ein euro stück oder zwei und haut den hier vielleicht für den guten zweck hier über den kanal wäre auf jeden fall eine geile sache und in dem fall machen wir natürlich während ihr gerade sucht ja im kleiderschrank machen wir natürlich weiter mit den kollegen von kartale wittler e-sports nummer zwei hier ist der mercedes benz amg mit flitschi mit hoshi mit casey mit maple also die vier kollegen ebenfalls hier mit dabei also freut mich natürlich dass die jungs ebenfalls mit am start sind und ich drücke natürlich allen teams die daumen also wir gehen gleich natürlich auch noch mal die tabelle durch im moment führt ja ruster racing squad hier vor dem finale das ganz an und wir drücken natürlich die daumen dass sie hier vielleicht auch den titel holen können natürlich auch hanser racing group nah dran will natürlich auch noch weiter nach vorne da bin ich mir sicher und da kommt die nächste spenderei von madame und von zero die 48 euro 89 und damit ist madame und zero auf jeden fall intim gerade denn es sind jetzt 6530 euro vielen vielen lieben dank ihr beiden vielen vielen lieben dank dankeschön vielen vielen lieben dank so also kwe haben wir vorgestellt wir machen weiter mit den kollegen von wolf racing also auch euch natürlich noch mal herzlich willkommen und da sind der kollege kaputniks mit dabei der kalle der fußbus der weiße hut der kampfzwerg und der alpha klaus also euch natürlich auch viel viel erfolg am zweiten racetrack am heutigen sonntag so also das war auf jeden fall wolf racing und wenn wir schon dabei sind andere teams vorzustellen dann stellen wir natürlich auch der asa team vor und euch natürlich auch schön dass ihr da seid kult wickel und landy so platz 35 schreibt lenni gerade rein man ist ja wieder gerade krabou metna so ist es dankeschön madame so suche prägt sich schon mal zu den tassen ein also das tool im hintergrund ist auf wer ausrufezeichen tasse reinschreiben möchte kann das auf jeden fall schon mal tun wir losen natürlich nach den teamvorstellungen erst aus in der nächsten szene wo wir uns natürlich auch die tabelle anschauen also sasa team ebenfalls mit dabei herzlich willkommen ja und tatsächlich passt natürlich gerade zu der spende von madame und zero denn das sind natürlich zwei von teg und aber erst mal kommt die nächste spende rein und das ist von anonym 30 euro vielen vielen lieben dank dankeschön für deine 30 euro für den guten zweck vielen 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 lieben ihr seid einfach die geilsten wir sind bei 6561 euro 23 v Ciao smarty auch hier herzlich willkommen so, von Hoppel waren die dann Hoppel, Dankeschön für die 30 Euro für diejenigen, die natürlich ihren Namen nicht als anonym, sondern angezeigt haben möchten einfach den öffentlichen Namen also den anderen Namen, den sehen wir nicht also den anderen Namen sehen wir nicht vorher aber den öffentlichen Namen da könnt ihr natürlich reinschreiben euren Namen und auch die öffentliche Nachricht, wir werden sie dann im Nachgang natürlich vorlesen und ja, da sind immer so nette Nachrichten drin, dass wir die natürlich nachher mit allen Streamern zusammen, mit den Moderatoren zusammen dann auch vorlesen werden Flo, wir sind noch nicht fertig und außerdem fast geträumt reicht noch nicht Flo wenn wir hier fertig sind, dann werde ich garantiert die Musik trillern da bin ich mir sicher, hoffe ich zumindest So, wir machen weiter mit den Kollegen von The Endurance Group gerade schon angekündigt als vom Hoppel die 30 Euro reingekommen sind und das sind die Kollegen Simply Blitzer dann natürlich Zero Treffnix Rindvieh und natürlich die erste Dame im Feld das ist Madame also herzlich willkommen natürlich auch an TG und Rindvieh Dankeschön für dein Abo vielen, vielen lieben Dank und da kommt direkt die nächste Spende rein und zwar von Neonlila Live vielen, vielen lieben Dank auch an dich Dankeschön für 5 Euro vielen, vielen lieben Dank so hat auf jeden Fall funktioniert mal im In- und Sommerwäsche gucken ich glaube, das wird der Standardspruch also Neonlila Live vielen, vielen lieben Dank für 5 Euro Dankeschön so machen wir natürlich direkt mit dem nächsten Team weiter da ist sie auch schon Neonlila Hallöchen vielen, vielen Dank so, Sarah ist auch da Hallöchen auch dir Fußbus ohne Tag davor dann löst es aus Fußbus so machen wir weiter mit den Kollegen Ne, machen wir nicht wir machen erstmal weiter mit der Spende von Raptor 20 Euro Dankeschön vielen, vielen lieben Dank Dankeschön Raptor vielen, vielen lieben Dank darum geht es ja auch nicht Madame tatsächlich um einen hohen Betrag oder ähnliches es geht nämlich darum dass wir es als Gemeinschaft tun ja und das ist einfach also ihr seid einfach die geilste Community die man sich vorstellen kann ja es ist einfach mega was wir hier auf die Beine stellen und nun mal als Information wir sind jetzt im fünften Spenden Stream und zeigt dieser Spendenstand heute 7.050 Euro an dann haben wir insgesamt als Community in den jeweiligen Spenden Stream 40.000 Euro für den guten Zweck gesammelt ja und das soll uns mal jemand nachmachen ja also das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und danke schön für 18,77 Euro auch Harre ist im ist im ist im Team gerade denn er hat es wieder gerade gemacht und ich spreche es gerade aus kommt die Spende von Vasa mit 1,05 Euro das ist geil das ist mega das ist mein Humor danke schön Vasa vielen vielen lieben Dank danke schön so Team Scandinavian Flick ebenfalls mit dabei während der Maple sein Prime Abo im 20. Monat hier raushaut also AK Jailbird dann haben wir den Arti Gteke und den Kollegen Rüssi und da kommt direkt die nächste Spende rein vielen vielen lieben Dank danke schön geht daraus an Knautschi für 10 Euro danke schön vielen vielen lieben Dank also auf jeden Fall das meistgenutzte Wort ist auf jeden Fall vielen Dank man kann es einfach nicht häufig genug sagen vielen vielen lieben Dank danke schön so aber da muss ich mal eben mal gucken war da irgendwas doppelt ne ne da war nix doppelt ne so warum geht die Seite jetzt hier nicht auf was ist hier los was soll das ne Vasa ja alle alle mit dabei ok also wollte nur nochmal einmal ganz kurz nachgeguckt haben nicht dass wir irgendjemanden übersehen so nein das meistgesagte wollte es natürlich kann auch sein könnte auch sein und wir machen weiter mit den Kollegen von Spartan Racing Team mit Tija King mit AJD Racing mit Centurio mit kennst du mich mit Green Beam und mit der nächsten Dame im Feld mit Melly hier mit der Zwieback-Säge es ist auch ihr Fahrzeug also auch euch herzlich willkommen und natürlich viel Erfolg im weiteren Verlauf im Moment an Position Nummer 21 in der Gesamtwertung ja und ich würde sagen direkt hinterher gelegt machen wir weiter mit den Kojoten und zwar das ist hier das Team Nummer 2 während Brain Pain hier die 100 Bits raushaut und danke für den Start des High Trades so also das sind die Kojoten Racing Club 2 das sind Sascha das ist Deep Tone das ist Jacint und Voudinho die werden hier das Fahrzeug pilotieren und ja ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen im Moment an Position Nummer 18 der Gesamtwertung die Lackierung von den Spartanen ist schon geil auf jeden Fall André gefällt mir auch Brain Pain Dankeschön für 100 Bits vielen vielen lieben Dank so machen wir direkt weiter Lumpi Servus Hallöchen lange nicht gelesen Golfmaus Dankeschön für weitere 100 Bits Dankeschön Gestrix Moinsen Hallöchen so und ich würde sagen natürlich White Planet E-Sport ist ebenfalls mit dabei das sind die Kollegen hier symbolisch natürlich der BMW M6 von André von Redloop von Blackhawk von Sascha von Noctua und vom Kollegen Tom und der Lumpi mit dem Primarbo im vierten Monat vielen vielen lieben Dank da kommt direkt die nächste Spende rein die dunkle Seite hat zugeschlagen die dunkle Seite hat zugeschlagen mit 1,72 und vielen Dank für 200 Bits an Aussätzigen Dankeschön und die nächste Spende von 11,11 Euro von Eifelblitz Dankeschön vielen vielen lieben Dank ihr seid echt die geilsten also ich mag den Alert wenn wir irgendwann mal einen Alert haben der nicht so flusig flusig ja genau so fluffig ist dann werde ich bestimmt Albträume bekommen deswegen wir müssen Töne immer sehr sehr gut auswählen also Erinnerung an mich selber falls ich den Stream dann nochmal gucke Marcel zeigt bitte nochmal dein Bild ich zeige dir gerne nochmal mein Bild denn die Community hat mir ein Bild geschickt und ich sage auf jeden Fall vielen vielen lieben Dank das ist das Poster was ich erhalten habe am gestrigen Tag und der Dirk Schmidt 3,95 Euro vielen vielen lieben Dank und jeder denkt sich jetzt natürlich warum ist das so pixelig aber es sind tatsächlich alle eure Teamvorstellungen die zusammen dann einen Mercedes-Benz AMG ergeben also auf jeden Fall richtig richtig geile Überraschung gewesen ich habe mich gefreut mega kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz Dankeschön an jeden der natürlich daran beteiligt war vielen vielen lieben Dank so White Planet E-Sport hatten wir schon eingeblendet ne hatten wir White Planet E-Sport schon eingeblendet und ihr macht mich fertig hier kurz gefragt wie ist nochmal das Poster schwupp direkt CT kaputt gemacht ja so fängt das an so wir machen einfach nochmal hatten wir schon ich erinnere mich ich erinnere mich ich erinnere mich ja White Planet E-Sport hatten wir schon und wir machen direkt weiter mit den Kollegen von SpeedUp Motorsport herzlich willkommen willkommen natürlich auch an euch Mountain King Q Master und der Kollege Terra also euch natürlich auch viel Erfolg hier im weiteren Verlauf der Rennen Rennen 4 Rennen 5 und Rennen 6 werden wir ja gleich erleben in der Dreiviertelstunde geht das Ganze natürlich los also das die Kollegen von SpeedUp Motorsport und wer natürlich Events kennt der weiß natürlich auch Racing Team aus Friesland ist mit dabei und das sind diese Jungs also herzlich willkommen an Dodo an Langsy an Boy Bundy an Naras an Neo Faster und Mr. Freezy also zu 6 wird das Fahrzeug hier dementsprechend geteilt also RTO natürlich ebenfalls mit dabei genauso wie die Kollegen und Kolleginnen vom Schwesterteam was wir gerade schon hatten sind natürlich auch die WS Racing Jungs hier von mit dem genau ja jetzt jetzt ist er wirklich kaputt CT wurde schon kaputt vom Werk geliefert und ohne TÜV ja das ist korrekt das ist korrekt jetzt hat er mich kaputt gemacht wart ihr so herzlich willkommen natürlich auch an WS Racing Yellow schön dass ihr mit dabei seid und zwar Hyperblitz Kev Sander Tick und Vulkan also hier natürlich auch das nächste Mädel direkt mit an Bord und euch natürlich auch ganz ganz viel Erfolg im Moment auf Position Nummer 8 in der Gesamtwertung unterwegs die Tabelle schauen wir uns gleich natürlich in der nächsten Szene nochmal an gehen wir zum führenden Team was im Moment hier mit 358 Punkten vorne liegt und zwar sind sie auf jeden Fall rosa unterwegs und ich kriege immer Hunger wenn ich sie mir angucke Vasa Dankeschön für 30 Bits Dankeschön so viele Schildkröten an den Kopf bekommen Maple ja ich glaube ja und da kommt die nächste Spende rein von Pribe vielen vielen lieben Dank für 11,11 Euro Dankeschön ich muss erstmal gucken haben wir heute den 11.11 nee was hat dieses 11.11 was hat das zu bedeuten vielen vielen lieben Dank Pribe vielen vielen lieben Dank natürlich Dankeschön mega so machen wir weiter natürlich wie gerade angekündigt mit Rooster Racing Squad mit Lindes mit Eis mit Achim und mit Keule und ja ich bin auf jeden Fall gespannt ob sie den Tagessieg von gestern hier verteidigen können und das komplette Turnier gewinnen können werden wir jetzt gleich auf jeden Fall sehen Dankeschön für den Hype Train Erfolg vielen vielen lieben Dank und genau würde ich sagen direkt ab zum nächsten Team 57 Teams mit über 220 Fahrern sind mit dabei also richtig richtig geiles großes Event und die Rennen die wir gestern gesehen haben die machen auf jeden Fall richtig richtig Freude und da ist egal in welcher Lobby man unterwegs war Kev Hallöchen Moinsen und Iwilein auch dir herzlich willkommen ähm egal wo man zuschaut geile Rennen bis jetzt gesehen tatsächlich ein Rennen mal ein bisschen in die Hose gegangen weil ein bisschen kürzer war als geplant ähm was die Einstellungen anbelangt aber sowas ist natürlich gar kein Thema äh das ist natürlich menschlich dass da mal irgendwie irgendwas nicht so funktioniert wie es soll und äh auch in der Technik steckt man nicht drin das haben wir ja jetzt die letzten beiden Tage hier gesehen und äh ja ich hoffe dass nach den kompletten Updates mit allem drum und dran hier auch alles durchläuft also hier toi 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 ganz kurz mal auf Holz geklopft ansonsten sollte der Stream eventuell abschmieren dann äh wartet ganz kurz ich bin auf jeden Fall im Hintergrund direkt unterwegs und mach alles wieder neu so aber nichtsdestotrotz jetzt erstmal zum nächsten Team und das sind die Kollegen von Racing Point Force Technology 2 und zwar der Kollege Ray Space und der Kollege Mayer äh ein Stopper ging nicht Lenny zwei Stopper war angesagt auf Le Mans so also Racing Point Force Technology 2 Ray Space und Mayer hier mit dem schicken Jaguar unterwegs so machen wir direkt weiter mit RB Racing ebenfalls hier mit am Start allerdings suchen wir immer noch die Lackierung ja also gestern war die Lackierung auf jeden Fall schon mal irgendwo auf der Strecke aber RB Racing eins der Fahrzeuge werden wir gleich auf jeden Fall sehen trotzdem natürlich herzlich willkommen an Lukas und an Vermont herzlich willkommen an RB Racing schön dass ihr mit dabei seid so habe ich gemacht meine 10 Runden Lobby das ist korrekt Lenny das ist korrekt ich meine genau die 10 Runden Lobby und wir kommen natürlich zur Lackierung von Project Apex haben sich was ganz besonderes einfallen lassen deswegen jetzt hier die Teams auch direkt hintereinander und damit herzlich willkommen an Project Apex Green und zwar durchbreche die graue Wand und sieh das Positive dahinter das ist die Lackierung von Project Apex Project Apex Red mit Bullet mit Öti mit Sulrop und natürlich Green mit Dreizack Melman Riethelm und Dezent Drift also euch natürlich auch herzlich willkommen auf jeden Fall eine sehr sehr passende Lackierung zum Event von Mental Health Initiativ 48 Stunden sind wir unterwegs und ich habe auf jeden Fall viele Namen gelesen die tatsächlich weit über 30 Stunden mit dabei waren und vielen vielen Dank auf jeden Fall dass ihr mit dabei seid und das zu dem macht was es natürlich ist mega geiler Spenden Stream Dankeschön auf jeden Fall so fahren wir direkt weiter mit den Kollegen von PMP ein zusammengewürfelter Haufen so würde ich ihn einfach mal beschreiben und ja hier sind Don Maestro der Kollege Mephis der Kollege Popmiete und der Kollege Punketech also zu viert hier unterwegs symbolisch sehen wir den VW Beetle vom Kollegen Popmiete und Peter Hallöchen also PMP Racing das sind die vier Kollegen so machen wir direkt weiter mit dem nächsten Team was heute mit dabei ist und zwar sind es Petrol Heads Petrol Petrol Heads Racing Team hier im babyblauen Jaguar unterwegs sind Kamenlau und blutiger Honig also jeder drei Strecken auf jeden Fall die er hier absolvieren darf und da kommt die nächste Spende rein vielen vielen lieben Dank an das Team gerade eine 1,6 Euro also Team gerade wir sind wieder bei 6820 Nightwolf Fallöchen noch Motzloben das ist korrekt denn auch die Moderatoren hier im Hintergrund haben richtig viel zu tun und ganz ehrlich der die Arbeit hier vor der Kamera zu sitzen und zu quatschen ist nicht annähernd damit zu vergleichen was die Moderatoren im Hintergrund machen da habe ich hier auf jeden Fall den Launen Job da habe ich auf jeden Fall den Launen Job denn die ganzen Tabellen werden aktualisiert und so weiter das ist wirklich richtige Arbeit im Hintergrund und deswegen natürlich an jeden Moderator Dankeschön an jeden Datentürtel Dankeschön und natürlich am Bullit für die geilen für die geilen Videos auf jeden Fall richtig richtig geil geworden so also jetzt aber genug Lobeshymnen auf die Mannschaft im Hintergrund wir machen weiter mit den nächsten Kollegen und zwar sind das grüne kleine Bäume und damit ist es Bonsai Racing Grün also euch natürlich auch herzlich willkommen an Samer an Watt und an Hagebo also euch drei natürlich auch herzlich willkommen hier symbolisch die Viper natürlich auf dem Bild also Bonsai Racing Team Grün natürlich auch mit dabei und wo haben wir die Kollegen im Moment die nächsten wo treiben sie sich denn rum auf welcher Position also ich sehe zumindest nur die ersten 22 gerade wir gehen gleich nochmal komplett auf die Tabelle ein und das ist Nexus Racing Concept im Moment an Position Nummer 5 mit Menchine mit Nils mit Sonne mit Eddie mit Smoker und mit dem Kollegen Freak Also das auf jeden Fall Nexus Racing Concept und die geben natürlich Gas um hier noch weiter nach vorne zu kommen Punkt gleich mit Noller Racing zu denen wir gleich natürlich auch noch kommen aber vorher machen wir natürlich weiter mit den Kollegen von WS Racing Black und das ist die Supra von Hybrid Speech von Maxi von Otaku und von Pro RF Also das auf jeden Fall schon mal die Lackierung von WS Racing Black und euch natürlich auch ganz ganz viel Erfolg im Moment an Position Nummer 19 in der Gesamtwertung und wie gerade schon erwähnt Punkt gleich ist das Team Noller und ja Sekunde 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 Banner Tabelle aktualisieren jetzt mit so gerade eben schon erwähnt so ganz kurz den Banner oben aktualisiert denn Lendi hat recht das war die Tabelle ohne Strafen die sind natürlich jetzt schon eingetragen die Punkte sind natürlich jetzt berücksichtigt so also ich wollte gerade weitermachen da kommt der Sebotron um die Ecke von F1 Revolution und haut hier die 33 Euro 33 Euro haut er hier in den Pott und damit sind wir bei 6853 Euro Sebotron vielen vielen lieben Dank für 33 Euro Dankeschön so vielen vielen lieben Dank eine Frage bekomme ich ein Autogramm ich 20 Mark was mein Sebi line war gerade in der Sommerkleidung wirklich noch einen Mark gefunden dann haben wir ein Problem ich kann diesen Wunsch nicht erfüllen so also legen wir los natürlich mit den Kollegen Nolla ungleich mit Nexus Racing Concept und das sind Ai Ai Knutzen Sebi und der Kollege Turnschuhmann also hier symbolisch natürlich der Nissan GTR von den Kollegen Nolla Racing Team also euch natürlich auch ganz ganz viel Glück und wir springen direkt zum nächsten Team während gerade der Drachen Chaos Krieger das folgt alles vielen vielen lieben Dank ich hab noch 20 Mark in der Schublade guten Tag Drachen Chaos Krieger auch dir herzlich willkommen so also legen wir los mit dem nächsten Team das sind die Kollegen vom Team Nob und zwar mit Heartbreak mit Hoppel mit Jimmy mit Fila mit Querkus und dem Kollegen Toni also hier auch ebenfalls mit einem schicken Ford Mustang mit einem BMW M6 Endurance und mit einem Porsche 911 versehen also Team Nob euch natürlich auch herzlich willkommen schön dass ihr mit dabei seid und viel Erfolg natürlich in den nächsten drei Rennen so und juhu hallöchen füller hallöchen schacki so hallöchen brüderlein wird da so ist der bruder also daran chaos krieger ist der bruder von evie line glaube ich 50 mark noch irgendwo wer hat die scheine noch wer hat die d-mark scheine noch jimmy moinsen hallöchen so ob ich mir das merke ich werde es probieren ich werde es probieren also dann natürlich auch herzlich willkommen an dem bruder von evie line und wir machen weiter mit den kollegen von coyote racing club vier das ist green terrorist rap dann haben wir den sana und den kollegen temp so coyote racing club vier im moment auf position nummer neun in der gesamtwertung also auch da werden wir gleich natürlich noch kollegen hier auf dem kanal sehen so schöne grüße von felix motorsport ist auch da felix hallöchen auch dir herzlich willkommen juti mit am start gt7 hatte gestern geburtstag dann ist ja schön dass sie wenigst ein update gebracht haben so dass wir geburtstag feiern konnten gestern tatsächlich schon ein das ist ja die zeit ging auf jeden fall schnell rum während der raptor fanclub alexis auch da ist hallöchen machen wir natürlich weiter und wie ihr es gesehen habt im chat der aussätze hat gerade gepostet das ist die aktuelle tabelle falls er natürlich mal detailliert drauf gehen wollte mal genau schauen wollt dann noch zwei jahre dann läuft auch vernünftig so kurz brettere also ich hab da locker mal mit vier gerechnet bei gran turismo sport war auch nicht anders da war es auch nicht besser machen wir weiter mit den kollegen von kathalle wirklich e-sports 1 und zwar mit der gehört mit cali mero und mit dem kollegen tron hackbart und das war auf jeden fall kathalle wirklich e-sports nummer eins und wir machen direkt weiter und zwar damit mit der nächsten spende krabbum etna ist ja auf jeden fall der team ungerade 1 37 krabbum etna dankeschön für 1 euro 37 jeder euro zählt hier auf jeden fall auch wenn es gerade mit gerade und grund ungerade unterwegs ist ok aber vielen lieben dank auf jeden fall für die spende denn auch ungerade zahlen habe ich mir sagen lassen kommen natürlich bei mental health initiative an genauso wie die ungeraden zahlen die dann gespendet werden um wieder gerade zu machen also das auf jeden fall vielen vielen dank krabbum etna und das waren auf jeden fall die jungs von kwe und wir machen weiter mit den nlp pro piloten und das sind next level performance pro kurzi balu fan favorite und der kollege mazda und ich muss sagen die lackierung hat was oder irgendwie hat sie was also cyberpunk style natürlich klar gar keine frage erinnert mich sofort dran aber irgendwie schlicht aber trotzdem irgendwie ihr wisst was ich meine so also next level performance und falls das nicht wisst denkt euch einfach das was ich meine wir sind uns da schon einig oder so aussätzliche war so schnell mit der spende gleichzeitig mit privé hallöchen katzan auch dir herzlich willkommen schön dass du da bist und wir machen direkt weiter mit den kollegen von der moonshine crew also die moonshine crew ebenfalls mit am start der röni der sit der juti und der kollege novo euch natürlich auch herzlich willkommen hier beim spenden 48 stunden werden wir heute um 19 uhr voll haben und dann als bonus natürlich das vorlesen der jeweiligen spenden die reingekommen sind jede einzelne wird auf jeden fall von uns nochmal erwähnt so dass auf jeden fall die kollegen von der moonshine crew und da haut der brainpan direkt 100 bits raus vielen vielen lieben dank dankeschön einer der msc kollegen und wir gehen direkt zum nächsten team und zwar sind die kollegen von magic stars und da kommt gerade eben genau in dem moment die nächste spende rein also das hier ist magic stars racing akka hk gerit legit minko powder racer rat stando und der kollege scharki und ich sage natürlich auch an gt7 9 euro 99 vielen vielen lieben dank ja so wird der preis irgendwann sein gt7 9 euro 99 schreibt euch jetzt schon mal hinter der ohr an irgendwann im bonus wird sein so viel gut racing auch die hallöchen herzlich willkommen dankeschön vielen vielen dank für eure spenden dankeschön inklusive aller bugs 9 euro 99 ja das ist korrekt irgendwann wird es soweit sein und bis das soweit ist werden wir uns damit auf jeden fall noch rumärgern da bin ich mir auch sicher aber tatsächlich ganz am ende können wir also bis jetzt auch wenn es mal hier ein bisschen legge ist da mal vielleicht einer rausschlägt oder ähnliches können wir trotzdem ganz am ende immer richtig geile immer richtig geile rennen fahren und da kommt es natürlich auch darauf an spannung pur wir haben es gestern gesehen egal in welcher liga war unterwegs waren richtig geiles racing möglich und so soll es natürlich auch sein und das macht natürlich auch spaß hallöchen udc crew auch dir herzlich willkommen und wir machen weiter mit lefties und losties meets kurumi fanclub und das sind maxi king das sind no nickname das ist skywinger und der kollege quarry also zu viert hier lefties und losties unterwegs also euch natürlich auch viel erfolg im weiteren verlauf des der des spenden streams natürlich im weiteren verlauf der vierten bis sechsten rennen die wir gleich haben werden in liga 1 2 3 und 4 jeweils aufgeteilt und ja ich würde sagen dann gehen wir doch direkt zu den kollegen klabauter männer denn die sind auch mit dabei und zwar sind das die kollegen perpitum chaos und the acid freak hier im jaguar f-type und der bz im hintergrund also euch natürlich auch herzlich willkommen schön dass ihr mit dabei seid und man dann feiert auf jeden fall schon mal den rs1 der drauf war ja man dann ist auf jeden fall reno fan das leugnet sie tatsächlich auch nicht so also klabauter männer mit dabei und natürlich kw tv 2 darf nicht fehlen und das ist das nächste team was wir vorstellen und damit haben wir natürlich auch hier die kollegen kotzbär tv racing team mit dabei rocket normwitz und express teilen sich das team und hier sehen wir natürlich auch die drei fahrzeuge fürs racing team 2 und dankeschön für die nächste spende vielen vielen lieben dank von anonym mit zehn euro herzlichen dank an dich dankeschön vielen vielen lieben dank dankeschön mega einfach mega 6874 euro 36 der spendenstand dankeschön so habe schließlich sogar einen reno club gegründet dann ist das fan sein quasi noch ein bisschen mehr ne ist schon ein bisschen liebe mit dabei das spüre ich das spüre ich das kommt aus dem chat rüber madame so und bevor wir uns natürlich natürlich was auch fan sein bedeutet beim hsv natürlich ganz kurz angucken gehen wir aber natürlich an ganz kurz ganz kurz zum kleinen schlenker an fußball dran vorbei und machen natürlich die nächste team vorstellung und zwar racing und das unter der melodie für die nächste spende und damit vielen vielen lieben dank an multa 50 euro vielen vielen lieben dank 50 euro von multa 86 dankeschön vielen vielen lieben dank treffnicks hamburg das wusste ich da du drauf du drauf anspringt multa vielen vielen lieben dank für 50 euro dankeschön vielen vielen lieben dank und damit stehen wir fast vor den 7000 euro herzlichen dank wirklich dankeschön so evi line hatten renault clio und schwupp dem verpackt madame hier gleich also je nachdem wie zufrieden evi line ist so bin warm gefahren kann los gehen von mir aus aj racing ja warte noch ganz kurz wir machen die team vorstellung noch ne so team vorstellung und zwar von irc ok also das sind die nächsten kollegen die mit am start sind international racing crew hukiyama highway star danny und der kollege rosey also international racing crew hier unterwegs so wir müssen nämlich uns ein bisschen übereilen so wo habe ich denn jetzt hier ihr c da haben wir so also zeitlich haben wir nämlich hier nicht dass der ct hier wieder zeitplantechnisch alles sprengt denn um 15.15 starten wir natürlich so chacki hat auch zehn euro gespendet da gucken wir natürlich nach dankeschön das ist gar kein problem wenn das gleichzeitig kommen sollte ja anonym ist der 10er drin hast den namen leider nicht eingetragen aber schacki dankeschön für den 10er vielen vielen lieben dank ist vor drei minuten mit eingegangen dankeschön so und die nächste dame die wir mit dabei haben während der eifel man gerade mit dem raid rüber kommt gehen wir natürlich zur nächsten team vorstellung vielen vielen lieben dank für den raid und herzlich willkommen natürlich an infight team mit bvb joe mit frank dann mit der dame im feld mit infight sonne mit infight elvis mit madmax und mit dem kollegen nosch also euch auch herzlich willkommen schön dass ihr mit dabei seid und dankeschön eifelman für den raid herzlich willkommen von farming simulator 22 geht es jetzt auf die rennstrecke und schön dass ihr auf jeden fall da seid drunken panda auch dir herzlich willkommen schön dass du mit rüber gekommen bist und hartmut razer hu hu auch dir herzlich willkommen moin sind an feier guru schön dass ihr da seid herzlich willkommen zum 48 stunden spenden stream und wir befinden uns heute hier im finale die letzten drei rennen finden heute statt und dann gehen wir natürlich direkt richtung spenden vorlesen das hat tradition hier und das soll natürlich auch so bleiben fertig ihr farmer genau so unsere landwirte sind jetzt mit dabei und ich stelle euch das nächste rennteam vor es ist im pro motorsport mit fidelity mit tilo und mit skillet striker natürlich euch auch herzlich willkommen schön dass ihr mit dabei seid und wir springen direkt zu hanse racing group also im promoter sport im moment sehen wir sich im moment nicht aber die nächsten kollegen da kann ich euch auf jeden fall schon mal den platz verraten das sind die kollegen von hanse racing group im moment an position nummer zwei in der gesamtwertung nach tag eins und das wird noch ein heißer tanz denn project apex green die man natürlich schon vorgestellt haben 338 zu 340 punkten das wird eine ordentliche hausnummer und ich freue mich schon drauf machen wir weiter mit den kollegen von viel gut racing team nummer drei ebenfalls mit dabei bei rock stange volt misantropics mekka pecker gewürzgurke und chris king also viel gut racing 3 ebenfalls mit am start also euch natürlich auch herzlich willkommen und ganz ganz viel glück im weiteren verlauf im moment auf position nummer 13 in der gesamtwertung und wir gehen direkt zu den kollegen auf position nummer 22 in der gesamtwertung und zwar sind das gtp schwanenmafia mit dog mit der red mit frankie mit fuji mit polini und mit dem schwanenmann kamenlo moinzen hallöchen senila opi feuert natürlich erstmal im promotor sport an und ich sage natürlich gtp herzlich willkommen beim event wir machen direkt weiter mit der gt7 community und das sind die kollegen der stelle exterminate unreal mellow und der kollege fandam die schwanenmafia mit dem schwanenmann ja dann weißt du jetzt schon mal wer da die hosen an hat also wenn du damit irgendjemandem sprechen muss dann bestimmt mit ihm so gt7 community der stelle mit dabei dann haben wir exterminate unreal mellow und fandam wie gerade eben schon erwähnt und euch natürlich auch viel erfolg im weiteren verlauf gt7 community genauso dabei wie die kollegen ghostbuster und auch hier müssen wir natürlich ganz kurz mal das fahrzeug suchen ich glaube es ist oben rechts das grüne glaube es ist oben rechts das grüne in der zweiten reihe der vierte von rechts ihr seht ja ich glaubte dieser aber ich bin mir nicht ganz sicher aber herzlich willkommen natürlich an omikron an imoni und the flapper king hier beim event es ist wie kalüchen so f1 revolution nico wann kommen wir will ein foto machen ja dann würde ich sagen machen wir das doch gleich so dauert aber noch ein bisschen bis ihr dran seid vorher sind wir unterwegs mit den kojoten und zwar kojote racing club 3 mit mr g star media sind und mit little snake hier im nissan gtr kbtv ein team war auf jeden fall schon das zweite kommt und wir machen direkt wir haben ja vorhin das protein vorgestellt und wir machen jetzt natürlich weiter mit dem am team next level performance mit muldoza mit evo und mit tagesschau die drei teilen sich hier ebenfalls den schicken jaguar f-type so jestrix hat gesagt sah gut aus und da kommt die nächste spenderein der msc hsv pen das ist die zweite das ist die zweite spende brain pain das ist die zweite spende die es mit 18 87 gibt ja also dankeschön auf jeden fall für 18 euro 87 und wer sich jetzt denkt warum ist das so krumm er muss auf jeden fall mal auf die herzchen achten von treffnicks hamburg denn das ist das gründungsjahr und anonym mit 166 euro vielen vielen lieben dank dankeschön 166 euro sind hier zusammengekommen vielen vielen lieben dank immer davon aus dass das irgendeine team spende zusammen ist oder sowas also vielen vielen lieben dank lasst mich auf jeden fall wissen aber ansonsten natürlich anonym die familie hat wieder zugeschlagen sie gibt sie zwischendurch mal und vielen vielen lieben dank für 166 euro dankeschön vielen lieben dank 7 109 euro 23 über 7.100 euro und da kommt die nächste spenderein vom bonsai racing team 20 jahren vielen vielen lieben dank dankeschön auch an euch dankeschön vielen vielen lieben dank und damit können wir tatsächlich wir als community können zusammen uns auf die schulter klopfen denn wir haben die zahl von 40.000 euro über übertroffen dankeschön 40.000 euro für den guten zweck ihr seid die besten vielen 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 lieben dank ihr seid einfach die besten toni hallöchen also dann haben wir natürlich lmp am mit dabei und die restlichen kollegen damit wir natürlich noch auf die jeweilige tabelle schauen können machen wir jetzt ganz kurz mal eben an also da werden wir jetzt keinen übergang machen aber natürlich alle mit dabei haben und da gibt es die nächste spende von highway star benny dankeschön 20 euro vielen vielen lieben dank dankeschön auch an dich vielen vielen lieben dank vielen vielen lieben dank und tatsächlich jeder euro zählt ihr seht zwischendurch natürlich auch die einen oder anderen krummen beträge gar keine frage dankeschön dankeschön auf jeden fall für eure unterstützung vielen vielen lieben dank so und wir machen weiter mit den kollegen von gbb racing also gbb racing mit dem mercedes das sind anonymes voiler t psycho dad und der kollege quick arrow also hier der mercedes benz amg da kommt die nächste spenderein vielen vielen lieben dank an eifelman 3 euro 33 dankeschön vielen vielen lieben dank und von noctua zusätzlich nochmal die 12 bits dankeschön vielen vielen lieben dank ihr seid echt die geilsten ihr seid echt die besten also wenn irgendjemand früher also früher ist ja gut ja ich guck mal eben auf die tasse der erste spenden stream hat stattgefunden am vierten neunten bis sechsten neunten 2020 wenn mir da einer gesagt hätte hey ct du machst fünf fünf spenden streams mit den jungs und mädels die mit dabei sind als streamer und dass diese in anführungsstrichen schnappsidee auf der terrasse vom sandmann hinterher 40.000 euro für den guten zweck dabei rauskommen hätte ich gesagt nee ihr spinnt doch ja deswegen vielen vielen lieben dank und das können wir nur gemeinsam und dankeschön vielen lieben dank vielen vielen lieben dank so ich bin echt sprachlos muss ich sagen ein bisschen bisschen viel sogar so also machen wir weiter gbb hatten wir gerade machen wir weiter mit bonsai racing team orange mit aussätziger mit kate und mit dem kollegen drache also euch natürlich auch herzlich willkommen springen wir direkt zu kb tv team nummer eins und da kommt die nächste spende und ich sag vielen vielen dank an nilani dankeschön für 2 euro 44 und nilani ist auf jeden fall für team gerade würde ich sagen vielen 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 dank für 2 euro 44 dankeschön und damit bei 7155 euro dankeschön vielen vielen lieben dank mach mich dann mal fertig bis später natürlich die lobbies im hintergrund sind schon auf glaube ich also hoffe ich zumindest wo haben wir denn liga 1 da ist der kollege also lobby auf jeden fall auf einer fehlt auf jeden fall noch in liga 1 sehe ich gerade aber wir machen natürlich erstmal weiter mit den team vorstellungen und wir waren gerade stehen geblieben bei den kollegen von kbtv racing 1 mit eifelmann mit paintball mit tobi kenobi und dem kollegen nürburgring picks euch natürlich auch viel erfolg im weiteren volllauf hier und nachdem wir kbtv gesehen haben gehen wir weiter zu feel good racing nummer eins im moment in der gesamtwertung auf position nummer ich sehe sie gerade nicht wo sehe ich sie denn da sind sie auf position nummer 7 mit sim racing mit pin mit costa und mit dem kollegen allstar das sind die kollegen von feel good racing und nico jetzt kamera raus ja kamera raus denn herzlich willkommen auch an f1 revolution mit dem porsche der nico mit dabei sebotron mit dabei und der kollege halli also auch euch drei natürlich herzlich willkommen beim event weiterhin viel erfolg natürlich und wir machen weiter mit den kollegen von sitex racing performance auch wirklich richtig gute rennen abgeliefert an position nummer 12 und multa dankeschön für das abo im dritten monat vielen vielen lieben dank dankeschön so sitex racing performance natürlich hier ebenfalls mit dabei machen wir weiter mit den kollegen von bonsai racing rot und das sind american cop dann natürlich die nächste dame im feld das ist sara und der kollege dirk also zu dritt hier unterwegs für bonsai racing team rot und natürlich dürfen blauhaie nicht fehlen die blue sharks ebenfalls mit dabei und da kommt gerade die nächste spende rein vielen vielen lieben dank sage ich an flamehaze für 15 euro dankeschön vielen lieben dank auch für deine 15 euro für den guten zweck vielen vielen lieben dank flamehaze dankeschön vielen vielen lieben dank so gehen wir zurück zu blue sharks das sind die kollegen sonic gamer surf count alpinsins erstauntdurst und capoeira capoeira entschuldigung hier natürlich symbolisch der nissan gtr also blue sharks racing team hier mit fünf kollegen und kolleginnen unterwegs also von blue sharks gehen wir zu er crc team nummer eins auf position nummer 14 in der gesamtwertung und zwar die sie tommy gun und der kollege fanny auf euch herzlich willkommen natürlich und viel viel erfolg natürlich jetzt in den jeweiligen nächsten rennen genauso wie den kollegen came racing und zwar sind es papa joe der steffen und der kollege kette auch die zu dritt unterwegs und teilen sich hier die rennen auf so dann haben wir die kollegen von brt mit dabei brotkasten racing team mit masterchief und baby smile hier mit den mercedes benz amg wer macht liga vier andre der floh so gehen wir gleich aber noch drauf ein also brotkasten racing team hier an mit den beiden fahrer masterchief und baby smile dann haben wir viel gut racing 2 mit dabei mit asphalt mit enzo ferrari mit philipp dann haben wir online gonzo und den kollegen topiker und ich sag vielen vielen dank für die nächste spende dankeschön vielen vielen dank so ganz ehrlich da gucke ich sogar für nach ob da sagt pauli hinter steht oder nicht so hamburg ist braun weiß sagt speedart motorsport vielen vielen lieben dank mountain king dankeschön für die spende und tex racing performance haut noch mal 44 euro obendrauf dankeschön vielen dank natürlich an euch vielen dank ja zum glück leben wir hier fußballtechnisch das nicht aus deswegen wir mögen wir mögen uns auch auch wenn wir hsv-fan und der arne pauli-fan ist so seitex racing performance mit 44 euro vielen vielen lieben dank und wir kommen zum letzten team und das sind die kollegen von 15 racing mit senden mit john wickslayer mit menges mit hammersbald und dem kollegen sermato so also 15 racing ebenfalls mit dabei 19 euro 10 ist hamburg ist das ich fand den gut ich fand den guten vielen lieben dank natürlich auch nochmal an seitex racing dankeschön vielen vielen lieben dank so also das war auf jeden fall die team vorstellung und wir springen jetzt direkt richtung lobby denn die tabelle steht natürlich noch an und natürlich auch das auslosen der ersten tasse also ausrufe zeichen tasse in den chat wer mit dabei sein möchte ihr seht es ist schon prall gefüllt von gerade eben und da werden wir auf jeden fall jetzt als erstes die tasse natürlich verlosen also ausrufe zeichen tasse in den chat und für diejenigen die die noch nicht gesehen haben ich weiß natürlich ihr wart alle gestern mit dabei als ich sie gezeigt hat natürlich ja wenn jetzt jemand rein schreibt er hat die noch nicht gesehen dann das will ich nicht lesen doch das ist die tasse alle unsere spenden streams sind mit drauf das ist die tasse und ich sag mal so ja und ich sag mal so welche das sind meist so ja jetzt ganz genau da die mit dabei warst das ist die tasse die kommt dann natürlich zu euch nach hause geschickt und shaki mit dem ausruf zeichen davon also ausrufe zeichen tasse ist dass die tasse es entweder das ist die tasse durch noch mal zeigen ja hier die tasse ist das ja die hier ist das die verlosen war natürlich alex dankeschön für 100 bitz vielen lieben dank also haut rein in den tassen nicht haut rein in den tassen das heißt haut rein in die tassen und schreibt ausrufe zeichen tasse ja so meister kriegt noch ein abo geschenkt das erleben dann natürlich auch die mods im hintergrund sascha 9 sind auch die herzlich willkommen so was willst du mit einer tasse draus trinken vielleicht außerdem man kann nie genug tassen haben das ist wie bei den mädels ja man kann nie genug taschen und schuhe haben bist du in der lobby können wir mal gucken nö den jan sehe ich nicht in der lobby ist nicht sichtbar so vielleicht habe ich ja dann alle tassen im schrank habe joe das hilft auch nicht ich habe so viele tassen da die schon den tassen schrank die wir eigentlich haben den haben wir jetzt bei der neuen küche vergrößert damit die tassen da reinpassen ja und ich habe trotzdem immer noch nicht alle tassen am schrank also ist nicht dabei er kann leider nicht okay okay dann gibt es natürlich keinen ersatz das ist natürlich schade aber sind wir dann natürlich mit 13 kollegen unterwegs so jetzt erstmal natürlich wer bekommt die tasse wo geht es hin wer kriegt hier die tasse aber kleine frage kannst du hier machen man darf das nicht über den rand hinausschieben man darf es nicht klein machen dieses tool glaubt dieses tool macht mich auch fertig was meinen rechner jahren belang aber ist egal wir machen und zwar wer bekommt die tasse wer bekommt eine der zehn tassen es ist eifelblitz also eifelblitz bekommt die tasse zugeschickt viel spaß natürlich mit damit und genau viel spaß so adresse bitte einmal richtung habe bei dir weiß ich auf jeden fall du weißt wie man hase erreicht so also glückwunsch auf jeden fall das war auf jeden fall die erste tasse und ja wir machen das heute auf jeden fall noch viermal viermal auf jeden fall noch wir haben noch zwei stück auch mit schwarzem rand ich sag mal so dann gibt es nur zwei stück überhaupt weltweit mit schwarzem rand die verlosen war natürlich auch noch die anderen sind bis jetzt alle komplett weiß gewesen so also gehen wir natürlich jetzt zur tabelle und zwar ist das die tabelle des events nach tag nummer eins mit rooster racing squad an position nummer eins ausrufezeichen tabelle dann könnt ihr natürlich alle komplett noch mal nachlesen also das sind im moment die top 22 und da kommt die nächste spende rein und ich sage dankeschön an lady krawalkozukla 50 euro vielen vielen lieben dank dankeschön dankeschön vielen vielen lieben dank lady krawalkozukla dankeschön so ich habe schon so häufig gelesen aber ich kann es immer noch nicht aussprechen hätte sie da endlich mal was gewonnen wenn ich schon nicht im lotto gewinne eifelblitz dann hättest du allerdings schon porsche jetzt kriegst du eine tasse zugeschickt so also das natürlich die komplette tabelle ich blende sie euch ein von position nummer 22 wo wir gerade schwanmafia hatten dann im pro also alles noch sehr sehr eng beieinander f1 revolution auf 25 15 racing dann aber bonsai racing grün rot rpft und im moment gbb racing leider mit der roten laterne aber da drücken wir natürlich besonders die daumen da drücken wir besonders die daumen beim gbb racing und die tabelle gucken wir uns auf jeden fall zwischendurch dann auch noch mal an tatsächlich würde ich lieber 34 gtr davor kaufen ja oder den oder den wäre natürlich auch möglich so aber nichtsdestotrotz jetzt gehen wir natürlich erst mal rein und machen natürlich rennstart ist doch klar wir haben viertel nach es ist genau viertel nach wir sind mit der zeit genau wie gekommen auch wenn ja ich weiß auch wenn die teamvorstellungen ganz am ende etwas schneller wurden ich weiß es aber wir sind natürlich pünktlich unterwegs und damit steigen wir jetzt ein interlagos liga 1 hier auf dem kanal liga 2 wird übertragen beim korsi liga nummer 3 wird übertragen beim trip und liga nummer vier beim floh also viel spaß auf jeden fall und ja ihr merkt schon die gtsl riege ist mit dabei klar so und ich spende natürlich gleich auch noch alles das was wir eingenommen haben für einen guten zweck weil ihr merch gekauft habt oder natürlich auch die jeweiligen gtsl pokale und das geht natürlich gleich auch noch in den spenden topf das machen wir ganz am ende und allöchen peaches und ich würde sagen wir starten also auf geht's ohne der hier die pol hatte also holster jetzt von der polo unterwegs viel gut racing nummer eins und jetzt springen wir rein die de la creme die de la creme mit atlanta kommt zum schluss wenn du dazu sagst so und wir springen natürlich rein die letzten einstellungen und dann darf es losgehen also so alle kommen hier erst mal weg so backtechnisch sind wir komplett befreit olstar smoker melmann himbeere dann haben wir fanny dann haben wir so rob dann haben wir den kollegen roppe fox dann haben wir dann nicht dann aber chris dann aber kette vulkan flash immer boob und der kollege enzo ferrari also die dreizehn jetzt hier direkt unterwegs auf geht's feuerfreie attacke oh die ersten duelle die ersten duelle schon in kurve nummer eins hin wäre geht hier auf position nummer drei geht gerade eben dran vorbei melmann auf position nummer vier zurückgefallen hier für project apex und direkt dahinter geht es auch schon wieder rund so so rob an position nummer 6 unser host am heutigen tag vielleicht schon mal boob an position nummer 13 und das ist die nächste spende von zx mit 25 euro vielen vielen lieben dank so und ich liebe einfach das zu kommentieren also jetzt nicht mit nicht mit der spende sondern auch so also das auch aber tatsächlich ich mag es einfach ich krieg am start krieg gänsehaut ich weiß ganz genau wie die fahrer sich fühlen einfach mega und flash immer boob mit dem ausredsen das ist der abflug von flash immer boob für im promotor sport hier in liga nummer eins und zx dankeschön noch mal für 25 euro dankeschön so dann hier auf position nummer sieben hier sehen wir den nissan gtr dann haben natürlich den roppe fox mit dabei der christ darf natürlich nicht fehlen vulkan an position nummer 10 end zur ferrari an 11 dann haben wir den ketter an position nummer 12 dann haben wir den kollegen flash immer boob wir haben gerade drüber gesprochen da gab es den abflug hierbei im promotor sport von position nummer 13 gestartet bzw von position nummer 12 denn ei ist ja kurzfristig ausgefallen deswegen nur mit 13 kollegen hier direkt mit dabei allstar kann sich schon mal ein bisschen absetzen hinterlagos auf jeden fall eine strecke die extrem viel spaß macht ich finde sie hat einen unheimlich schönen flow ja ich weiß nicht wie sie ihr das hinterlagos tatsächlich finde ich kann man fahren ja geile red bull livery von wem die wohl ist lukas ich habe keine ahnung von wem die sein könnte du hast dich wirklich an mit moderatoren von 24 stunden rennen drachen chaos krieger so hatte nicht gekriegt ja so hat sie dem bruder herz gekriegt der hört sich genauso an wie oft war jetzt das wort natürlich in einem satz das kann ich dir nicht sagen exklusiv das ist mein ergänzungswort wo ich mache ja so legen wir los mailman an position nummer 4 sulrob an position nummer fünf also project apex hier direkt hintereinander und da gibt es natürlich auch direkt die bedrängnis richtung vs racing die sich gerade auf position nummer drei befinden so smoker an position nummer zwei bradwurst hat einen schöneren flow irinfie auf keinen fall also für mich nicht und da kommt die nächste spenderein von super mario auch super mario spielt dabei vorhin noch super mario kart gezockt und jetzt ist er hier schon im chat mit dabei und spendet 77 1336 58 23 58 vom kollegen super mario vielen vielen lieben dank vielen lieben dank noch smoker himbeere melmen so und da gab es gerade den platzwechsel hier mit fanny und mit danny also der gsxr fanny hier am position nummer sieben und frecher toni dankeschön für den follow vielen vielen lieben dank vulkan position nummer acht ja der muss natürlich jetzt ein bisschen ran er muss ein bisschen ran im moment ist auf position nummer acht aber die der abstand war schon etwas größer geworden also jetzt las fliegen hier rechts ist gast und wenn schnell geht es nicht schlimm hier ran rauben direkt und dann geht es direkt die mit dem duel richtung vulkan und grabo metten ist auf jeden fall schon wieder mit dem spendenstand total zufrieden denn er ist ungerade so roppe fox dann haben wir chris king leichte probleme hier bei kette gerade eben unterwegs hier mit dem porsche 911 kette für cmr unterwegs also für came racing hier unterwegs der kollege kette und flersche mabub für im promotor sport wie du bist hin bin ich hin bin ich hin warum bin ich hin hatte ich gucke noch mal auf mein kontrollbildschirm was was willst du mir sagen herr jürgen smoker himbeere melmen roppe fox und chris oben rechts im bild melmen an position nummer vier so direkt an position nummer fünf und ich bedanke mich bei 15 racing für 222 222 euro und 15 cent von 15 racing viel viel lieben dank dankeschön dankeschön vielen vielen lieben dank ans team dankeschön siebeneinhalb tausend euro über siebeneinhalb tausend euro ihr seid einfach die geilsten vielen vielen lieben dank dankeschön dann die an position nummer sechs vulkan direkt dahinter und fanny auf position nummer acht die ersten boxen stopps alle erstmal auf weich unterwegs also ersten stopps alle auf weich hier auf interlagos in liga nummer eins also die schnellsten nach der qualifikation wir haben 13 qualifikationen gemacht und ja da konnte man mehrfach daran teilnehmen und die schnellsten 14 sind hier in der lobby vertreten ei musste leider kurzfristig absagen so himbeere position nummer drei jetzt probiert das jetzt probiert das oben rechts immer roppe fox mit enzo ferrari mit kette warum ist diese pixel ich was ist denn dann pixel ich lukas du meinst die lackierung und roppe fox in klein delivery und wir können ja mal drauf gehen doch himbeere auf position nummer zwei smoker auf drei geile duell oder fängt schon wieder so an wie gestern fängt schon wieder so an wie gestern gucken wir mal ganz kurz hier die ist aber echt pixel ich ne die ist krumm lukas also egal was da passiert ist aber das ist tatsächlich ein schicker back denn tatsächlich oben sehen wir also beides ist der gleiche fahrzeug tatsächlich sehen wir sie oben im bild einfach deutlich schärfer so liegt nichts an meinem rechtsraten lukas alles gut alles gut so gehen wir direkt wieder zum feit hier um position nummer zwei der ort da denkt sich weiß ich lass sie ordentlich fliegen für viel gut racing wichtige punkte wenn ich das ding in ihr gewinnen und so eine lackierung habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen aber immer irgendwas neues ja immer irgendwas neues aber ich hätte den lukas jetzt so vorgaukeln können da ist alles in ordnung schaut euch die karawane im hintergrund an schaut sie euch an siebenkampf wenn du jetzt eine strafe hast bist du sechs plätze hinten bist du jetzt eine zwei sekunden strafe dann machen alle hier schön winke winke und sind weg ja winke winke gut bei nichts mehr mir vor mir fährt ein junges mädchen und so ne dann bist du direkt hinten roppe fox gegen kette auch das duell natürlich zu röbern fünf dann ihre position nummer sechs und die spende von holle drolle dankeschön für 50 euro vielen lieben dank dankeschön und eins muss ich auf jeden fall machen ich muss mir das größer machen ich kann es nicht lesen holle drolle dankeschön und auch tobacco dankeschön für 25 euro kam zusammen mit simply blitzer mitten 4,90 euro also da habt ihr alle gleichzeitig zugeschlagen simply blitzer tobacco vielen vielen lieben dank für eure spenden dankeschön vielen vielen lieben dank ihr seid echt die geilsten krabometner guckst du einmal auf die seite und macht auch einmal bitte in chat für tobacco und für simply blitzer super mario hatten wir ja für die racing und dann holle drolle vielen vielen lieben dank dankeschön noch fanny auf position nummer 7 kette auf 8 smoker auf position nummer 9 dann haben wir roppe fox an position nummer 10 enzo ferrari chris king und flash und hier natürlich ebenfalls genau so eine meute wie rund um position nummer zwei bis sechs gibt hier natürlich auch von position nummer 9 bis position nummer 12 flash und buch war schon mal an der box rosé hallöchen servus maestro bekommt eins per zufall also beziehungsweise wenn er sagt es ist per zufall schicken wir das abo was eingelöst hat einfach random raus das kommt von maestro dankeschön fürs zuschauen um 50.000 kanalpunkte zu erhalten vielen vielen lieben dank und servus dennis hallöchen chris king ist dran am kollegen smoker von nexus racing concept also hier im viel gut racing sandwich und da kommt die nächste spende von anonym vielen vielen lieben dank für 20 euro vielen lieben dank dankeschön dankeschön 7653 73 mit 202 und mit 252 spenden vielen lieben dank so also smoker dann haben wir den kollegen den kollegen smoker dann haben wir hin zur ferrari dann haben wir roppe fox dann haben wir kette hier an position nummer 8 fanny auf position nummer 7 dann hier auf 6 dann haben wir vulkan sulrob im doppelpack hier partner team project apex und natürlich hier die kollegen sulrob wer macht bei einem trinkspiel jedes mal wenn ct natürlich sagt einen kurzen kippen exklusiv das überlebt ihr nicht bitte nicht ja und dann geht das abo richtung sebotron so mailman gegen den kollegen im wäre wie es racing gegen mailman 0,3 sekunden abstand nissan gtr gegen mustang und da war kein natürlich drin ich wollte nur noch mal gesagt haben und mailman himbeere und old star old star mit schon etwas ordentlichem abstand sechs sekunden um genau zu sein sechs sekunden abstand gucken wir mal hier wie sieht aus so ja da gehen wir hin da gehen wir hin also himbeere und melmen die packen wir nach oben und dann haben wir hier das weitere duell zwischen sulrob melmen danni und dem kollegen gsx er fahren hier an position nummer 6 liegend hallöchen great money willkommen zurück rosé aber auch unnötig so in chat zu schreiben total überflüssig so fahren hier an position nummer 6 kette an 7 enzo ferrari an position nummer 8 und enzo ferrari ist unterwegs hier für die kollegen wo ist er denn viel gut racing 2 ja aber dann kannst du es ja einfach melden rosé das ist ja total einfach wir haben prozedere was vereinhalten bei allen renn aktivitäten und das bedeutet melde es in der box so himbeere ist in der box während chris noch mal eine runde weitergehen kann so himbeere in der box vulkan aus der box schon wieder raus flair schimmer bub war schon in der box auf playmates hier auf jeden fall wurde fulli und vulkan vulkan ja genau vulkan und den kollegen himbeere an chris king dann haben wir smoker an position nummer 9 ich habe meine gute laune nicht verloren die ist immer noch da warte guck hier roppe box in zur ferrari melmen kann sich auch schon absetzen 1,8 sekunden aber so rob und fanny oben rechts im bild die sind beide noch eng beieinander und natürlich hier weiterhin der dreikampf also den dreikampf nehmen wir natürlich gerne den blenden war gerne ein so wo kommen die kollegen von wsr wieder raus da haben wir viel racing chris ging dann haben wir smoker mit roppe fox an position nummer 8 und 9 oben rechts eingeblendet hätte nichts anderes von mir erwartet korrekt so mario kart heute vormittag war echt lustig zuzuschauen hat spaß gemacht also hat auch spaß gemacht mit zu fahren und auch gestern zu fahren und golf zu spielen und tatsächlich war es bis hierhin rundum gelungener hat mich im stich gelassen hat aber da steckt man nicht drin wirklich komplett runde 48 stunden es hat super viel spaß gemacht mega und ich hoffe ihr hattet auch unheimlich viel spaß auch bei den anderen kollegen natürlich zuzuschauen weil es könnte sein es könnte nämlich sein ich triggere da schon mal dass wir vielleicht auch nummer sechs planen ich würde mich auf jeden fall freuen wenn er wieder mit dabei seid grob in neun monaten so grob im ersten am ersten wochenende im dezember so enzo ferrari an position nummer fernian vier fanny gibt auf jeden fall gas einer der kojoten gerade eben hier mit sullrop von project apex unterwegs und sullrop ist für project apex red unterwegs von position nummer sechs gerade eben gestartet wäre auch eine frage von mir gewesen wohne ich hab dir schon mal voll weggenommen also immer eine schwangerschaft zwischen den streams papa so ist es geplant ja wir möchten das einfach nicht zu häufig tun ja und deswegen haben wir uns so viel grob neun zehn monate irgendwie sowas und so eine weiss du bist das nashorn ist das nashorn ein kind bekommen hat also weiß auch davon ja von dem zyklus bei mir ist aber ich bin immer schwanger ja du das kind will nicht raus wir fangen dann einfach wieder von vorne an zu zählen bei den neun monaten so als da immer noch draußen immer noch draußen melmen und allstar hier mit den nissan gt als noch draußen während ford mustang flash immer buch war natürlich durch den unfall schon unterwegs gewesen und kette hier an position nummer 13 hat die mediums drauf hat den hobel komplett voll gemacht also zwei stopp gegen drei stopp das haben wir natürlich schon gesehen mit den kollegen mit porsche gegen nissan gtr und ich sage vielen vielen lieben dank für den nächsten 20er von quarry vielen vielen lieben dank dankeschön quarry dankeschön so am ersten dezember wochenende habe ich geburtstag da werde ich 35 ganze mit der community vielleicht wird auch das zweite wochenende es steht noch nicht fest wir sind noch in planung ihr merkt es ja aber auf jeden fall wir sind in planung so allstar melmen jetzt ebenfalls in der box vulkan übernimmt jetzt position nummer drei dann die an position nummer vier himbeere direkt an der fritten theke hier mit dem fort mustang so gehen wir zum kollegen flash immer buch denn er hat im moment das problem natürlich dass er die abgefahrenen reifen hat war noch nicht in der box und hat raupe fox mit dem besseren material hinter sich bleiben wir ganz kurz drauf wären wir eben wäre und den kollegen dann oben auf position nummer vier und position nummer fünf sehen damals als ich 35 war die hoffnung stebt er bekanntlich zuletzt uns einfach nicht so sagen weiß ja sie feiert immer sieben geburtstage auf einmal was so ist das halt war die dankeschön für deine worte vielen vielen lieben dank doch flash immer buch jetzt richtung box springen wir direkt zu position nummer fünf gehen wir zu vier denn dann haben wir dann eben wäre und melmen direkt mit dem bild und wir schauen uns natürlich die entwicklung an zwischen enzo ferrari und dem teamkollegen chris king die chancen stehen gut dass wir bis dezember auch wieder fahren können golf maus ich erwarte ich erwarte sie ja hier wartet sie also hat den chat voller zu die hat mich vorhin so wird mich vorhin so verhauen bei mario kart kann sie auch ruhig mal abkriegen wobei tatsächlich nach dem spiel sind wir alles wieder gut aber zwischendurch ja da kannst du echt wenn du mario kart spielst wenn ich keine gute bindung zu deiner freundin zu deinem freund hast spiele kein mario kart das trennt beziehungen ich wollte nur sagen kleiner tipp hier kleiner tipp aber leider haben wir treu an meiner seite denn ist das ist gar kein problem schön dass du da bist schön dass du da bist herzlich willkommen habt spaß mit uns das reicht voll und ganz das spenden ist tatsächlich nur on top deswegen herzlich willkommen dennis so himbeere gegen danny wo er macht aber ihr auch mächtig druck geklebt da komplett an der heckschussstange vom kollegen danny danny für die kollegen von irc unterwegs nissan gtr gegen ford mustang und direkt nissan gtr von project apex direkt im nacken christen muss hier leider ein bisschen abreißen lassen enzo ferrari auf position nummer 11 cd wenn du hilfe brauchst bezüglich unterdrückung bei mario kart zwinker kurz wir helfen aber jetzt zurück zum geschehen aber ich nehme mal kurz den schluck ja das ist mein humor da steht drauf ist oder steht danny gegen himbeere weiterhin himbeere von wser gegen den irc piloten dann hier auf position nummer drei gegen position nummer vier exklusiv ja könnte sein und da kommt die nächste spenderein und ich sage dankeschön für den nächsten zwanziger vielen vielen lieben dank an norris dankeschön auch die vielen vielen lieben dank wir sind bei 7 693 73 73 vielen lieben dank dankeschön auch great money das ist so unfair noch ist herzlich gerne vielen lieben dank dankeschön noch ist geiles duell oder vierkampf wir sind in runde nummer 14 wir sind in runde nummer 14 vulkan fährt jetzt mal rein also wurde ist gerade abgewogen der holt sich erstmal neues material holt sich natürlich auch erst mal ein bisschen sprit schön zweimal natürlich in den satz eingebaut ohne dass er einem aufgefallen ist geht es natürlich direkt weiter so dass man den scheiß mailman auf 4 0 auf 5 vierkampf ist eröffnet also mit fanny zusammen eine roppe box an position nummer 7 und da haben wir auch noch das duell zwischen den kollegen smoker und kette im moment an position nummer 8 und position nummer 9 oben rechts gerade in bild eingeblendet bleiben wir hier drauf würde ich sagen nehmen wir einfach den ersten project apex piloten und dann machen wir hier ganz klar dann die himbeere melmen sulra und das ist die nächste spende vielen vielen lieben dank dankeschön an 7 euro 17 vom kollegen monk und ja damit ich wollte gerade sagen damit ist es gerade aber damit ist es nicht gerade der munke geschrieben hat natürlich aber hat leider nicht funktioniert trotzdem recht herzlichen dank natürlich für deine 7 euro 17 vielen vielen lieben dank dankeschön vielen lieben dank mann moin 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 livestock babo alüchen aus bier herzlich willkommen schönen sonntag gewünscht boah himbeere auf position nummer drei und der hat na hat er hat er dann direkt davor himbeere melmen sulraub zweimal project apex direkt auf 4 und 5 sehr sehr starkes ergebnis noller racing ist ja heute leider nicht mit dabei der ei muss der leider kurzfristig absagen so gehen wir zu nrc gehen wir zu nexus racing konzept das duell oben rechts natürlich weiterhin eingeblendet oder wir machen folgendes kommt wir machen das hier und wir machen das hier und dann habe ich moment zeit für mich auf der rechten seite sehen wir das duell zwischen dann die himbeere und melmen sulraub ebenfalls direkt dahinter linke seite ist es der kollege smoker gegen kette und wir haben tatsächlich in runde nummer 16 noch so viele fights dass wir hier mit zwei kameras unterwegs sind teils erstes rennen hier auf interlagos in liga nummer eins smoker 0,5 sekunden vor dem kollegen kette und 1,1 sekunden richtung roppe fox aus können die beiden auch noch ein bisschen näher ran dann haben wir drei kampf und vier kampf direkt mit dabei roppe fox 1,2 sekunden im moment kann man stabil den abstand hier halten zum kollegen smoker den wir auf dem linken bildschirm sehen gefolgt von porsche 911 piloten kette für came racing unterwegs und position nummer 11 gestartet im moment an position nummer 9 und da kommt die nächste spinne rein vielen vielen lieben dank an den kollegen maestro mit 20 euro 10 er konnte die 90 cent da nicht sehen und vielen vielen lieben dank für 20 euro 10 und damit eine gesamtsumme von 7721 euro dankeschön vielen vielen lieben dank an jeden einzelnen dankeschön dankeschön und direkt im hintergrund geht die nächste spende ein von angels foto vielen vielen lieben dank vielen vielen lieben dank an die kollegin von nightwolf angels foto vielen vielen lieben dank 20 euro dankeschön dankeschön vielen vielen lieben dank mega so himbeere melmen sulrop dann kann sich ein bisschen absetzen 1,4 sekunden jetzt mittlerweile ein smoker mit kette kette kommt immer näher ran und fanny will sich natürlich hier auch ne roppe fox roppe fox ist hier unterwegs mit dem schick lackierten fahrzeug zumindest wir machen das anders wir machen wir wechseln ganz kurz weil auf der rechten seite ist die lackierung richtig zu sehen und da wollen wir natürlich auch die lackierung dementsprechend dementsprechend natürlich dann auch komplett zeigen und dankeschön für die spende von diesel ross fendt dankeschön 100 euro von diesel ross dankeschön vielen vielen lieben dank für weitere 100 euro dankeschön diesel ross fendt vielen lieben dank dankeschön maxi hallöchen und da kommt direkt die nächste spende rein von feelgoodracing mit 180 euro dankeschön vielen dank an feelgoodracing 180 euro vom team vielen dank für die organisation und alle teilnehmer wir freuen uns dabei zu sein auf geht's jungs dankeschön vielen vielen lieben dank maestro angels foto diesel ross fendt und feelgoodracing die letzten vier bänden die reingekommen sind vielen vielen lieben dank wir sind über 8000 euro 8.021 euro um genau zu sein dankeschön 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 mega wirklich mega roppe fox auf position nummer 8 direkt dran an kette und an smoker melmen hat hier mit dem team kollegen natürlich zu kämpfen zehn sekundchen abstand jetzt so melmen kann sich zumindest etwas etwas zumindest absetzen aber olster zehn sekunden abstand schon puh holler die wahl fe melmen auf drei kann die lücke etwas vergrößern zu sulrop zu seinem team kollegen im schwester team fanny auf position nummer 5 smoker an position nummer 6 7 der kette roppe fox auf 8 sehen wir natürlich auch auf der rechten seite chris auf 10 dann haben wir enzo ferrari an elf himbiran 12 und flercher mabub an position nummer 13 und ich sag recht herzlichen dank an bonsai racing team mit 1 euro 11 also 1 euro 11 von bonsai racing team dankeschön die ungraden und die graden ja man kennt sie beide beide lager kennt man vielen dank auf jeden fall dankeschön für 1 euro 11 dankeschön so roppe fox jetzt in der box ne haben wir leider nicht gesehen haben wir leider nicht gesehen nils so himbeere war schon mal drin flercher mabub muss gleich noch mal richtung box 2,7 sekunden der abstand so halb voller tank bei enzo ferrari also unterschiedliche strategien natürlich hier auch auf interlagos vulkan auf position nummer 8 kette auf sieben in guten zehn minuten wissen wir auf jeden fall bescheid wie es denn aussieht mit den jeweiligen boxen stops melmen auf position nummer drei und dann hier auf position nummer zwei und hier haben wir den führenden während roppe fox gerade aus der box fährt und dankeschön für die nächste spende vielen vielen lieben dank an den kollegen kinsch dankeschön an für die spende von 11 euro 11 vielen vielen lieben dank dankeschön aber nils können natürlich in kontakt gewesen sein ist ja klar gehen wir zurück und werden uns jetzt hier den geringsten abstand suchen und da sind smoker und kette die haben beide die mittleren reifen drauf wir sehen bei smoker den deutlich wenigeren tankinhalt also kette kann auf jeden fall mit dem porsche länger draußen bleibt jawohl die acht mille sind geknackt das ist korrekt da werde ich auch ja da klar da bin ich doch wieder ich habe halt auch ein laster ja den möchte ich aber dadurch dass ich nicht weiß wer zuschaut möchte ich den nicht öffentlich austragen zumindest hier nicht im internet so bludo hallöchen kommt hier direkt mal mit der sirene rein kette ist dran und vulkan ebenfalls vulkan muss aber deutlich früher an die box smoker dann mit dem etwas mehr an sprit inhalt unterwegs und dann haben wir den kette jetzt hier der schicke drift und smoker ne moni ich habe heute noch keine gurke die muss ich gleich noch bestellen bei hase ja da geht was mehr ein für die galerie hat er sie gedacht weißt du was wir gucken gerade kommen wir machen mal ein und dankeschön für die nächste spende vielen vielen lieben dank dankeschön ob das gut geht nach mario kart ich weiß es noch nicht vielleicht werde ich auch gleich noch was hier live bestellen müssen irgendwie auf jeden fall mit irgendeiner app und nicht bei hase so vulkan an position nummer sechs christ king an position nummer sieben kette an 8 8,4 sekunden und dann gerade eben frisch aus der box ist jetzt dran an enzo ferrari hallöchen maxi king ja ich lass sie das entscheiden exklusiv ich lass sie das entscheiden danni von irc hier an position nummer 9 unterwegs gegen den kollegen von feelgood racing enzo ferrari danni war gerade eben an der box als zweitplatzierter allstar ist noch draußen geblieben fährt jetzt gerade eben in die box und da kann es jetzt natürlich passieren dass feelgood racing der kollege enzo ferrari also feelgood racing 2 hier natürlich schützenhilfe leisten kann richtung feelgood racing 1 denn wenn er den kollegen so lange auffällt wie möglich ja natürlich nicht unfair oder ähnliches aber tatsächlich ihn hier auffällt umso besser ist es natürlich für feelgood racing 1 und recht herzlichen dank für die nächste spende von 1 28 muss sein und damit natürlich auch 1 28 die gespendet wurden vielen lieben dank 1 28 muss sein im moment die 1 29 946 im moment platziert vom kollegen vulkan danni ist dran vorbei an enzo ferrari danni an position nummer fünf und da sieht man es natürlich auch die moderatoren haben sich extra urlaub genommen für diesen 48 stunden stream und dankeschön auf jeden fall also was da alles an herzblut rein fließt auch wir haben urlaub im freigenommen die ganze organisation wo natürlich die mods mit dabei waren dann jeden einzelnen fahrer natürlich damit das so ein event wird mega geil dankeschön an jeden einzelnen auf jeden fall so hoppebox haben jetzt oben rechts genug im bild gehabt wir wissen jetzt wie die lackierung aussieht und wir springen zum kollegen sulro denn der kriegt gesellschaft vom kollegen fanny beide mit dem mediums unterwegs ja vulkan ist weg vulkan mit dem disconnect der erste disconnect hier den ich miterlebe vom kollegen vulkan ist das ärgerlich für vs racing yellow der erste disconnect ihm wäre 1,4 sekunden der abstand zu fanny 0 kann sich ein bisschen absetzen hat hier die mediums drauf genauso wie der kollege wie der kollege sulro aber im momenten tacken schneller unterwegs 1 52 0 1 2 0 6 gerade nach der box runde diskonnect ja nils soweit braucht kein mensch oder das sind so sachen die kann man auch einfach mal abschaffen ja das sind so sachen die braucht kein mensch so melmen enzo ferrari viertel voller tank noch also ein boxen stop hierfür enzo ferrari während melmen die 23 minuten durchfahren sollen könnte ein viertel voller tank sollte normalerweise gehen wird knapp so enzo ferrari viertel voller tank halb voller tank bei danni an position nummer vier und jetzt haben wir das duell zwischen kette und allstar dem nominell führenden smoker ist in der box und kette bleibt auf jeden fall noch ein bisschen draußen während natürlich beide noch mal an die box gehen sollten oder 22 minuten dreiviertel voller tank ne das geht das geht das geht also allstar schon mal durch aber hätte aufgrund der anderen strategie wird uns gleich richtung box verlassen und dann haben wir es natürlich auch boxen stop bereinigt in wie weit der kollege dann wo er natürlich landen wird für die beiden es war nur einer ein disconnect von vulkan ei war ja leider nicht mit dabei aber ja sowas ist immer total ärgerlich so was wünscht man keinem ganz am ende möchte man auch gewinnen wenn der andere auf der strecke ist oder vor ihm sein oder oder ähnliches alle auch disco unser halli hat leider auch ein disconnect da das schade nico hatte tschuldigung aussätze ja das habe ich überlesen das habe ich überlesen ja schade für f1 revolution letzter platz in der in der letzter platz in der lobby in der lobby nico nur wenn du nicht da bist oder irgendeinen anderen klatterer dutch machst danke schön an cojote racing club dankeschön für 110 euro vielen vielen lieben dank ans racing team cojote racing club dankeschön vielen vielen lieben dank dankeschön euch allen dankeschön vielen vielen lieben dank dankeschön danke 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 ich weiß echt nicht was ich sagen soll wir sind bei 8154 50 dankeschön vielen dank an alle kette an position nummer 8 gab es hier den schaden ich komme leider nicht drauf kein schaden zu erkennen aber da gab es wohl den kontakt hätte schreibt gerade so können wir natürlich im nachgang dann natürlich prüfen kette so einfach das video natürlich in die box stellen dann gucke ich mir das an und im nachgang werden wir natürlich dann die jeweiligen strafen noch verteilen so himbeere an position nummer 7 fanny an 6 sulrop an position nummer 5 da ist auch erstmal alles so weit erledigt so und nissan gtr kuyote racing club gerade eben noch mit der spende von 110 euro gegen die kollegen von project apex und da haben wir den kollegen sulrop wie sieht es weiter vorne aus melmen unterschiedliche strategien holz da ist schon durch dann hier auf position nummer zwei und jetzt will er mit den weichen reifen dran vorbei und das ist der führungswechsel führungswechsel irc übernimmt die führung gegen viel gut racing gegen viel gut racing 1 gerade eben dran vorbeigegangen der führungswechsel der führungswechsel genau so ist es leider noch nicht boxen stop bereinigt aber trotzdem geiler geiler über hohe geiler über hohe manöte über die geiles über hohe manöver ist das natürlich starkes über hohe manöver hier vom kollegen dann gegen den kollegen holster allerdings ja genau seitdem es das wort dings gibt kann ich nämlich alles erklären ja und der highway start auch drauf für morgen sind die gay anlöchen warum taucht bei also kann mir mal jemand erklären warum bei mir auftaucht hat also die kate gerade hat eine zuschauer serie drei privat mit dir und deinem mut geteilt was ist das ist etwas neues hier von tweet das rennen ist zu ende wenn es zu ende ist natürlich wir sehen natürlich auch die tank in halte gar keine frage holster gegen den kollegen danni dann jetzt mit den weichen reifen erstmals schneller unterwegs mehr mit an position nummer drei ferrari an position nummer vier so gegen fanny position nummer fünf und position nummer sechs so himbeere an 7 oh zweieinhalb sekunden strafe hat er mit dabei zweieinhalb sekunden strafe da sehen wir den strafenabbau keine ahnung stand bei mir auch ich habe keine ahnung was das ist aber die k danke dass wir irgendwas geteilt haben was wir zwar beide sehen aber alle anderen nicht so himbeere jetzt erst mal in zur ferrari in der box fanny fährt hier hinter dem kollegen so europäer also weiterhin der fight zwischen project apex und hubmann dankeschön für deinen follow vielen vielen lieben dank das ist im moment die duelle die wir natürlich hier haben während danni sich weiter absetzen kann chris king gegen kette weiche reifen gegen die mediums also kette mit dem porsche jetzt auf weich unterwegs mal schauen ob er richtung enzo ferrari fahren kann der auch mit weich unterwegs ist aber dann kommt schon der smoker mit fünf sekunden abstand ob dieser abstand noch schmilzen kann wir werden es gleich auf jeden fall erleben jetzt bleiben wir erstmal beim kollegen fanny da springen wir mal rein in den hobel rein beim crc piloten rein beim crc piloten 1,1 sekunden gegen sulrop und wir sind mit dabei und wir sind mit dabei so wünsli ja löchen erstmal sind wir drin im fahrzeug von fanny fanny ist von position nummer sechs gestartet konnte bis hierhin einen platz gut machen ne von fünf ist auch gestartet was erzähle ich denn da der ei ei war ja am anfang nicht mit dabei also von position nummer fünf gestartet und jetzt hier natürlich auf position nummer fünf unterwegs und tobi kenobi vielen vielen lieben dank für 20 euro dankeschön vielen vielen lieben dank dankeschön so fanny wir nehmen die es ist noch mit ja kein live on stream flucht das machen wir heute nicht hier beim spenden screen also bleibt schön auf der strecke ne komm ran da fanny kette auf position nummer neun und wir gehen direkt zwei positionen nach hinten denn da entwickelt sich das nächste fanny haben wir oben rechts auf jeden fall auf dem schirm hier haben wir himbeere und der kollege roppe fox die letzten 15 minuten sind noch zu absolvieren im wäre mit den mediums gegen roppe fox und natürlich gegen den kollegen smoker so mediums mediums und roppe fox mit den weichen also bleiben wir mal ganz kurz beim im wäre 1,3 sekunden mal schauen wie sich das ganze richtung nrc natürlich entwickelt und bünzli position nummer sechs ist extrem stark hier so dann die im moment auf position nummer eins also überhaupt gegen den kollegen fanny holster im moment mit 1 31er zeiten also der platziert hier die mediums 0,4 sekunden abstand bleibt dran also er bleibt dran holster 11,1 sekunden abstand gegen melmen und holster kann im moment im windschatten bleiben wir sehen es oben rechts mit den mediums gegen die weichen reifen von dann die die natürlich deutlich mehr abgenutzt sind dann wird uns nämlich jetzt gleich auch noch mal richtung box verlassen wird wahrscheinlich noch eine oder zwei runden drehen können ja schacki dann wünsche ich dir auf jeden fall viel spaß im stadion und macht den diamant painting stift nicht kaputt 1,8 sekunden im wäre schafft er nicht also im moment im moment zumindest die zeiten dementsprechend anwachsend richtung smoker kommt ihr mit den mediums besser zurecht ist natürlich auch dem abnutzungsgrad geschuldet zwischen den reifen von himbeere der die deutlich schlechteren mediums dabei hat und smoker mit dem relativ frischen material hier unterwegs ist dann hier an der box wie gerade schon erwähnt smoker geht genau in diesem moment dran vorbei zwölf minuten sind es noch und dann wissen wir natürlich wer hier inter lagos gewonnen hat und springen dann richtung spa also ardennen achterbahn wartet auf jeden fall auf uns auf einem fanny gegen sulzob das duell um position nummer drei wer holt sich das podium wer holt sich das podium bei dem mit den mediums im letzten stint unterwegs genauso wie holster der natürlich jetzt hier schon mit elf sekunden abstand den kollegen melmen hinter sich gelassen hat der kollege für project apex green also wichtige punkte für viel gut racing 1 denn viel gut racing 1 sind im moment in der gesamtwertung auf position nummer sieben acht punkte entfernt von noller die werden sie auf jeden fall mit dem ergebnis holen also acht punkte unterschied noller ist ja nicht angetreten keine punkte und dann natürlich die letzte position also dann hier erster werden natürlich 130 120 punkte oben drauf 120 punkte oben drauf ist natürlich ein riesen sprung für die jungs und ganz ganz wichtig gegen noller racing das gleiche acht punkte gegen nrc und das wird natürlich auch hier extrem spannend denn es sind vier plätze unterschied und damit wären sie dann punkt gleich viel gut racing 2 im moment an position nummer wo treibt er sich denn rum gucken wir gleich und da ist es natürlich auch wichtig gegen das schwester team natürlich auch den abstand wieder zu wahren so ruster racing squad ist hier diesmal nicht mit dabei das heißt also weniger punkte als der sieger hier und ja das gibt auf jeden fall noch mal ein komplettes durchmischen hier was die jeweiligen endergebnisse natürlich anbelangt und hrg ebenfalls nicht mit hier bei project apex green an position nummer zwei im moment mit melmen auch diese hochrechnung gut dass man daten im hintergrund haben guter verdaten turtels im hintergrund haben das wird eine hausnummer so fanny gegen sulro das duel ist hier noch nicht beendet das duel haben wir noch bis zum schluss da bin ich mir sicher so kette jetzt gegen den kollegen dann hier 1,4 sekunden dann ist aus der box drei sekunden richtung smoker auch das wird noch interessant dann für erc unterwegs erc im moment auf position nummer 16 244 punkte zehn punkte abstand richtung kotzberg racing 2 je nachdem wie es da natürlich dann läuft in liga 2 oder in liga 3 ich weiß gerade nicht aus dem kopf wo der kollege von kotzberg tv 2 hier dann fährt das wird noch mal alles komplett durcheinander wirbeln das wird noch mal komplett alles durcheinander werbeln und rooster racing squad büßt hier auf jeden fall wertvolle punkte ein und im moment sieht es aus als ob project apex green hier die führung übernehmen kann melmen im moment an position nummer zwei sulro an position nummer drei das wäre dann project apex red auch da natürlich einen großen sprung himbeere an position nummer zehn im moment ist noch mal in der box himbeere noch mal in der box erholt sich jetzt die weichen reifen hat den hobel noch mal halb voll gemacht gut aber viel getankt himbeere so ob es da jetzt einen schaden gab habe ich nicht gesehen bei himbeere aber noch mal ein bisschen nachgetankt äh ne letzter platz also disconnect ist letzter platz in der lobby so wie immer also mit dabei gewesen und nicht verpennt bedeutet wenigsten letzter platz in der lobby nicht angetreten bedeutet null punkte zusätzlich natürlich mit den mit den strafen dazu gerne so siebene halb sekunden richtung melmen 11,3 sekunden der holster wir können ja keinen bestrafen also in anführungsstrichen ist ja eine kleine bestrafung ja in anführungsstrichen beim disconnect aber du kannst ihm ja nicht einfach null punkte geben weil wenn du null punkte gibt es bei einem disconnect wo der fahrer nichts für kann ja also bei dem rage quit wenn ich vorher sehe dass die blinker angehen der kriegt auch null punkte ja aber tatsächlich wenn es ein technischer defekt ist ist ein technischer defekt so gegen fanny die machen wir auf jeden fall spaß der kollege geht sich sehr hier unterwegs so ich bin auch gespannt hat fanny auch eine g6 er für die teamkollegen von coyote racing club hat eine g6 er ja nein vielleicht für diejenigen die es nicht wissen was eine g6 er ist es motorrad bleibt jetzt erstmal dran anbremsphase die letzten sechs minuten sechs minuten sind noch zu absolvieren himbeere an position nummer elf rausgekommen gegen den kollegen hoppe fox beide jetzt auf weich himbeere mit dem besseren vorteil dass er die weichen reifen jetzt natürlich in guter variante mit dabei hat also die frischen pellen sind drauf bei himbeere und fanny an position nummer vier will irgendwie dran vorbei am project apex piloten die hat sie eins gegen den kollegen von project apex red geht da noch was so der vordere reifen wir schauen mal ganz kurz reifen technisch nahe zu identisch nahe zu identisch mit mit da ist sogar mit dazwischen ok wollen wir mal gucken wie uschi das ausspricht und es geht sogar kann sogar mit mir okay du kannst mit mit habe ich jetzt nicht gedacht so sieht auf jeden fall stark aus was sie uns jetzt machen himbeere agrada an position nummer 12 flash immer boob 2,5 sekunden abstand 2,5 sekunden abstand hoppe fox enzo ferrari im moment an position nummer 9 wichtige punkte wichtige punkte auch wenn natürlich alle teams nicht immer durchgängig in liga nummer 1 sind aber wenn ein team durchgängig in liga nummer 1 ist und dann tatsächlich auch in den vorderen platzierung unterwegs ist dann ist hier auch der gesamtsieg drin 20 punkte unterschied natürlich zwischen liga 1 liga 2 liga 3 liga 4 dann wird fanny es jetzt außenrum schaffen dran vorbeizugehen normalerweise keine chance hier im infield man kann auf position nummer 5 melmen auf position nummer 2 und allstar auf position nummer 1 unterwegs so allstar melmen sulrop runde nummer 36 wir bleiben auf dem duel oben haben wir natürlich den kollegen ortstein blick drei minuten 30 drei runden noch drei runden noch zu absolvieren hoffentlich haben alle genug sprit mit dabei 15,5 sekunden allstar gegen melmen im moment um 1 und 2 und ich würde sagen wir bereiten auf jeden fall schon mal die nächste verlosung vor also ich mache das ganz kurz leer und wir verlosen die nächste tasse also wer bock hat auf eine tasse von dem event der sollte jetzt ausrufezeichen tasse in den chat schreiben und wird dann natürlich direkt in der verlosung mit reingepackt und ich wünsche euch natürlich ganz ganz viel glück an die gegen sulrop war nie gerade eben dran vorbei jetzt kommt der konnte jetzt probiert das im fiel im infield project apx gegen kriotow racing club und entstand vorbei wieder das ist der konter geile fight hier zum ende des ersten renns und dann springen wir gleich richtung spa also wer mit dabei sein möchte ausrufezeichen tasse und der wird natürlich dann gleich mit in der auslosung mit dabei sein so wer die tasse noch nicht gesehen hat ich kann die nochmal auspacken ja also derjenige der die tasse kriegt wo oben schon zwölf mal reingegriffen wurde das ist die tasse die ich die ganze zeit immer in den in den stream halte ne so so zeigen wir doch nochmal das ist die tasse die bekommt er zugeschickt wir brauchen natürlich eure adresse ist ja klar sonst können wir es euch nicht zuschicken aber versprochen wir löschen die danach wieder und damit da natürlich nichts schief geht so also ausrufezeichen tasse einfach schickt in den chat und dann seid ihr auch schon mit dabei auslosungen dann nach dem rennen eine minute noch jetzt kommt wieder die attacke vom coyote racing club und sie sind wieder dran vorbei fanny geht wieder an solch dran vorbei gibt es direkt den konter gibt es direkt den konter gibt es direkt den konter und olster holt sich eine strafe er holt sich nochmal eine strafe zweieinhalb sekunden die er jetzt oben drauf hat die letzten 40 sekunden und diese beiden kollegen 35 sekunden werden nochmal über die linie kommen wir kriegen die bonusrunde wir kriegen die bonusrunde um position nummer drei fanny hat etwas mehr sprit mit dabei als solcher 0,5 sekunden abstand 0,5 sekunden abstand und wir gehen in die letzte runde so müsste gerade eben noch so ausgehen und so ist es so ist es dann der erste der dann abgewunken wird herzlichen glückwunsch position nummer fünf oben recht blende ich den fight um drei ein fanny im moment vorne die letzte runde dann die herzlichen glückwunsch zu position nummer fünf mokern 6 kette an position nummer 7 dann haben wir den kollegen chris an position nummer 8 end zur ferrari kommt als neunter über die linie auch die herzlichen glückwunsch und im nachgang gibt es natürlich dann auch die tabelle sobald wir damit fertig sind werden wir uns zumindest dann während des rennens die aktuelle tabelle natürlich anschauen läuft natürlich oben auch kette dankeschön für 15 bits dankeschön so end zur ferrari an position nummer 9 dann haben wir roppe fox an position nummer 10 er ist auf jeden fall zufrieden so sieht es auf jeden fall aus flash immer boob an position nummer 11 nach dem anfänglichen unfall auf position nummer 11 zurückgekämpft und dann kommt der kollege allstar und er gewinnt hier mit einem abstand von zwölfe und halb sekunden während ihm wäre glaube ich ist es hier ganz kurz die gelbe flagge auslöst was natürlich nicht so gut ist so melmen an position nummer zwei fanny an position nummer drei holt sich hier noch das podium und solop an position nummer vier also starkes ding auf jeden fall flash immer boob himbeere hier an position nummer zwölf so jetzt gehen wir natürlich ganz kurz richtung ergebnis das ist die aktuelle ergebnis holz da vor melmen fanny sulrop danni smoker kette chris enzo roppe fox flash immer boob himbeere und did not finish dann mit dem kollegen vulkan so also schade natürlich mit dem disconnect und wir springen jetzt natürlich direkt richtung spa und werden uns da das nächste rennen anschauen und natürlich auch schauen wer mit dabei ist so gehen wir direkt rüber und gönnen uns natürlich spa und das wird geil das weiß ich jetzt schon das weiß ich jetzt schon aber bevor wir rüber gehen losen wir die erste tasse aus so ausrufezeichen tasse habe ich schon gesagt ne so glückwunsch ans podium natürlich starkes rennen auf jeden fall starkes starkes rennen so beendet ist dann beendet ist also da gehen wir natürlich rüber und genau wer noch mitmachen möchte ausrufezeichen tasse ansonsten geht es jetzt natürlich los und ja viel glück auf jeden fall auf gehts weg kriegt eine guck mal sascha ist noch mit reingesprungen guck mal sascha ist noch mit reingesprungen erst danach habe ich drauf gedrückt doch mit paypal geht das aber so wer kriegt die nächste tasse tasse nummer sieben die wir verlosen das sind wir sie es ist der kollege andré rudy herzlichen glückwunsch also andere rudy hier mit der nächsten tasse glückwunsch auf jeden fall ja tatsächlich habe ich das auch gehört dass vom laptop tatsächlich besser geht andre rudy jetzt bitte adresse richtung hase 24 05 und für diejenigen die hase 24 05 nicht kennen und sich denken warum soll ich denn ihr die nummer schicken ct hat doch gerade verlost ist meine ehefrau da ist natürlich alles safe was natürlich auch den datenschutz angeht deswegen einmal richtung hase 24 05 und wir machen dann in der nächsten woche dann die pakete fertig wo natürlich auch die gtsl pokale mit rausgehen die gehen natürlich dann gleichzeitig direkt mit raus und viel spaß mit der tasse so das haben wir das haben wir das thema ist der kleines häuschen ja trailer ja machen wir also viel spaß beim trailer warum wir das hier überhaupt machen und dankeschön natürlich an 8174 euro und 50 cent vielen vielen lieben dank stell dir vor du bist immer traurig stell dir vor du kannst nicht aufhören zu denken stell dir vor das alles spielst du zur selben zeit das ist schon für einen erwachsenen nicht einfach dann stell dir jetzt vor wie das für ein kind oder ein jugendlichen sein muss eine depression wird nicht immer erkannt aber es gibt hilfe also es ist so dass drei viertel der psychischen erkrankungen eben schon im kinder- und jugendalter entstehen und suizide in deutschland mittlerweile bei jugendlichen die zweithäufigste todesursache darstellen und wir wollen mit unserem programm da eben ansetzen und dem entgegenwirken dass diese psychischen erkrankungen so früh entstehen ich engagiere mich als ehrenamtliche für youth aware of mental health weil ich davon überzeugt bin dass dieses programm großflächig jungen menschen helfen kann also die ehrenamtlichen nehmen bei uns eine sehr zentrale rolle in dem programm ein da eben dieses programm durch zwei ehrenamtliche in den schulen durchgeführt wird und die ehrenamtlichen bekommen eine einwöchentliche schulung von uns von zertifizierten trainern und werden dabei auf die situation in der schulklasse und die durchführung des programms ausführlich geschult ja wir haben jetzt ein internationales projekt mit hervorragenden wissenschaftlichen ergebnissen die sind reduktion von suizidversuchen um 50 prozent reduktion an neuerkrankungen an depressionen um 30 prozent das hat uns so überzeugt dass wir gesagt haben dieses tolle programm müssen wir unbedingt nach bayern holen jam richtet sich an schülerinnen zwischen 13 und 17 jahren und wird dementsprechend in schulklassen ab der achten jahrgangsstufe durchgeführt und das programm läuft so ab dass zwei ehrenamtliche in eine klasse gehen das ist einmal die kursleitung und die kursassistenz die gemeinsam dieses programm durchführen und es geht darum spielerisch und über diskussionen und rollenspiele die themen depression und krise zu thematisieren und mit den jugendlichen darüber in den austausch zu kommen ja mentale gesundheit ist uns eine herzensangelegenheit hier müssen wir als gesellschaft ganz ganz viel dazu lernen mit unseren vielen ehrenamtlichen wollen wir das thema ein stück weit in die gesellschaft bringen und natürlich auch über die schüler die wir in den nächsten jahren damit erreichen werden spä⑭ und Untertitelung des ZDF, 2020 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 also zwölf mann sind in der lobby ich habe vorhin irgendwo gelesen moderatoren team im hintergrund ist es nicht mit dabei was ist denn mit t-jacking hat auf jeden fall spaß zuzugucken hat auf jeden fall spaß gemacht zuzugucken oder so war auf jeden fall ein geiler fight und dankeschön an mr g star für 10 bits dankeschön so und damit legen wir los hier ist die meute liga nummer eins okay wir machen auch den regentanz wir wollen regen auf spa riethelm auf 1 eis auf 2 dann haben wir finn auf 3 eddy auf 4 turnschuhmann auf 5 misantropics an 6 arti an position nummer 7 tfsi an positionen macht philipp an neuen jürgern talian 10 kev an elf und bull an position nummer 12 also lass fliegen lass fliegen und ich sag mal so es darf sich zu ziehen ja es darf ruhig dunkler werden das ist gar kein problem lobby drei augen nein great money du hast du angst dass er den berlin wieder regnet ja nicht dass sie das loch soll an dem regen versichert ja genau so eddie sieht erstmal ganz gut aus hier natürlich der fliegende start immer mit etwas mehr abstand unterwegs so gucken wir mal wie sieht es denn aus beim kollegen eis denn der ist schon dran am kollegen riethelm das duell und position nummer eins ist eröffnet riethelm eis und direkt dahinter ist der kollege finn riethelm leckt da extrem also ein bisschen leggy lobby wieder unterwegs hier ja man sieht es also die kollegen legen hier ein bisschen riethelm ein bisschen mehr als der kollege eis auf dem wir uns gerade hier befinden finden an position nummer drei dann gehen wir mal rein in den mazda rx vision leichter vorbremsen hier vom kollegen eis tatsächlich gab es das bei gt7 schon mal schlimmer moni so hoffentlich haben die kollegen keine probleme beim überholen position nummer fünf hier beim turnstuhlmann misan tropics an sechs als heute reifen ich weiß nicht ob er heute reifen möchte das werden wir gleich sehen ob er tatsächlich gleich natürlich auch das ist aber extrem leggy ne man ja nicht eine stunde zugucken so wir machen das eben anders wir bauen mal eben ganz kurz um überall gerade überall gerade so leggy also ok dann dann brauche ich es nicht abbrechen und ich hoste ok wenn es überall gerade so ist dann hat natürlich gran turismo 7 ein problem dann machen wir das so also dann ziehen wir das natürlich durch sie haben position nummer sieben misan tropics an position nummer sechs turnstuhlmann vielleicht beruhigtet sich jetzt gleich auch wieder genau wo ich jetzt sag ist der turnstuhlmann nur in der kurve sind jetzt leggy sobald es gerade ausgeht wird es besser ok also machen wir weiter ist gerade auf position nummer eins unterwegs er hat gerade die führung übernommen an project 8 packs am riethelm dran vorbeigegangen so aber man sieht es hier immer noch kann das an der strecke liegen normalerweise also natürlich kann sowas an der strecke liegen aber wir haben spa schon übertragen ohne probleme deswegen sind wir auf der normalen variante unterwegs weil die 48 die 24 stunden variante von spa leggy ist mit boxenstops und sowas rein theoretisch könnte es aber auch sein dass es irgendwie ein problem gibt seit dem letzten patch habe ich zwar nicht mehr gesehen also das seit dem letzten update und da könnte es natürlich auch an der an der strecke liegen das ist möglich ja aber im normalfall wir haben die schon so häufig gefahren die haben ja nichts daran verändert sollte normalerweise kein problem sein zumindest theoretisch so also eis wie them und wir sehen wie sand tropics gegen tfsi oben rechts im bild doch gehen wir mal hier rüber dort springen wir hier drauf auf der linken seite die meute von position nummer eins bis position nummer fünf auf der rechten seite dann von position nummer vier bis position nummer acht zu sehen im bild privaten boxenback scheiße entschuldigung dass ich dazu sage ne moni könnte rein theoretisch auch an der strecke liegen wir hoffen dass die lobby hält wir hoffen dass die lobby hält macht auf jeden fall keinen abstrich erstens in geilem racing und zweitens natürlich sind etwa im 48 stunden spenden stream unterwegs und jetzt zum beispiel hier auf kemmel straight gar kein längen sobald die anderen phase kommt geht's wieder ne jesko in beim ersten nicht wenn seine strecke liegt ist das neu ja genau also aber ich habe tatsächlich seit dem letzten update auch spa nicht mehr gesehen also ich habe selber nicht geschrieben und habe auch nirgendwo zugeguckt wo spa gerade da war weiß ja nicht ob es vielleicht bei irgendwelche anderen kollegen mit dabei war wenn jemand irgendwo auf spa gefahren ist in der letzten woche noch mittwoch donnerstag ne da war da war alles okay jesko aber kennt ihr kennt ihr den moment ihr wollt trotzdem ausprobieren wird ist wenn ihr selber hustet also bis jetzt erstmal alles soweit in ordnung so geht also kekskatze alles soweit taco so auch die kamera ist okay dann bleibe ich noch ganz kurz mit der kamera weg retail jetzt gerade mit der persönlichen bestzeit die bestzeit von 1 2 14 473 und das ist die zwölf beste zeit die überhaupt bei der quali auch gefahren wurde ohne verschleiß und 1 hat sie jetzt gerade hier in meinem rennen platziert position nummer 8 philipp geht gerade hier eben dran vorbei wir gucken mal ach so sehen wir doch eher auf der rechten seite ich habe wollte die auf position nummer 4 dann haben wir misantropics an positionen nummer 9 für viel gut racing direkt hinter seinem team kollegen der bullet für project apex mit dem ford mustang an position nummer zehn gehört kann talian elf und kev im moment mit der roten laterne an position nummer 12 und eddie muss sich hier verteidigen gegen den kollegen thun schumann der kollege von nolla racing im hintergrund wird natürlich auch die aktuelle tabelle gerade bearbeitet servus batzi allöchen und da geht auf jeden fall noch mal ein riesen danke raus an die datenturtles im hintergrund dass wir im laufe natürlich des rennens sofort eine neue tabelle bekommen und ja mir einfach nur richtig richtig stark im hintergrund was die jungs und mädels dann natürlich machen so ein turnstuhlmann ist dran turnstuhlmann ist dran und wir gehen rein turtles loben genauso ist es war sie servus habe ich glaube ich schon gesagt naja aber doppelt hält besser doppelt hält besser auch hier herzlich willkommen 8.181 euro 16 hola die waldfee dafür gibt es aber keine tasse eifelmann aber ich weiß was du meinst aber da sind wir so weit von entfernt 0,7 sekunden springen wir wieder raus auf der linken seite gehen wir wieder richtung tv kamera also tfsi auf sechs und natürlich arti mit philipp der direkt dahinter ist im ford gt unterwegs der kollege viel lieb gestartet von position nummer 10 also zwei plätze gut gemacht die ersten zehn minuten sind jetzt rum ok 1,1 sekunden richtung gürkan tali und tatsächlich hier auf der camels trade ist zumindest was das länge anbelangt alles weg 0,4 sekunden nutzen allüchen für den alten däne ja dann schön dass es hier gefällt nutzen 1 mal zeit allüchen so und knutzy junior ist ebenfalls da hallöchen auch hier herzlich willkommen so kamera wieder an rein ins große bild und auf geht's stell dir vor nein 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 ja einmal mit profis ja einmal mit profis wir gehen einmal durchs komplette feld da wollte ich gerade her also im moment in führung hat sich von position nummer zwei auf position nummer eins gebracht für rooster racing squad nicht wirklich gespannt wie die gerade abgeschnitten haben in liga nummer zwei auf auf interlagos bin ich wirklich mal gespannt so dann haben wir rite position nummer zwei der rite position nummer drei der finn dann haben wir die mit turnstuhlmann 0,6 sekunden abstand die packen wir natürlich oben ins bild dann haben wir tfsi an position nummer sechs dann haben wir arti an position nummer sieben philipp an position nummer jetzt richtung box also die ersten box wir sehen hier das ist der frontschaden für misantropics viel gut racing 3 mit dem frontschaden man kann den liebevollen dänischen akzent lesen ist auch geil jetzt ganz losgehen misantropics ist an der box genauso wie er kennt das ist der motorschaden das ist der motorschaden bei ws racing das ist von kev der motorschaden ist das ist das ärgerlich so heiß wird jetzt gleich auch eine box genauso wie rite bin auf drei eddie weiterhin mit turnstuhlmann unterwegs und arti mit dem kollegen philipp oben rechts eingeblendet so und seht ihr was seht ihr das was ich auch sehe und peaches dankeschön für 20 euro vielen vielen lieben dank dankeschön vielen lieben dank peaches für 20 euro vielen vielen lieben dank dankeschön ihr herzchen wie mache ich das mit den krummen finger so kannst du zumindest erahnen ja vielen vielen lieben dank dankeschön so jetzt kommt macht die fontäne von oben aus auf natürlich nicht aus auf macht die fontäne von oben auf na komm mach das wasser an hat mir den kuhlmann ausrufen ich brauche noch die adresse als pn herr kuhlmann bitte herr rs kuhlmann bitte zur information hase benötigt ihre adresse sie haben bei der taste gewonnen so box 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 also jetzt ist es entscheidend was nimmt man für reifen so gucken wir mal ganz kurz die scheibenwischer sind noch nicht an es zieht sich langsam zu es zieht sich langsam zu oder das ist der kontakt mit der box mauer arti hör auf damit hat habe ich letztes mal auch gemacht da fehlt doch kein mensch so gut kann tali ebenfalls in der box ist wieder raus und doppel d hallöchen hallöchen dezentrifft bullet an der box genauso wie der kollege riethelm also das wolltest du bestimmt wissen gerade dezentrifft mit moin da war doch direkt die frage drin wo sind die jungs so viele und philipp weiterhin draußen auf der strecke unterwegs gönnen sie sich die eine runde noch um zu gucken ob der regen kommt ja oder nein ich habe auf jeden fall hier das ist der regen tanzt kacke aus aber der muss so sein ja der muss so sein mit kata hallöchen und kate the plate auch die herzlichen bekommt ja und ich würde regen nehmen ich würde regen nehmen ein bisschen regen chaos wo ich würde es nehmen nehme ich gerne und ihr doch bestimmt auch oder und ganz nach dem motto gibt den ruhig mal regen das ist eine frage und die frage bestimmt wenn der ct tanzt in der ct tanzt und dann eigentlich eine schaufel und willst dich selber verbuddeln weil du dich so schämst die frage kann ich dir beantworten moni das ist so fehlt noch der federschmuck warum mir die frage gerade eingefallen ist ich weiß es nicht vielleicht weil der band so komisch aussah ja ich hab's ja selber gesehen ja dankeschön hase für die information ct war letztens wäre doch mal was näher sollen andere machen finn übernimmt die führung geht jetzt hier in die box philipp auf 2 gleich ebenfalls in der box und eis wird dann die führung wieder zurücknehmen retail mann position nummer vier das ist so wie dass ich nicht zu deutschland such den superstar gegen 100 singen habt ihr vorhin gehört ja weil er gegröle okay die aufs position nummer fünf ebenfalls schon wieder raus aus der box und hier sind wir beim duell turnschuhmann gürkant ali und der kollege tfsi und gürkant ali hat deutlich weniger getankt und artis ebenfalls mit dabei also herzlich willkommen beim vierkampf aufs war guter die später kam mich hat hat also glück gehabt also glück gehabt so gürkant ali tfsi arti und der kollege turnschuhmann führt diese riege an es klammert sich schon wieder am p1 und dankeschön an mazda für 21 euro dankeschön mazda vielen vielen lieben dank von next level performance mazda dankeschön für 21 euro danke ct für die tasse freue mich cool man da bis hier glückwunsch auf jeden fall glückwunsch so also Also, Gürkan Tali gegen TFSI. Turnschuhmann mit 0,5 Sekunden Abstand. Gürkan Tali, TFSI. Ati an Position Nummer 9. Misanthropics an 10. Kev an Position Nummer 11. Bullitt an Position Nummer 12. Also, 21 Sekunden im Moment der Abstand. Ati mit 0,9 Sekunden Abstand gegen TFSI. Und hier bleiben wir natürlich auf dem Vierkampf. Vierkampf ist eröffnet. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Finn an Position Nummer 2 ist dran am Kollegen Eis. Don Maestro, Hallöchen. Und ja, wir sind im Mai dabei. Was ich nur gesagt habe. Bitte kaufen Sie für das Nashorn schönes Fleisch. So, geile Duelle. Und die Jungs lassen sich auch so viel Abstand. Sie sehen natürlich, dass es leckt. Und lassen sich hier auf jeden Fall genug Abstand. Wir sehen es. Also, da wird nicht auf die letzte Rille. Und da gibt es den Kontakt mit TFSI. Also, da gab es den kleinen Leck. Und dann war es doch darum geschehen. Ich wollte gerade die Jungs loben, dass sie so viel Platz lassen, dass da nichts passiert. So, da gibt es den Kontakt mit Gürkantalli an Position Nummer 8. Das ist ecklisch, ey. Mann. Obel ist das gleich besser. Aber wir haben es ja gehört, ist in allen Lobbys gerade so. Typische Sardennenwetter vom Regen in die Sonne. Jetzt heftig, oder? Gerade tatsächlich. Ich habe gedacht, jetzt jawohl. Der Regentanz hat funktioniert. Aber wahrscheinlich habe ich falsch rumgetanzt. Ich habe Sonnentanz gemacht, oder was? Jetzt macht da wieder Regen drauf. Jetzt machen wir das hier die Bude. Komm, wofür haben wir Spade in einen gepackt? Auf Le Mans in Liga 1 auch nie geregnet. Das war der Sonnentanz. Der Regentanz ist auf dem Kopf. Nein. Nein, das wollt ihr nicht sehen. Es sah ein wenig aus wie Jogi Bär aus der Silane Wand schubbert. Probierst du mal mit Gemütlichkeit. Ja, kurz am Stuhl geschubbert. Und im Sauerland regnet es wieder wie Hohle. Ja, wieder falsch getanzt. Entschuldigung. Ich tanze hier auch nicht mehr. Petrus, komm mal ran jetzt. Hier, wir brauchen deine Arbeit. Wie, wie, schrei ich mich nicht so an. Was soll das denn? Du liegst da auf, die faulen Haut. Es regnet hier bei mir nicht. Ich habe da extra gesagt, es war. Wie, Le Mans war gestern. Was soll man machen? Was soll man machen? So, Turzumann gegen Gürkantalli, gegen den Kollegen TFSI. Den willst du denn, welche Pille? Oh, das kommt zwischendurch, kommt zwischendurch einfach mal hoch. Solange es nicht in Atlanta rechnet, ist alles gut. Da kann es nicht rechnen. Wenn es da regnet, dann wird aber komisch. So, TFSI an Position Nummer 7, Artie auf Position Nummer 6, Philipp an 5, Eddie an Position Nummer 4, Riethelm. Dann haben wir Finn, Eis an Position Nummer 1. Also, Bullet, Kev, Misanthropics, Turzumann, Gürkantalli. Dann haben wir TFSI. Dann haben wir den Kollegen Artie. 1,4, 1,1 Sekunden Abstand. So, Philipp hier mit dem Fort. Und wenn wir hier schon mal drin sind, dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Während wir die Duelle natürlich hier oben rechts weiterverfolgen. Im Moment 1,1 Sekunden. Im Moment passiert da nichts. Also, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier, äh... Erste Mal, glaube ich, dass ich hier in einem Fort sitze. Komm, gehen wir mal auf den Bein, Faller Seite. Gucken wir mal, was der Feelgood Wasting Kollege so macht. Wer ist da gerade von der Strecke gewesen? Na, alle fahren. Alle fahren. Also, irgendwo muss es den Abflug gegeben haben. Wir schalten oben einmal schnell durch. Also, Bullet auf 12, Kev auf 11. Misanthropics, Turzumann, Gürkantalli. Alles ohne Schaden. TFSI ohne Schaden. Philipp. Oh, das ist der Frontschaden bei Finn. Also, Frontschaden bei Finn. Da gab es den Ausritt. Dafür die kurze gelbe Flagge. Genau, die hat kaum einer genommen und deswegen mussten wir mal reinspringen. Wie viele Runden wir in der GTSL auf Road Atlanta gefahren sind? Wir sind gefahren. Wie viele sind wir denn gefahren? 44. Okay. Ich hätte 46 jetzt getippt. Irgendwie aus dem Gedächtnis. Aber 44 geht auch. So, Olle Nudel hat auf jeden Fall jetzt noch Formel 1. Ist auch gut. Ist auch gut. Von allen Seiten Motorsport. In einer Stunde dezentriert. Der GTSL fährt mit den gleichen Einstellungen. So, Philipp an Position Nummer 5. Arti hier an Position Nummer 6. TFSI an Position Nummer 7. Und der ist dran. Also, Ford Mustang gegen Nissan, GTA, WSR. Gegen den Kollegen Arti für die Kollegen von TSF. Warte, ist das nochmal? Wie habe ich das denn abgekürzt? Team Scan, wie heißt der nochmal? Team Scandinavian Flick. Ja, genau so ist es. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Dann habe ich mal eine Strategie kaputt. So, TFSI ist dran hier am Kollegen Arti. So, aufhin sehen wir oben rechts eingeblendet. 1,2 Sekunden ist der Philipp dahinter. Halb voller Tank und Finn mit dem Frontschaden, den wir natürlich vorhin nur in Form der gelben Flagge gesehen haben. Weil im Moment ist es leider nicht möglich, hier mit Wiederholungen zu arbeiten. WSR weiterhin gegen Scandinavian Flick. WS Racing hier im Ford Mustang unterwegs. Ist dran. Ich habe zwei Möglichkeiten, aber ja, viel machen ist nicht drin. Im Regelfall ein Dreistopper oder ein Zweistopper, aber dann sparen. Das sind die beiden Optionen eigentlich. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. So, geht TFSI jetzt dran vorbei Richtung Bastop-Schikane. Gürkantalli ebenfalls im Hintergrund. Und jetzt wird es teamintern ebenfalls spannend. Die Jungs gehen über die Linie. Das hier ist der Verbremser vom Kollegen Arti. TFSI kommt aber erstmal nicht dran vorbei. Aber Gürkantalli kommt angeflogen. Direkt mit Turnschuhmann und Misanthropics. Und da sehen wir die Abstände. Geringe Abstände hier zwischen den Kollegen von 6 bis 8. Und Turnschuhmann und Misanthropics ebenfalls nicht weit entfernt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Ist auch geil. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Auf dem 2 durch die Stadt sagt der eine, lass mir auch meine Mitte. So ungefähr, Moni. So, Gürkantalli gerade eben an TFSI dran vorbei. Gürkantalli allerdings nur noch 17% an Sprit mit dabei, roundabout. Arti ist davor. Halbvoller Tank. Ja, 3-Stop. Also 3-Stop beinhaltet ja 3-mal weich. Oder 2-Stop weich, mittel, weich. Oder weich, weich, mittel. Und was dann die schnellere Variante ist? So, Gürkantalli gegen TFSI. Er steckt natürlich noch nicht auf. Und oben sehen wir es. Philipp Ese dran vorbei. Am Kollegen Finn, am Teamkollegen. Dran vorbeigegangen aufgrund des Schadens. Hast du zwei Kinder von drei verschiedenen Frauen? Ja, mit Schiene genauso. Ich sinke das Niveau. So, stark, Eddy. Eddy auf Position Nummer 3. 10 Sekunden Abstand, 7 Sekunden dann Richtung Riethelm. Und Eis im Moment mit 5,6 Sekunden Unterschied. Und der Skywinger Böse mit 23,48 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für deine Spende. Dankeschön. Und Nils so, ja klar, habe ich. Saugut. Es ist freie Reifenwahl, Moni. Freie Reifenwahl. Und Sky, Dankeschön. Dankeschön für die Spende von 23,48 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. TFSI gegen Gürkan Tally. Das ist das Duell im Moment mit dem geringsten Abstand. Philipp kann sich weiter absetzen vom Kollegen Finn. Deswegen bleiben wir hier ganz kurz drauf. Gleich schalten wir natürlich nochmal komplett durch. Also, Gürkan Tally muss sich hier gegen TFSI verteidigen. Gegen unseren liebevoll genannten TFSI. Oh, und das ist gelb. Und das ist gelb. Und man sieht nichts auf der Minimap. Was ist denn los hier? Einfach nicht zu sehen. Oh, Eddie wird einen Ausritt gehabt haben. Eddie mit dem Ausritt. Eddie wird jetzt hier verfolgt von Philipp. So, machen wir direkt mal. Ne, machen wir anders. Machen wir anders hier. Brennen zwei Bilder. Auf geht's. Tüttung. Eddie hatte irgendwo den Fehler, glaube ich. Denn so schnell kann er da nicht rankommen, der Philipp. Und natürlich auch Finn. Mit dem Schaden, schwupp, ist er da. Da gab es irgendwo den Zwischenfall. Ganz kurz gelb ausgelöst. Irgendwo über die Gras nahe gegangen. Was hatten wir eigentlich beim letzten Mal für eine Summe? Dezentriert 13.000 Euro. Und seitdem der Spendenstand über 7.050 gegangen ist, sind wir bei einer Gesamtsumme von 40.000 Euro für den guten Zweck. Eddie hat keinen Schaden. Eddie hatte keinen Schaden, ne. Eddie hat nur, ich glaube Nils, Eddie hat nur mal geguckt, wie man mit so einem schicken Nissan GT ein bisschen Rasen weht. Ja, mehr war da aber, glaube ich, nicht. Denn sonst hätte er natürlich auch einen Schaden gehabt. So, Gürkan Tali ziemlich weit raus. Gibt das eine Strafe? Gibt das eine Strafe für Gürkan Tali? Im Moment sieht es nicht danach aus. So, Eddie muss natürlich jetzt den Abstand wieder wahren. So, Gürkan Tali Richtung Box. Kev auf Position Nummer 11. Wir gehen einmal komplett durch. Also, einmal komplett durch, durch die Meute. Bullet an Position Nummer 12. Dann haben wir Kev an Position Nummer 11. Gürkan Tali an 10. Misanthropics, Position Nummer 9. Dann haben wir Thun Schumann an Position Nummer 8. TFSI an Position Nummer 7. 5,4 Sekunden der Abstand Richtung Artie. Dann haben wir den Kollegen Finn mit dem Frontschaden hier im Mazda RX Vision. Eddie ist gerade eben von Philipp überholt worden. Also, Philipp geht dran vorbei. Und dann haben wir Riethelm an Position Nummer 2. Und den Kollegen Eis an Position Nummer 1. So, Philipp von Feelgood Racing. Und Position Nummer 9 gestartet. Jetzt auf Position Nummer 3. Der viertelvolle Tank. Genau das gleiche wie der Eddie. Nur der Eddie hat die vorderen Reifen etwas mehr belastet. Hier mit dem Nissan GTR. Der Ford hier wirklich richtig sparsam. Was die Reifen anbelangt unterwegs. Spar Eddie Spar. Ich sag ja, ich klammert zu viel. Ja, der Eis macht dann wieder so. Meins. Ja, meins. Position Nummer 1 ist meins. Ja, so. Der Eis macht den Spiel von der Ball. Der Riethelm sagt, lass mir auch mal gewinnen. Und der Eis sagt, nee. Das ist doch gemein. Wir wissen natürlich, Eis ist extrem stark unterwegs. Also, man dreht wirklich richtig stark. Riethelm auch hier auf Spa. Richtig, richtig geile Zeiten. Er ist ja von der Pole gestartet. Jetzt auf Position Nummer 2. Natürlich wichtige Punkte für Project Apex. Green, ne? Ja, green. Für Project Apex Green. Und mal schauen, wann ich gleich die Information bekomme, dass die Tabelle aktuell ist. Dann können wir da gleich auch einmal gucken. Im Moment sind natürlich die Tabellen noch nach dem dritten Rennen. Und dann springen wir gleich mal rein. Gucken uns das gleich mal an. Was für Auswirkungen natürlich auch die Nicht-Teilnahme von Rooster Racing Squad hat. Der Eis ist ja jetzt bei Rooster Racing Squad unterwegs. Gehen wir einfach mal davon aus, dass er die 120 Punkte holt. Dann haben wir natürlich noch Road Atlanta. Und das müssen wir dann natürlich auch nochmal hochrechnen. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Allerdings, das Endergebnis gibt es natürlich dann, wie schon aktuell. Das kann ich dir gar nicht sagen, Moni. Ob Eis noch andere. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wie schon längst aktuell. Hast du mir das in den Chat geschrieben? Was noch? Also, dann machen wir das doch ganz kurz. Philipp kann im Moment vor Eddie bleiben. Habe ich auf jeden Fall im Blick. Und wir blenden mal die aktuelle Tabelle ein. Also, aktualisieren wir mal. Project Apex Green, wie vorhin hochgerechnet, führt im Moment das Event an. Rooster Racing Squad an zwei Punkten gleich mit Feelgood Racing. Auch das haben wir schon gesehen. Hansel Racing Punkt gleich mit Feelgood Racing. Nexus Racing Concept an sechs. Dann haben wir Project Apex Red. Dann haben wir die Kollegen von WS Racing Blue. Feelgood Racing drei. Coyote vier vor eins im Moment. Und dann haben wir Cytex auf zwölf. IRC auf dreizehn. Kotzbär zwei an vierzehn. Cameracing, Nollar Racing. Aufgrund der Nicht-Teilnahme natürlich. Und das geht natürlich dann immer so weiter. So, also. Natürlich haben wir im Blick, wenn Philipp und Eddie hier wieder näher rankommen, dann blende ich sofort die Tabelle aus. Sobald es hier unter 0,5 Sekunden geht. So, und das ist die komplette Tabelle. Unter Ausrufezeichen Tabelle. Könnt ihr sie natürlich sehen. Und da wird natürlich noch was gehen. Im Moment ist Ghostbusters Racing mit der roten Laterne leider mit dabei. Also, dreimal Feelgood Racing in den Top 10. Starkes Ding auf jeden Fall. Auch Coyote zweimal in den Top 11. Project Apex auch beide Teams unter der Top 7. Stark. Also wirklich sehr, 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 sehr stark. So, und wer natürlich die Tabelle sehen möchte, oben läuft sie natürlich komplett durch. Alle Strafen sind schon mit berücksichtigt. 57 Teams. Genauso ist es Knutzer. 57 Teams mit über 220 Fahrern. So, Philipp gegen Eddie. Es nimmt kein Ende. Wir packen euch das natürlich oben hin. Könnt ihr einmal komplett eben durchs Feld gehen. Im Moment ein bisschen Abstände, außer bei Misantropics und Turnschuhmann. Also, Philipp und Eddie und natürlich Turnschuhmann und Misantropics. Und Misantropics, schaut euch diese Vorderreifen an. Die hat er komplett gekillt. Und die sind komplett erledigt. Deswegen geht jetzt auch der Kollege Turnschuhmann dran vorbei. Sollte er zumindest. Das Asert Team locker eine Top 35. Blending. So muss das. So muss das sein. 35 ist, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Also, ein bisschen, also zweite, zweite Hälfte, ja. Man darf sich auch verbergen an die Windbahn. Plätze und Plätze sollte man erwähnen. Eifelman, das machen wir gleich auch noch. Sobald wir hier ganz kurz Ruhe haben mit Philipp und Eddie. Außerdem haben wir natürlich die Tabelle jederzeit griffbereit unter Ausrufezeichen Tabelle. Turnschuhmann. Position Nummer 7. So, auf geht's. Eis ist an der Box. Misantropics mit den Vorderreifen. Keine Chance mehr dran zu bleiben. Also, keine Chance mehr dran zu bleiben. Die nächsten Boxenstops. Und damit auch die letzten Boxenstops, würde ich sagen. Wenn es denn hier Mediums wären. So, zweiter Boxenstopp nach 37 Minuten. So, Kev an Position Nummer 12. Philipp ist jetzt hier in der Box. Also, Box, Box, Box für den Kollegen Philipp. Oben rechts im Bild zu sehen. Und Kev an Position Nummer 12. So, und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Tabelle nochmal einzublenden. Im Moment passiert hier genau gar nichts. So, und dann fangen wir natürlich an. Ghostbusters 37. GBB Racing 56. 56. GBB Racing Broadcast Racing Team auf Position Nummer 55. Klabauter Männer 54. RPFT an Position Nummer 51. Lefties und Losties im Moment an 52. Petrol Reds Racing Team an Position Nummer 51. The Endurance Group an 50. Karthalle Wittlich an Position Nummer 49. Speed Up Motorsport an 48. Bonsai Racing Team rot an 47 im Moment. Und natürlich alles super spannend noch. Also, da kann sich auf jeden Fall noch was ergeben. Coyote Racing Club 3. Dann haben wir die Evolve Racing. In Fight Team. GT 7 Community. Kotzbär Racing Team. Karthalle Wittlich E-Sport 2. Dann haben wir die Kollegen von Magic Stars. Bonsai Racing. Orange. PMP. Blue Sharks Racing Team. Bonsai. The Other Team. Moonshine Crew. Moonshine Crew. 15 Racing. Next Level Performance Pro. Und AM. Nur 4 Punkte. Das Schwester Team auseinander. So. Teams Canadian Flick. Die Jungs sind ja hier in der Lobby gerade unterwegs. RPFT an Position Nummer 29. F1 Revolution. Dann haben wir RB Racing. White Planet E-Sports. Bonsai Racing Team Blau. RTO an 24 im Moment. Team NOB an 23. GS Racing Black an 22. Coyote Racing 2 an Position Nummer 21 im Moment. Nach dem Rennen Nummer 4. Und hier haben wir die gleichen Kollegen schon wieder direkt hintereinander. Da gehen wir gleich natürlich auch direkt drauf ein. So. Dann haben wir Spartan Racing Team an 20. GTRP an 19 im Promotorsport. WS Racing Yellow. NOLA. Kame Racing. Kotbär TV Racing Team 2. Dann haben wir International Racing Crew. Und Cytex. Und über die restlichen haben wir ja schon gesprochen. Als wir gerade hier wieder rausgesprungen sind. So. Also. Das auf jeden Fall die komplette Tabelle. Und natürlich wie auch schon gesagt. Ausrufezeichen Tabelle immer mit dabei. So. Gehen wir direkt wieder zurück ins Renngeschehen. Denn die Jungs haben ihren Boxenstop absolviert. Dreiviertel voller Tank. Bedeutet auf jeden Fall Durchfahrmöglichkeit. Gürkantali an Position Nummer 8. Arti war ebenfalls schon drin. Genauso wie Misanthropics. So. Cave an Position Nummer 11. Bullet an Position Nummer 12. So. Also. Eis. Dreiviertel voller Tank. Da ist der Drops auf jeden Fall schon mal gelutscht. 4,7 Sekunden Abstand hier. Handy will eher als deine Finger. Ja. So. Exterminator. Hallöchen. Philipp an Position Nummer 3. Finn an Position Nummer 4. Und Eddie ist dran. Ja. Das wird unser Duell, glaube ich. Genauso wie Gürkantali und TFSI. So. So. Arti und Turnschuhmann und Dankeschön von Mr. G-Star. Mr. G-Star. 50 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön an Mr. G-Star. Dankeschön für 50 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Mal jemand meine Waschmaschine ausmachen, dass es gepiepennervt. Ja. So. Ich möchte aber nicht aufstehen, ich möchte aber nicht aufstehen, weil es so spannend. So. Turnschuhmann, Arti, Gürkantali. Ja, der kann im Moment mit TFSI, kann er mitgehen. Wir haben gerade die 2.15.6 gesehen. Ne, im Moment ist der TFSI ein bisschen schneller. Und deswegen bleiben wir beim Kollegen Eddie. Der ist gerade unterwegs hier mit dem Kollegen von Feelgood Racing, Riethelm und natürlich dem Kollegen Eis. So, siehste, Nils geht schnell. Letztes Mal war es die Spülmaschine. So, komm, Eddie. Gib Gas. Nexus Racing Konzept gegen Feelgood Racing. So, da muss ich aber einmal ganz kurz nachgucken. Ist es Feelgood Racing 1? Es ist Feelgood Racing 1. In der Gesamtwertung bedeutet das im Moment Position Nummer 4 gegen Position Nummer 6. Und diese beiden Teams trennen 2 Punkte. Sie trennen 2 Punkte. Und bei der Hochrechnung, wenn wir jetzt natürlich so hier über die Ziellinie gehen, wir haben ja nur noch 18 Minuten. Wo sind die 42 Minuten schon wieder hin? Kann mir jemand sagen, wo die 42 Minuten schon wieder hin sind? Das geht ja hier heute so. Wir haben noch 17 Minuten. Und wenn das so über die Linie geht, dann sind es 4 Punkte Abstand für Road Atlanta. Wird das spannend. Wer holt sich hier den Titel vom Spenden-Stream? Ganz am Ende ist es nicht so wild. Ganz am Ende, ernstes Ruhm und Ehre, war es bei einem richtig geilen 48 Stunden Spenden-Stream mit dabei. Aber natürlich ist der Ehrgeiz natürlich gegeben. Gesunder Ehrgeiz, so wie wir es gesehen haben. Natürlich, der eine oder andere Unfall ist passiert. Aber ganz am Ende sind die Jungs ja auch so erfahren, dass sie das Ganze verhindern. Und wir hier nicht mit irgendwelchen Crash-Kids fahren, sondern mit erfahrenen Fahrern, die in vielen Ligen unterwegs sind. Und deswegen auch nochmal Dankeschön für diesen reibungslosen Ablauf bis hierhin. So, gehen wir mal eben kurz 2 nach vorne. Gucken uns an, wo sich denn der Riethelm rumtreibt. Also, Riethelm und der Kollege Eis. 5,7 Sekunden Abstand im Moment. 5,7 Sekunden Abstand. So, weiche Reifen. Da, besseres Material bei Riethelm. 2,16, 0,01 gegen die 2,15, 3,3,1 im letzten Umlauf. Also, ein bisschen konnte da auf jeden Fall der Eis noch gut machen. Mal schauen, ob vielleicht in 15 Minuten da noch was drin ist. Sprittechnisch auf jeden Fall genug mit dabei, um die 15 Minuten hier natürlich komplett durchzufahren. Also, Boxen-Stop bereinigt ist es auf jeden Fall. So, bis auf der TFSI. Der wird uns nochmal Richtung Box verlassen. Genauso wie Gürkan Thali. Arti war schon drin. Genauso wie der Kollege Turnschuhmann. Misantropics, Kev und auch der Kollege Bullitt. Und den hatten wir heute noch gar nicht so viel im Bild. Der ist dran am Kollegen Kev. WSR gegen Project Apex. Also, WS Racing gegen Project Apex. Position Nummer 11 und Position Nummer 12. Ford Mustang gegen Nissan GTR. Hier aufs Fahr unterwegs. Und Eddie ist ebenfalls extrem nah unterwegs. Und Micky, wunderschönen guten Tag. Hallöchen, herzlich willkommen. So, also auch hier der 12. Platz ist ganz nah dran. An dem Kollegen Kev hier an Position Nummer 11. Mal schauen, ob er sich hier ran saugen kann, der Bullitt. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die Reifen an. Mediums gegen Weiche im Moment. Also, die Weichenreifen beim Kollegen Bullitt werden natürlich früher abbauen, als die Mediums. Aber im Moment sind die Weichen deutlich schneller, als die Mediums, die jetzt gerade der Kev gerade hier drauf hat. So, und Kev ist unterwegs für WS Racing. Kev ist unterwegs für WS Racing Yellow. Und die Kollegen befinden sich gerade an Position Nummer 17. Aber werden natürlich an den weiteren Jungs, die jetzt in Liga Nummer 2 unterwegs sind, zumindest ein Stück schon mal rangehen. Und nochmal ein paar Plätze gut machen, während sich Bullitt jetzt gerade eben die Strafe einfängt. Also, Strafe für den Kollegen Bullitt. War das jetzt die gleiche? Mr. G-Star mit weiteren 50 Euro. Mr. G-Star zweimal mit 50 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. So, komm Bullitt, lass fliegen. Und Eddie sehen wir natürlich oben rechts im Bild. Die letzten 13 Minuten, Mr. G-Star. Vielen, vielen lieben Dank für 100 Euro. Dankeschön. Zweimal Fuffi hintereinander. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, Kev kann sich natürlich jetzt gleich erstmal absetzen. TFSI, Gürkan Tali, wie gerade schon erwähnt, Richtung Box unterwegs. Halbvoller Tank muss reichen, dann wieder raus mit frischem Material. Und dann geht es hier in die letzten 13 Minuten. 0,9 Sekunden der Abstand. Riethelm, Philipp, Finn und natürlich der Eddie. Also, weiter geht es hier im Geschehen. Und TFSI und Gürkan Tali. Da bin ich gespannt, wo sie rauskommen. Wie groß ist der Abstand Richtung Kev? Das sind 52 Sekunden. Der Boxenstopp wird auf jeden Fall ein bisschen was dauern. Bleiben wir hier auf dem Hauptbildschirm beim Kollegen Philipp, Finn und dem Kollegen Eddie. Oh, Kev hier mit dem Drift um die Ecke. Und Gürkan Tali kommt jetzt wieder aus der Box. Kev gerade über Start und Ziel. Ich habe gedacht, okay, vielleicht geht da noch was, was das Duell anbelangt. Aber leider auf jeden Fall hier keine Chance, für Kev irgendwie an Gürkan Tali dran zu kommen. Und deswegen für Hanse Racing Group wichtige Punkte, auch auf Position Nummer 10. Und danke nochmal für die Spende. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir sind insgesamt auf 8.360, 64. Dankeschön. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Vielen, vielen lieben Dank. Finn bleibt dran. Eddie ist direkt dahinter. Position Nummer 6 gegen Position Nummer 4 und direkt davor ist Position Nummer 3 in der Gesamtwertung. ist das knapp hier auf zwar 10 Minuten. 10 Minuten und 10 Sekunden, während sie über die Linie gehen. Also 6 Runden sind noch zu absolvieren. 6 Runden auf Spa. Und wir fahren mit 0,4 Sekunden und 0,9 Sekunden hintereinander her. Kommt jetzt die Attacke. Nissan GTR gegen Mazda RX Vision. Natürlich macht Finn zu, ist ja klar. Fährt erstmal rechts rüber. Anbremsphase. Denn jetzt kommt die nächste Schikane. Und damit bleibt der Kollege Finn erstmal vorne und lässt den Eddie hinter sich. So, Gürkan Tali, wie schon gesagt, auf 10 wieder rausgekommen. Bullet auf Position Nummer 11. Und Kev jetzt auf Position Nummer 12. Also, da gab es auf jeden Fall Probleme beim Kollegen Kev, während wir hier beim Dreikampf unterwegs sind. Leider haben wir keinen Regen. Leider haben wir keinen Regen. Aber wir haben auch im Red Bull Ring auch schon mal ein Regenrennen gehabt. Das ist drei Minuten vorher. Kam plötzlich unerwartet der Regen und es ist in Chaos geendet. Aber von mir aus, fang an zu regnen. Ja, wäre okay. Ich würde es auf jeden Fall nehmen. So, das ist im Moment der Dreikampf. So, Arti gegen Turnschuhmann. 1,3 Sekunden. Haben wir natürlich auch im Blick. Oben rechts. Und es sind noch 8,5 Minuten. 8,5 Minuten, die wir hier haben, die wir nutzen können für den Platztausch zwischen Philipp, für zwischen Finn und zwischen Eddie. Du solltest Petrus besser bezahlen oder schlechter. Je nachdem. Nils hat auf jeden Fall die Anspannung. Ich glaube, ich spüre sie. Sogar ich spüre sie, Nils. Wenn der Kollege hier gerade hinter den beiden Feelgood-Racing-Kollegen hinterher fährt und man natürlich weiß, geht man an beiden vorbei, wird es natürlich noch spannender im nächsten Rennen auf Road Atlanta. Raptor, das leider ja. Hoffen wir natürlich, dass wir gleich keine Probleme haben in der nächsten Lobby. Leider ja, aber Raptor, das haben wir leider. Aber was sollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Ich würde das sofort ändern, wenn wir die Möglichkeit hätten, eigene Server zu stellen. Dann würden wir als Community garantiert einen extrem geilen Server haben. Leider so haben wir es manchmal mit dem Längen. Aber natürlich können wir trotzdem fahren. Wir können trotzdem fahren. Das ist schon mal wichtig. Aber es gab schon deutlich bessere Rennen. Und warum das nicht immer einfach stabil läuft. Doof. Coolman, fährst du das letzte Rennen? Nee, der Lindes. Ein Lindes sehen wir gleich. Team intern ist hier auch noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen. Auch team intern sind hier acht Punkte Unterschied. Im Moment Feelgood Racing 2 vor Feelgood Racing. Und da will natürlich der Finn auch noch dran vorbei, damit sie auch noch mal ein bisschen enger wird. Ein bisschen enger zur Sache geht. Riethelm Position Nummer 2 mit Worcester Racing Squad. Oh, das wird spannend. Das wird spannend. Within Project Apex Green. Dezentrift an Position Nummer 11 startet er. Oh, die Hochrechnung, das wird spaßig. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. So, 104,5 Stunden, Peter. So, jetzt sehen wir es. Eddie wird ein bisschen... Wird der Platz etwas größer. 1,3 Sekunden. Wir gehen nochmal komplett durchs Feld. Also, Kev im Moment an Position Nummer 12 unterwegs. Von P11 in Atlanta starten wir täglich. Ich drücke die da um, die Zentrifft. So, Kev an Position Nummer 12 unterwegs. Und wir sehen es, er hat die Axtbeschädigung. Also, Axtschaden hinten rechts. Dann haben wir den Bullet. An Position Nummer 11. Position Nummer 10 ist Gürkantalli. Position Nummer 9 ist TFSI. Mesantropics an Position Nummer 8. Planamati an Position Nummer 7. An Position Nummer 6 ist der Turnschuhmann unterwegs. Eddie an Position Nummer 5. Finn mit Philipp an Position Nummer 4 und 3. Riethelm an Position Nummer 2 und Eis an Position Nummer 1. Und vielen Dank an Merlin Storter für 50 Euro. Dankeschön. Vielen lieben Dank für 50 Euro. Dankeschön, Merlin Storter. Vielen, vielen lieben Dank. Und ihr seht es, Stallorder ist hier nicht. Stallorder gibt es hier nicht bei Feel Good Racing. Wir haben es gerade gesehen, da gab es sogar den kleinen Kontakt. Er will dran vorbei. Philipp will dran vorbei. Und beide müssen natürlich aufpassen, denn Annie von Nexus Racing Concept ist direkt hinten dran. Die letzten beiden Runden sind angebrochen. Die letzten beiden Runden auf Spa. Ist im Moment ohne Probleme an Position Nummer 1. 7 Sekunden. 7 Sekunden Abstand. Riethelm mit 24 Sekunden vor der Meute, die wir jetzt gerade hier auf dem Hauptschuhl. Hauptbildschirm sehen. Ach, sieben, Moinsen. Berlins Storter, vielen, vielen lieben Dank für die 50 Euro. Dankeschön. Da wollte er nicht rausziehen. Da wollte er nicht rausziehen. Das war ihm zu knapp. War auch genau richtig. Aber Eddie ist dran. Und da gehen wir mal rein. Komm. Ab in den Nissan GTR. Wie wäre es denn noch mit Regen? Wie wäre es denn noch mit Regen? Also es wird auf jeden Fall dunkel. Wir sind in der Cockpit Perspektive vom 5 platzierten Nexus Racing Concept, Eddie. Die letzten anderthalb Runden ungefähr. Etwas weniger als anderthalb Runden. Wir gehen jetzt gleich auf die Gegengrade. Wir gehen auf die Gegengrade. Und dann sind wir unterwegs. Und da gehen die Scheibenwischer an. Da gehen die Scheibenwischer an. Es fängt an zu regnen. So, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte die TV Perspektive. Es fängt an zu regnen. Geht jetzt hier innerhalb der letzten anderthalb Minuten der Monsunregen runter. Haben wir Chaos pur. Eis ist schon auf Ende Camel Street. Riethelm ebenfalls schon unterwegs. Aber Finn, Philipp und so weiter. Die sind gerade eben in der letzten Runde. Und wir wissen, wie schnell sich das hier auf Spa entwickeln kann. Und Nils, du weißt ganz genau, wenn der Wolkenbruch losgeht. Wir hatten mal ein Nordschleifen-Event. Da sind die Jungs mit Slicks im kompletten Regen unterwegs gewesen. Da ging nichts mehr. Da ging nichts mehr. Alles stand nur noch neben der Strecke. Es fährt schon auf der Felge. Der hat auch bei G-Regen Grip. Ja, das könnte sein, Mellman. Ja, macht er auf jeden Fall ganz, ganz stark. Und, äh... Ja, ja. Ja, warte. Ich blende eben kurz ein. Da. Schaut euch die Reifen an. Oben rechts war ein bisschen klein. Ja. Aber er ist schon wieder auf der Felge unterwegs. Er ist auf der Felge unterwegs. Hat er einfach keinen Bock hier. Nö. Nö. Reifen sind ihm einfach zu teuer, dem Eis. Ja. Er nimmt einfach keine. Er will keine haben. Nee, ich fahr das Ding einfach so zu Ende. Ja. Und tatsächlich ist er noch flott unterwegs. Aber Retail mittlerweile 3,3 Sekunden dran. So. Okay. Tropfen. Das wird uns hier auf jeden Fall kein Regenchaos beehren. Retail gegen Eis. 2,7 Sekunden. Basstop-Schikane gleich noch. Und dann geht's über die Linie. Sollte rein theoretisch der Sieg für den Kollegen Eis sein. Und wir haben natürlich noch den Dreikampf. Oben rechts im Bild. Jetzt aber erstmal die Überfahrt. Überstart und Ziel. Und damit Zieleinfahrt für den Kollegen Eis. Jetzt vorsichtig rausbeschleunigen. Und damit geht Eis über die Linie. Herzlichen Glückwunsch. Riethelmann 2. Dann haben wir Fynn an Position Nummer 3. Mit Philipp im Schlepptau. Auch hier genau richtig getankt. Mit der letzten Pfütze geht's jetzt hier über Start und Ziel. Also, Ziellinie ist gleich da. Und zwar genau in diesem Moment. Und damit Doppel... Doppelplatzierung für FGR. Also 3 und 4. Nexus Racing Concept an Position Nummer 5. Nollarm Position Nummer 6. Mit Turnschuhmann. Arti an Position Nummer 7. Auch Glückwunsch natürlich. Dann haben wir Misanthropix. Das dritte Feelgood Racing Team. Aber Misanthropix ist zufrieden. Also Position Nummer 8. TFSI an Position Nummer 9. An Position Nummer 10 ist dann der Kollege Gürkantalli. Ebenfalls gerade auf dem Weg. Bullet ist schon abgewunken. An Position Nummer 11. Also TFSI auch dir. Glückwunsch zu Position Nummer 9. Also Bullet an 11. Und Kev an Position Nummer 12. So, Gürkantalli an 10. Hier haben wir den Kollegen Bullet von Project Apex. Und WS Racing. Der Kev hier an Position Nummer 12. So, gehen wir direkt weiter. Hier blenden wir natürlich das Ergebnis ein. Das sind die Ergebnisse. 1,9 Sekunden Abstand. Waren es dann ganz am Ende. Also eine Runde mehr. Und dann wäre es natürlich für den Kollegen Eis nicht aufgegangen. 1,9 Sekunden. Stark auf jeden Fall. Starkes Rennen von allen. Und das ist Position Nummer 1 bis 8 gewesen. Und hier haben wir TFSI, Gürkantalli, Bullet. Und den Kollegen Kev. So, also das war das zweite Rennen hier heute beim Finale des Spenden-Streams. Und Glückwunsch ans Podium. Richten wir natürlich aus. Und Nils, du wirst wahrscheinlich auch zufrieden sein. Und huu, hallöchen Maxi-King. Und damit gehen wir natürlich jetzt direkt Richtung Road Atlanta. Aber wir haben ja auf jeden Fall noch zwei Tassen. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall verlosen. Und ja, diesmal gibt es eine andere Tasse. Ja, für diejenigen, die jetzt hier. Also Hase, bitte. So, wir haben nämlich noch eine neue Variante. Und zwar hatten wir nicht, wir hatten keine zehn weißen Tassen. Ja, das ist der Hintergrund. Und deswegen gibt es die mit ganz, ganz dunkelblauem Rand. Ansonsten ist es die gleiche Tasse. Henkel und der Rand ist halt dunkelblau bis schwarz. Je nachdem, ja, eher dunkelblau. So, also, diese Tasse, zwei Stück gibt es da überhaupt nur von. Deswegen Ausrufezeichen, Tasse in den Chat. Also, wer eine haben möchte, Ausrufezeichen, Tasse in den Chat. Das machen wir natürlich. Ihr dürft natürlich auch während des Trailers gerne weiterschreiben. Ausrufezeichen, Tasse. Das funktioniert auch im Hintergrund. So, äh. Genau. Das wollte ich sagen. Und Dings auch. Äh, was wollte ich sagen? Genau. Wir gehen jetzt Richtung Trailer. Der kleine CT muss nämlich mal Richtung Keramikzimmer. Also, Gewürzgurke ist auch zufrieden mit den Kollegen von FeelgoodRacing. Und ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit den beiden Trailern. Und, äh, vielleicht kriegen wir dann auch nochmal den Amigant-Trailer zu sehen. Viel Spaß! Stell dir vor, du bist immer traurig. Stell dir vor, du kannst nicht aufhören zu denken. Stell dir vor, das alles spielst du zur selben Zeit. Das ist schon für einen Erwachsenen nicht einfach. Dann stell dir jetzt vor, wie das für ein Kind oder einen Jugendlichen sein muss. Eine Depression wird nicht ermakernd. Aber es gibt Hilfe. Also, es ist so, dass drei Viertel der psychischen Erkrankungen eben schon im Kindes- und Jugendalter entstehen. Und Suizide in Deutschland mittlerweile bei Jugendlichen die zweiträufigste Todesursache darstellen. Und, ähm, wir wollen mit unserem Programm da eben ansetzen und dem entgegenwirken, dass diese psychischen Erkrankungen so früh entstehen. Ich engagiere mich als Ehrenamtliche für Youth Aware of Mental Health, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Programm großflächig jungen Menschen helfen kann. Also, die Ehrenamtlichen nehmen bei uns eine sehr zentrale Rolle in dem Programm ein, da eben dieses Programm durch zwei Ehrenamtliche in den Schulen durchgeführt wird. Und die Ehrenamtlichen bekommen eine einwöchentliche Schulung von uns, von zertifizierten Trainern und werden dabei auf die Situation in der Schulklasse und die Durchführung des Programms ausführlich geschult. Ja, ja, wir haben jetzt ein internationales Projekt mit hervorragenden wissenschaftlichen Ergebnissen. Die sind Reduktion von Suizidversuchen um 50 Prozent, Reduktion an Neuerkrankungen, an Depressionen um 30 Prozent. Das hat uns so überzeugt, dass wir gesagt haben, dieses tolle Programm müssen wir unbedingt nach Bayern holen. JAM richtet sich an Schülerinnen zwischen 13 und 17 Jahren und wird dementsprechend in Schulklassen ab der achten Jahrgangsstufe durchgeführt. Und das Programm läuft so ab, dass zwei Ehrenamtliche in eine Klasse gehen. Das ist einmal die Kursleitung und die Kursassistenz, die gemeinsam dieses Programm durchführen. Und es geht darum, spielerisch und über Diskussionen und Rollenspiele die Themen Depression und Krise zu thematisieren und mit den Jugendlichen darüber in den Austausch zu kommen. Ja, mentale Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Hier müssen wir als Gesellschaft ganz, ganz viel dazulernen. Mit unseren vielen Ehrenamtlichen wollen wir das Thema ein Stück weit in die Gesellschaft bringen. Und natürlich auch über die Schüler, die wir in den nächsten Jahren damit erreichen werden. Und natürlich auch über die Schüler, die wir in den nächsten Jahren haben. Und natürlich auch über die Schüler, die wir in den nächsten Jahren haben. Und natürlich auch über die Schüler, die wir in den nächsten Jahren haben. Und natürlich auch über die Schüler, die wir in den nächsten Jahren haben. Dankeschön. 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 So, dann haben wir Lindes, dann haben wir Pro RSF, dann haben wir Ötty, dann haben wir Stan Gewalt. So, zweimal Nissan GT-R hier unterwegs. So, Freak gegen Enzo Ferrari. Jetzt Bendy Ranch, jetzt kommt Konstanz. Boah, Holla die Waldfee, oder? Schaut euch das an. Was für Duelle in den ersten drei Runden. Und wir haben es gerade gesehen, der Abflug vom Kollegen Vermont und auch Ötty hatte Probleme. Ötty hatte Probleme, Vermont ist dran vorbei und Vermont hat wieder Probleme hier mit der Anbremsphase auf der Rechtskurve. Ne, der fährt Nissan GT-R 13, steht hier auch schön auf meiner Liste. So, Centurio. Eiffel Blitz vorne mit dabei. Vermont, Ötty, Stan Gewalt jetzt in der Box, gerade eben angekommen. Sehr ärgerlich natürlich für Stan Gewalt von Feelgood Racing 3. Pro RSF an Position Nummer 10. Hier die Meute natürlich, die sieben Kollegen. Ausnahmsweise nicht, Sascha. So, Lindes an Position Nummer 9. Maple an Position Nummer 8. Und dann diesem heute hier rund um Eiffel Blitz mit Xim Racing und zur Ferrari mit Freak. Und jetzt die Anbremsphase hier. Lasst euch auf jeden Fall Platz da. Lasst euch Platz und jetzt unter der Brücke durch. Und da geht auch direkt Centurio dran vorbei. Nimmt die Lücke direkt mit. Gauti, Dankeschön fürs Abo im fünften Monat. Hallo zusammen. Hallöchen und herzlich willkommen. Ja, hier haben wir GT-R auf jeden Fall mit dabei. Und ein paar mehr tatsächlich. Aber auch Porsche, Hyundai Genesis, alles mit vertreten. So, Centurio gegen Eiffel Blitz hier an Position Nummer 5. Centurio auf Position Nummer 4 vorgefahren. Und jetzt kommt Tommy Gunn, setzt sich hier neben Eiffel Blitz. Maple mit Dezentrift unterwegs, oben rechts im Bild. Tommy Gunn daneben, Eiffel Blitz mit Problemen beim Rausbeschleunigen. Jetzt ausruhen, lasst euch da auch genug Platz. Und Tommy Gunn geht jetzt auf Position Nummer 5. So, Dezentrift probiert es ebenfalls. Project Apex dran vorbei an BSR. Tommy Gunn mit dem M6 unterwegs. Uh, was ist da passiert bei Enzo Ferrari? War das der Strafenabbau? Ich gehe davon aus, da war eine Strafe mit dem Spiel, oder? Ich gehe davon aus, da war eine Strafe mit dem Spiel. Und das neue Duell geht natürlich hier direkt weiter. Wie sieht es aus beim Kollegen Vietje? Vietje gegen Vermont, auch da nur noch 0,6 Sekunden. Und das ist der Abflug von Eiffel Blitz. Das ist der Heckschaden. Heckschaden von Eiffel Blitz auf Position Nummer 12. Jetzt habe ich gerade auf den rechten Monitor getrunken. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob es da einen Kontakt gab. So, Vermont an Position Nummer 11. Vietje 10 pro RSF. Natürlich sind die Meuthen hier immer noch zusammen. Nur Eiffel Blitz gerade eben rausgeflogen. Maple, Tommy Gunn. Und das geht hier hundertprozentig noch die nächsten Minuten so weiter. Ja, 54 haben wir noch auf der Uhr. Blitz aufs Gras gekommen. Ach, Mann. Ich gucke noch mal weg. Aber ich bin gerade bei Maple drauf. Alle KWE-Fans so, nee, mach da nicht. Mann. Also, aufs Gras gekommen, sagt Sascha. Da ist natürlich schade. Und da kommt die nächste Spende rein von Scouty. Scouty, vielen lieben Dank für 20 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, Tommy Gunn an Position Nummer 4. Dankeschön, Scouty. Vielen, vielen lieben Dank an jeden einzelnen. 275 Spenden. So, Centurio an Position Nummer 3. Freak an Position Nummer 2. Und Xim Racing. Der denkt sich, weißt du was, ich mache einfach eine andere Liga auf. Ja? Ich mache einfach eine andere Liga auf. Hört auf, Habzug fliegen, meine Fingernägel sind alle. Wie so eine alte Schreibmaschine. Ding, 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 ding. Ich habe auch eine Fingernägel zu kommen. Renzo Ferrari, Maple und Dezentrift jetzt hier zu dritt unterwegs. Vermont und Vietje sehen wir oben rechts. Die sind direkt dahinter. Project Apex hier an Position Nummer 7. Vietje an Position Nummer 8. Vermont oben rechts eingeblendet an Position Nummer 9. So, wird es jetzt die Attacke geben Richtung Enzo Ferrari. Ich glaube, da gab es gerade eben die Strafe. Tommy Gang dadurch 2,3 Sekunden entfernt. Centurio jetzt schon auf Position Nummer 3. Also, Position Nummer 3. Und ich würde sagen, wir gehen hier auf jeden Fall rüber. Das gucken wir uns im kompletten Spektakel an. Go, Centurio holt jetzt 2. Im Moment 1,6 Sekunden. Und wir wissen, Centurio ist schnell unterwegs. Leider hat er zwischendurch mal so einen kleinen Ausritt dabei. Aber wir hoffen natürlich heute nicht. Komm, lass fliegen das Ding. Lass fliegen das Ding. Der BMW M6 von Tommy Gunn hängt ihm im Nacken. Persönliche Bestzeit. 67.000 hier rausgefahren. Maple im Moment an Position Nummer 6. Vor Dezentrift, vor Project Apex. Sim Racing für Feel Good Racing 1 unterwegs. Freak für NRC. Dann haben wir Spartan Racing Team an 3. CRC an Position Nummer 4. Der Tommy Gunn ist für CRC 1 unterwegs. Enzo Ferrari dann für die Kollegen von Feel Good Racing 2. Dann haben wir KWE 2 mit Maple. Dann haben wir Project Apex. Der Kollege Dezentrift für Project Apex Green. Dann haben wir den Kollegen Vermont für die Kollegen von RB Racing. So, die anderen sehen wir gleich, natürlich auch noch. Also, Tommy Gunn hier erstmal hin zur Ferrari. Maple Dezentrift. Vermont, Vietje. Dank für die Kollegen. Und HRG unterwegs. WS Racing Pro SF. Das ist Black. Gefolgt von Eifel Blitz. Das ist WS Racing Yellow. Wo ist sie denn? Da ist sie. Yellow. Dann haben wir Project Apex Red. Dann haben wir Rooster Racing Squad. Und Feel Good Racing. Der Stan Gewalt. Feel Good Racing 3. Also, so im Moment die Reihenfolge. Und Xim Racing mit der 1.16. 0.2.8. Im Moment die absolute Bestzeit. Gefolgt von Freak. 0.8 Sekunden dahinter. Zenturio jetzt 1.17. 1.8.2 gefahren. Okay, also ihr kommt auch mit Tommy Gunn so einen Tacken näher. Aber 2.4 Sekunden im Moment der Abstand noch. Tommy wird am Ende Zweiter werden. Freak bekommt eine Nicht-Lexus-Strafe und fällt auf 5 zurück. Zenturio wird irgendwann... Und Tommy dann P2. Ja, Sascha. Ja. Wenn das so eintreten sollte, dann weiß ich das auch nicht. Nicht mehr. So, schaut's euch an. Maple gegen Dezentrift mit Wermond im Schlepptauch. Also, wenn so ein wäre Zeug, wenn so ein wäre Zeug eintrifft, hey, dann Sascha. Kannst du mir dann bitte, kannst du mir dann bitte die Lottozahlen von nächste Woche sagen? Ja, wäre ganz nett. Also, möglich ist auf jeden Fall alles. So, Tommy Gunn hier im Sandwich. Zenturio direkt davor. Guten Tag zusammen. Hallo, Korsi. Nutzen. Du bist im falschen Chat. Du bist im falschen Chat, Knutzen. Ist auch geil. Aber ist der Erste, der passiert ist. Aber da sieht man, der Trend geht natürlich zu mehreren Streams natürlich auf, was ich extrem geil finde. Dankeschön für euren kompletten Support. Dankeschön. Ihr seid echt die Besten. So, 6, 12, 22, 29, 33, 46. Das sind aber sieben Zahlen. So, Tommy Gunn auf Position Nummer 4. Und das war der Kontakt mit Feelgood Racing, mit Enzo Ferrari. Und der muss jetzt natürlich aufpassen, beim wieder rausfahren. Enzo kommt auf Position Nummer 9 wieder zurück. So, Tommy Gunn in der Box. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Boxen-Stops hier mit dabei. Hey, Mann, ich hab's vergessen, schon wieder auszumachen. Ne, so, hier. Vermont auf Position Nummer 4 gegen Dezentrift. Während Maple und Tommy Gunn gerade in der Box sind. Ötty hat noch bitte vollen Stank. Lindes war schon in der Box. Hat die Mediums mit dabei. Zusatzzahl will er nicht. Ne, ne, richtig reich werden wollte ich nicht. Sind das nicht 6 aus 49? Da sieht man wieder, ich spiel kein Lotto, ja? Doof. So, Stangewald, Lindes, Ötty. Tommy Gunn kommt jetzt gerade wieder aus der Box. Maple genauso. Und anonym spendet hier 1,11 Euro. Also, da war doch wieder jemand hier mit ungerade unterwegs, oder? Ja. Oder sie? Man weiß es nicht genau. Aber trotzdem, vielen, vielen lieben Dank für 1,11 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. So, Vermont gegen Xim Racing. Xim Racing mit dem Motorschaden. Das ist der Motorschaden bei Xim Racing. Freak geht da durch als erster an die Box. Xim Racing mit dem Motorschaden komplett am Limit unterwegs. Und jetzt mit dem Frontschaden. Der einzige, der in der Qualifikation 1,14,962 gefahren hat. So, Pro-RSF kommt jetzt ebenfalls in die Box. Bei ihm sehen wir jetzt gerade die Lackierung, nicht? Sehen wir sie oben? Oben sehen wir sie natürlich, ne? Beides übrigens die gleiche Lobby. Schöne Grüße gehen da raus an GTSI. Pro-RSF an Position Nummer 1 jetzt unterwegs. Eine Runde geht auf jeden Fall noch. Und er übernimmt die Führung, während die anderen Kollegen alle in der Box sind, beziehungsweise waren. Liga 4 fährt im Dunkeln. Oh je, dann gewinnt Tommy. Ja, Madame. Tatsächlich, ein paar Bugs sind natürlich noch mit dabei. Gar keine Frage. Und da kommt die nächste Spende rein. Und zwar 1,11 Euro von EXO. Vielen lieben Dank für 1,11 Euro. Dankeschön euch beiden. Vielen lieben Dank an Anonym und an EXO. Mit jeweils 1,11 Euro. Das sind auch die ersten Rennen mit Verschleiß und so weiter. Aktuell vergesse ich noch immer in die Box zu fahren. Na, das kommt schneller als ein Liebes. Also man gewöhnt sich schneller dran als ein Liebes. Ich weiß. Pro RSF, wir sehen dich. Oben rechts bist du mit der Lackierung dabei. Ja, ja. Es geht debackt. Ich habe extra auf der zweiten Playsee geguckt. Und Scouti, dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. So, Eifelblitz mit der Strafe gegen Lindes. Der ist auf Position Nummer 10. Die Strafe. Enzo Ferrari wird jetzt dran vorbeikommen. Sim Racing auf Position Nummer 12 zurückgefallen. Hat die Mediums ausgepackt. Scouti, dankeschön. Lass doch mal den Vermont in Ruhe. Der arme Junge wird ja maximal gemobbt auf der Strecke. Ein bisschen Mobbing war mit dabei. So, Sim Racing hier auf Position Nummer 11. Enzo Ferrari direkt dahinter. Lindes auf Position Nummer 10. Kann er Sim Racing hinter sich lassen? Pro RSF kommt an neunter Position wieder auf die Strecke. So, da haben wir den Kollegen Pro RSF gerade eben eingeblendet gesehen. Maple ist dran am Kollegen Vermont. Der hat ein bisschen mehr getankt. Weich gegen Mittel. Okay, unterschiedliche. Mobbing ist auch blöd, Nils. Mobbing ist blöd. So, Vietje an Position Nummer 6. Dann haben wir Ötpi an Position Nummer 5. Dezent Drift an Position Nummer 4. Tommy Gun, Freak und der Kollege Zenturio jetzt als erstes wieder draußen. Hat den Hobel nur halb voll gemacht. Also, das wird wahrscheinlich weich, 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 weich werden. Einmal war ich zu viel, ne? Weich, 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 weich. Also, 3-Stopper. Nur mit Mediums hier auf Road Atlanta. Der 2-Stopper überhaupt irgendwie möglich. Zenturio übernimmt die Führung und das ist die Meute, die ihn hier jagt. Ja, früher Morgen ist meistens hell. Wenn es Nacht wird, kommen die Neon Motten. Dankeschön, Neon Motte. MeShip, herzlich willkommen. Neon Motte, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid hier zum Finale des 48 Stunden Spenden-Streams. Vielen, vielen lieben Dank. Little Meets, Hallöchen, auch dir herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Rennen, zum letzten Rennen. Und danach werden wir natürlich die kompletten Spenden vorlesen. Danke, Neon Motte, für deine Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber habe ich dir ja gestern schon den Chat geschrieben. Dankeschön, Neon Motte. Und herzlich willkommen natürlich an deine Community. Schön, dass ihr da seid. Ja, natürlich was ganz anderes. Wir sind mit Motorsport unterwegs. Das läuft hier natürlich auf dem Kanal auch immer. Und dann sind wir jetzt hier im letzten und sechsten Rennen, das wir hier auf dem Kanal übertragen. Also, Tommy Gunn ist hier auf Position Nummer 3. Der Kollege von Kyoto Racing Club. Gefolgt von Dezentriff von Project Apex und Nexus Racing Concept an Position Nummer 2. Moderatoren im Hintergrund. Könntet ihr mir sagen, wann die Tabelle aktuell ist? Vergesst mich bitte wieder nicht. Hier, ich bin auch noch da. Der Pixelfehler unten rechts. So, weiter geht's. Vielen, vielen lieben Dank, Neon Motte. Dankeschön und herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr da seid. Zu unserem fünften Spenden-Stream, den wir durchführen. Und ihr kommt auch tatsächlich genau richtig. Komm, wir machen das direkt hier an alle. Denn wir haben noch eine Tasse über. Eine haben wir noch. Mach mal das Bügelbeerenpint fertig und starte dann mal die Auktion dafür. Neon Motte, mach das. Schreib mir nur bitte einmal, am besten per Discord oder so, wie lange diese Auktion bei dir geht. So, Tommy Gunn ist dran. So, Freak auf Position Nummer 2 und ich würde sagen, komm, hauen wir die nächste Tasse raus. Also, Ausrufezeichen, Tasse in den... Ne, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht, stopp, 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 hier, er ist clear. So, hat noch keiner geschrieben. Also, Ausrufezeichen, Tasse, Speikübel ist der erste, der drin ist, perfekt, passt. So, Ausrufezeichen, Tasse und natürlich für die ganzen Raider zeige ich euch diese Tasse einmal. Und zwar ist das hier diese wunderschöne Tasse. Ich hole die mal eben hier. Warte, 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 warte. Das ist diese wunderschöne Tasse mit allen Spenden-Streams drauf, die wir gehabt haben. Mit dem Datum, mit der Reihenfolge und die könnt ihr gewinnen. Einfach kostenlos hier und dann schicken wir euch die zu. Die geht bis morgen Abend. Hat er das mit Sandra Alp gesprochen? Wird er fließt es ja mit. Dankeschön, Neon Motte, vielen Dank für die Information. So, also, Ausrufezeichen, Tasse und tatsächlich, ihr kommt genau pünktlich, denn das ist eine von zwei mit schwarzem Rand. Und da kommt die nächste Spende rein. Vielen lieben Dank an den Kollegen Novo, Dankeschön. Und der Marc, Mad Mechanics, Dankeschön für 20 Euro. Vielen lieben Dank, Dankeschön euch beiden. So, gleichzeitig gespendet und Marc, Dankeschön für 20 Euro. 20 Euro vom Marc und 10 Euro vom Novo kommen wir gleichzeitig rein. Dankeschön. So, wir gehen einmal durchs komplette Feld. Und Dankeschön für 300 Bits exterminate. Dankeschön. So, Ötti auf Position Nummer 14. Und wenn wir bei Position Nummer 1 angekommen sind, dann drücke ich auf den Auslosungsbutton. Also, Ausrufezeichen, Tasse. So, Ötti an Position Nummer 14. Er ist eine Sekunde entfernt von Stan Gewalt. Dann haben wir den Kollegen Lindes an Position Nummer 12. Rooster Racing, Swat, dann haben wir Feelgood Racing, Pilot Enzo Ferrari an Position Nummer 11. Pro RSF an Position Nummer 10. Er ist dran an Eifelblitz, hier an der Teamkollege. Dann haben wir Sim Racing, wieder auf Position Nummer 8, nachdem er den Motorschaden hatte. Hier auf Position Nummer 8 zurück. Maple, Position Nummer 7 für KWE. Dann haben wir Vermont mit der Red Bull-Lackierung auf seinem BMW M6 unterwegs. Dann haben wir den Vietje. Dann haben wir den Kollegen Dezentrift. Also, Vietje natürlich hier im Porsche 911. Das müssen wir natürlich noch mit dazunehmen. Dann haben wir den Dezentrift an Position Nummer 4. Tommy Gun an 3. Dann haben wir Freak an 2. Und im Moment der Führende bei Centurio. Und da bleiben wir drauf, während wir jetzt die Tasse auslosen. Also, Feuer frei. Da. Doch, wer kriegt die Tasse? Eine von zwei mit ganz, ganz dunkelblauem Rand. Vielleicht hat man einfach nur 8 weiße. Man weiß nicht genau. Aber dafür gibt es natürlich zwei, die es nur zweimal gibt. Und eine blaue für den Hasen und eine orangefarbene für mich. So, wer bekommt sie? Es ist der Kollege Sulrob. Also, die Tasse geht in Richtung Project Apex. Sulrob, einmal bitte die Adresse Richtung Hase. Und dann kriegst du die natürlich auch zugeschickt. So. Also, legen wir los. Wo sind die ersten Duelle? Also, Tommy Gun gegen Dezentrift. 0,6 Sekunden. Ja, die blenden wir oben ein. Ja, blenden wir oben ein. Tommy Gun und Dezentrift oben rechts. Vietje auf 5. Dann haben wir Vermont gegen Maple. Und da bleiben wir. Maple geht jetzt gerade eben am Kollegen Vermont dran vorbei. Weich gegen Mediums. Jetzt haben wir genau die Zeit. Und da kommt die nächste Spende. Vielen, vielen lieben Dank. Wir gehen mittlerweile über die 8.500 Euro. Furchi, vielen lieben Dank für deine 10 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. 8.512,22 Euro. Und Sulrob freut sich auf jeden Fall. Tassen kann man nämlich nie genug haben. So, Maple bleibt erstmal vorne, vor Vermont. Aber das wird sich jetzt gleich aber drastisch ändern. 1,5 Sekunden Strafe für Maple. Und dann haben wir den ganzen Spaß wieder von vorne. Vermont auf Position Nummer 7. Maple ist an Position Nummer 6 unterwegs. Wie sieht es weiter hinten im Feld aus? Ötty gegen Stangewald. Auch da Weiche gegen Mediums. Boah, Alter Falter. Besonders, wenn man sonst nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja, deswegen habe ich hier immer Tassen rumstehen. Immer. Damit das der Ausgleich ist, Madame. Tatsächlich bei unserer Küche, die wir jetzt bestellt haben, haben wir den Schrank tatsächlich größer gemacht. Damit wir unsere Tassen unterbekommen. Weil bei uns in unseren Schrank passt nichts mehr an Tassen rein. Und anstatt Tassen wegzuwerfen, haben wir gesagt, weißt du was, machen wir einen größeren Schrank. Das ist so wie, wenn du schlechter gucken kannst, kaufst du dir gerne eine neue Brille, mach es einfach im Monitor größer. Auch das ist eine Möglichkeit. So, Vermont kann sich hier von Maple absetzen, denn da ist der Strafenabbau absolviert. Eifelblitz, eine Sekunde Abstand Richtung Xim Racing. Und der ist auf Mediums unterwegs, während Eifelblitz mit den weichen Reifen zumindest ein bisschen näher kommt. So, und dann haben wir Pro RSF direkt dahinter. Porzellansyndrom, ja, so ungefähr, Mikatal. Also tatsächlich, was Tassen angeht, ne? Also da haben wir einfach, unser Schrank ist aber auch klein. Also wahrscheinlich wird irgendeiner von euch auch mehr Tassen haben als wir. Aber bei uns in der Küche ist halt, der Schrank, der dafür vorgesehen ist, ist zu klein. So, Ötti gegen Stengewold, da gehen wir hin. Das nehmen wir. Xim Racing gegen Eifelblitz, wenn sich da was entwickelt, oben rechts im Bild. Ausbauen, ich will eine Tasse. Porzellansyndrom ist auch geil, Mikatal. Wie man ausführlich erklärt, nicht alle Tassen im Schrank zu haben. Ja, das ist korrekt, Nils. Ich hab auch zwischendurch drüber nachgedacht, ja. Neu-Status-Symbol Tassen. Ja, manche kaufen sich ein Porsche. Manche haben erst einen Martin. Ja. Ich hab halt unter meinem Carport eine Tasse. Neu-Status-Symbol Tassen. Wie viele Tassen hast du denn? Oh, bei mir quillt das so was von aus dem Schrank. Ich hab so viele Tassen, das passt gar nicht alles in den Schrank. Oh, ho, ho, tt, hui, hui, hui. Erfolgreich, wa? Mega. Mega. So, Oetti ist dran anst der Gewalt. mein Haus, mein Boot, meine Tassen auch geil so und damit haben wir die aktuelle Tabelle oben, der Banner wird als erstes aktualisiert im Moment in Führung, Project Apex Green und damit ist es der Kollege Project Apex Green, Dezentrift Dezentrift ist im Moment mit seinem Team zusammen in Führung gefunden von Rooster Racing Squad also der Kollege Lindes, dann haben wir Feel Good Racing 2 und Feel Good Racing und wir haben 12 Punkte Abstand und damit müssen wir mal ganz kurz gucken, wo ist Dezentrift im Moment an Position Nummer 4 das sieht gut aus das könnte hier der Sieg sein von Project Apex Green während der Maxi King die nächste Spende raushaut und vielen Dank für 35 Euro Maxi Dankeschön vielen, vielen lieben Dank also Vermont an Position Nummer 6 Vietje, Dezentrift, Tommy dann haben wir Freak nur noch 0,5 Sekunden Nils, nur noch 0,5 Sekunden Zenturio gegen den Kollegen Freak und da kommt schon wieder die nächste Spende rein, vielen Dank vielen, vielen lieben Dank Mike, Mad Mechanics mit dem nächsten Zehner aber tatsächlich zwei andere Nummern also die ne, warte, guck mal sogar ein anderer Vorname ich Idiot Mike, Dankeschön Mike, vielen, vielen lieben Dank für den Zehner der Mark war vorher vielen, vielen lieben Dank von Mad Mechanics Dankeschön vielen lieben Dank bei über 20 Tafeln Kaffee die ich am Tag trinke da, dann hast du auch ein paar Tassen würde ich sagen ich warte drauf dass Tassen auch offizielle Zahlungsmittel werden ja also es wird auch irgendwann passieren bin ich mir ganz sicher aber eine kleine Anerkennung im Stream die sind sie und da geht's drum aber Zahlungsmittel wäre natürlich auch geil Dankeschön für 100 Bits Madame so, Öti kann sich absetzen so, Lindes mit Mediums unterwegs und dem Porsche und da kommt die nächste Spende rein Madame mit den 100 Bits und die Spende vom Kollegen Infight Elvis Dankeschön für weitere 10 Euro vielen lieben Dank oh, die Maschine kommt ins Rollen obwohl er drei Monate nicht gefahren ist oh, okay so, Enzo Ferrari auf elf pro ESF auf Position Nummer 10 wird uns gleich oder ist ein Polterabend geplant wäre auch gut weißt du wo kann ich denn ich weiß wo ich bin zur Hochzeit eingeladen ich schmeiße einfach alle Tassen die ich nicht mehr haben will da hin ja schöne Grüße gehen raus an Daniel ne mach ich natürlich nicht behalten meine Tassen die alle im Schrank behalten so, gehen wir zu Position Nummer 1 Centurio kriegt jetzt nämlich richtige Gesellschaft von Freak auch wenn es nicht so lange ist Centurio wird jetzt gleich Richtung Box abbiegen Centurio reifentechnisch genauso unterwegs wie der Freak aber wir haben es vorhin gesehen Centurio hat den Hobel nur halb voll gemacht jetzt muss er natürlich aufpassen ne, beide fahren in die Box also beide fahren in die Box damit die Änderung für Freak bezüglich Strategie ich wäre normalerweise davon ausgegangen dass es noch weiter nach vorne geht aber tatsächlich also dass es noch weiter gefahren wird ähm aber tatsächlich jetzt dadurch dass er den viertelvollen Tank hat wird er deutlich früher rauskommen als Centurio und das ist der Platzwechsel innerhalb der Box so Eifel Blitz geht jetzt ebenfalls dran vorbei hier sehen wir es natürlich viertelvoller Tank Sim Racing hat die Mediums drauf hat er den Hobel komplett voll gemacht und Vermont an Position Nummer 1 also Führungswechsel genau ich hab's durchschaut Nils ich hab's durchschaut hast du gesehen wie schnell ich geschaltet hab der Spritunterschied der Tankinhaltsunterschied Menschine der Fühlgrad des Tank noch Enzo Ferrari gegen Pro RSF oben rechts im Bild und ich würde sagen gehen wir doch direkt darüber so gehen wir rüber direkt hier ins Bild Eifelblitz Enzo Ferrari mit Pro RSF zeigen wir auf jeden Fall auf der rechten Seite damit wir natürlich auch die linke die Lackierung sehen ist einfach ein Klotz frei frei ist genau bleib frei ist leichter ne diesel die fahren alle mit Diesel umweltfreundlicher fliegt jetzt mit dem Strafenabbau da gab's die Strafe für den Nexus Racing Konzept Piloten Centurio an Position Nummer 8 Tomigun Tomigun an Position Nummer 9 dann haben wir den Veach an Position Nummer 10 Dezentriff an 11 dann haben wir Maple dann haben wir Öti und den Kollegen Stangewald also von Position Nummer 1 bis Position Nummer 14 im Moment 54 Sekunden Abstand Stangewald jetzt gleich mit dem Hyundai Genesis erstmal Richtung Box genauso wie der Kollege Vermont und Xim Racing übernimmt dann wieder die Führung so nach kurzer Pause wegen Nahrungsaufnahme wieder zurück ich hoffe es hat gemundet ich hoffe es hat gemundet Great Money und wir bleiben hier auf dem Duell Enzo Ferrari kann sich hier deutlich absetzen denn der vordere linke Reifen hier bei Pro RSF gibt jetzt auf wir sehen es gerade da ist nichts mehr an Grip zu erwarten so Eifelblitz an Position Nummer 3 auch da gibt es jetzt den nächsten Boxenstopp während Ferrari noch weiter draußen bleiben kann okay Freak baut die Nicht-Lexus-Strafe in Raten ab das ist korrekt was gab es denn tolles Money Evie Line ist auch noch da so Enzo Ferrari Pro RSF Lindes im Moment an Position Nummer 6 12 Punkte der Unterschied und da kommt die nächste Spende rein vom Kollegen BrainPain vielen vielen lieben Dank BrainPain Dankeschön für 10 Euro 10 Dankeschön vielen vielen lieben Dank Dankeschön Mega BrainPain Dankeschön 10 Euro 10 damit sind wir bei 8500 77 Komma 32 Euro also 8577 32 sehr sehr geil Dankeschön vielen vielen lieben Dank Dank an alle Dank an alle nur ihr macht das zu so einem erfolgreichen Spenden Stream wir sind so stolz darauf dass wir so eine Community haben so mach jetzt Boxen Stop Nahrung verwerten dann guten Hunger auf jeden Fall Drachenchaos Krieger und da kommt und da kommt die nächste Spende rein die nächste Spende für den guten Zweck von Lexi und Sydney das sind die Assistenzhunde beziehungsweise ein Assistenzhund und Dankeschön für 25 Euro vielen lieben Dank Dankeschön vielen vielen lieben Dank dann gebratenes Rotbarschfilet Kartoffeln und Kräutersauce ohne Rotbarschfilet geht's vielen vielen lieben Dank Dankeschön so 25 Minuten sind noch zu gehen da schalte ich mich nochmal ganz kurz weg hier also Tommy Gunn auf Position Nummer 7 Vietje auf 8 1,1 Sekunden ist das die Überrundung? ist das eine Überrundung? das ist eine Überrundung wer ist denn gerade auf Position Nummer 14? ich komme da gerade nicht durch das hier ist der Enggewalt okay also Stengewald nach seinem Boxenstop jetzt auf Position Nummer 14 wir sehen es gerade auf der rechten Seite pro RSF mit dem Abbau der Strafe dann haben wir Lindes und Eifelblitz in der Box Ötti wird uns auch nochmal Richtung Box verlassen dürfen Maple genauso so aber alle erstmal mit dem halbvollen Tank hier unterwegs so Vietje gegen den Kollegen Tommy Gunn den lassen wir auf der rechten Seite und wir gehen zu Xim Racing auf Position Nummer 1 auf der linken Seite 10,9 Sekunden gönnen wir uns natürlich hier auch ein ganz kurzes Bild und Dankeschön Great Money für 100 Bits und Eivila in dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen und Madame genau das gleiche die beste Community die besten Mods Dankeschön für alles vielen vielen lieben Dank so dahinter haben wir den Kollegen Lindes gerade gesehen Eivilein sowas haben wir hier nicht hin zur Ferrari aber Dankeschön Eivilein ich weiß was du meinst Dankeschön vielen Dank schön dass es dir hier gefällt vielen lieben Dank so Freak gegen Centurio ja da machen wir das das sind die beiden engsten Duelle im Moment Centurio gegen Freak und Ausrufezeichen alle Beteiligten loben das korrekt aber tatsächlich mit Community sind alle Beteiligten ja gemeint egal ob Streamer Kollegen ob Zuschauer ob Mods ob Datenturtle ob Streamer ob jemand der einen Link auf Facebook teilt alles so Centurio komm gib Gas der Freak ist 1,2 Sekunden du siehst ihn da vorne komm jetzt ran hier ran ran Pirchen packt das Lasso aus ab um die Frittentheke und dann langsam ranziehen und Tommy Gunn und Vice auf dem rechten Bildschirm ebenfalls feuerfrei 0,7 Sekunde Abstand 32 Sekunden vor Schluss um die Frittentheke nicht ohne Burger doch geht auch ohne Burger so Centurio richtig geiles Rennen freut mich dass er hier richtig gut unterwegs ist 22 Minuten hat er noch zu absolvieren drücken wir die Daumen dass nichts passiert so Centurio hier unterwegs und Tommy Gunn gegen Vice Kyoto Racing Club gegen HRG und Spartan Racing Team gegen Nexus Racing Concept 0,3 Sekunden hier hinter seiner persönlichen Bestzeit und das mit abgefahrenen Reifen und da kommt die nächste Spende rein und das ist die Spende von Racing Point Force Technology mit 160 Euro vielen lieben Dank Dankeschön an RPFT Dankeschön für 160 Euro vielen vielen lieben Dank Dankeschön Dankeschön und da bimmelt der Alert nochmal und vielen vielen Dank für die nächste Spende von Origin 3K Dankeschön für 50 Euro vielen lieben Dank Dankeschön Dankeschön euch beiden vielen vielen lieben Dank Dankeschön so gehen wir einmal komplett durchs Feld also Xim Racing jetzt gerade mit der Box beschäftigt ja auch Öti wird jetzt gleich in die Box fahren ist hier mit Vermont direkt dabei Nissan GTR jetzt die Power unten rum knackt ihr die 10.000 noch das weiß ich nicht Brave Money und da ist die nächste Spende von Bonsai Racing Team Bonsai Racing Team mit 67 Euro 68 Dankeschön vielen lieben Dank während Öti hier mit Vermont zu tun hat Dankeschön 67 Euro 68 Dankeschön vielen vielen lieben Dank so Vermont an Position Nummer 8 Öti ist gerade abgebogen Öti ist gerade abgebogen Tommy Gunn weiterhin mit Vice oben rechts im Bild eingeblendet 1,1 Sekunden ist nahe der Abstand so also Öti Enzo Ferrari das ist der letzte Boxenstop das ist der letzte Boxenstop Vermont Stim Racing Maple Dezentrift Vice dann haben wir Tommy Gunn Centurio und der Kollege Freak also in Centurio gönne ich aber auch gerne den Sieg hat so viel Pech gehabt schon Sascha das stimmt also Centurio hat wirklich schon wirklich richtig richtig gute Positionen gehabt dann ist irgendwas passiert dann war die Konzentration weg oder wie auch immer und dann hatte natürlich das Ergebnis daran zu leiden also das Ergebnis musste daran leiden und geil wenn er hier auf Position Nummer 2 unterwegs ist und jetzt ordentlich fahren auf jeden Fall kompletter Limit so also Freak an Position Nummer 1 1,17er Zeiten also ich sag mal so konstant kann er konstant kann er Centurio einen Hauch schneller gewesen in Runde Nummer 28 hatte der CT heute schon Pipi in der Augen fragt für einen Freund äh ja das ist korrekt ja das gehört irgendwie dazu ich hab da keine Kontrolle drüber und äh ja das äh diese Anspannung die ich dann habe drückt sich tatsächlich so aus der 1,90 Nasshorn Typ Tränen in den Augen hat so Xim Racing an Position Nummer 7 Vermont an Position Nummer 8 Eiffel Blitz an 9 dann haben wir Enzo Ferrari an Position Nummer 10 Pro RSF an Position Nummer 11 Lindes an 12 Oetty an 13 und Stan Gewalt an Position Nummer 14 so 1,4 Sekunden 1,4 Sekunden auch der Abstand zwischen Tommy Gunn und Vietje machen wir mal ganz kurz die Hochrechnung Dezentrift würde hier auf jeden Fall wenn er an Position Nummer 5 über die Linie geht ist Project Apex Green unter Verrucksichtigung der Strafen dann haben sie hier das Event gewonnen und da ist die nächste Spende und vielen Dank für Team Krab, Moment Team Ungerade hat zugeschlagen und zwar mit mit 12,34 Euro und da kommt direkt die nächste Spende rein ihr seid der Wahnsinn vielen, vielen lieben Dank ZX mit 100 Euro Dankeschön ZX vielen, vielen lieben Dank Dankeschön vielen, vielen lieben Dank KX-Katze Team Ungerade Dankeschön ZX und Dankeschön Krabu Mettner Dankeschön Bonsai Racing Team Origin 3K vielen, vielen Dank Racing Point Force Technology Lexi und Sydney Dankeschön und wir lehren gleich natürlich alle alle Spenden vor mit den jeweiligen Texten außer jetzt steht natürlich irgendein Klumpatsch drin dann natürlich nicht so das 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring Gefühl ist da Ivi-Line gut, dass ich das noch zwischendurch immer bei dir hinbekomme so Zenturio auf Position Nummer 2 und 1,6 Sekunden Freak gibt Gas Freak gibt Gas der macht alles Menschenmögliche um das Ding hier zu gewinnen und gleich haben wir das Boxenstopp bereinigt denn die Jungs werden jetzt gleich alle Richtung Box abbiegen müssen außer Xim Racing der ist schon durch und 21,7 Sekunden das kann der Sieg werden für Feel Good Racing weißt du schon was du mit dem Geld machst ja ich wollte ich wollte noch ein paar Tassen kaufen Zedix geile Frage ja genau mein Humor natürlich geht das alles 100% also auch wenn man Späßchen drüber macht dadurch natürlich dass es über Better Plays läuft deswegen machen wir das über Better Plays für diejenigen die vielleicht davon noch nicht gehört haben wir machen das über Better Plays weil wir persönlich als Streamer da gar nicht drankommen deswegen kann jeder den Link haben den Link einfach hier feuerfrei und das kommt auf jeden Fall bei der Organisation an weil ich kann es mir gar nicht auszahlen ja und das ist genau das Richtige perfekt für alle jeder kriegt eine Spendenquittung wenn er eine haben wollt einfach Häkchen setzen Adresse eingeben fertig Spendenquittung dafür die Steuer alles gut so Xim Racing auf Position Nummer 5 Vermont an Position Nummer 6 was ist denn eigentlich Diamant Painting ist das so kleine Perlchen auf irgendetwas draufkleben damit das dann aussieht wie wie heißen das wie heißen das so und Pribbe Pribbe mit dem 10er warum hat man das nie ausgelöst hier warum hat man das hier nie ausgelöst der 10er Nummer von Pribbe vielen vielen lieben Dank und damit gehen wir über 9000 Euro vielen vielen lieben Dank so Eifelblitz Amt Position Nummer 7 Kölnwulst das geht gerade nicht kleine Steinchen auf einen klebenden Hintergrund kleben ah ok ok so Maple an Position Nummer 11 Lindes an 12 Ötty an 13 und Stan Gewalt an Position Nummer 14 die letzten 12,5 Minuten laufen sie sind angebrochen die letzten 12,5 Minuten und damit die letzten könnt ihr euch selber ausrechnen wie viele Runden 9 könnte sein 9 noch hängt ihr doch nach sowas mal einzurichten Kölnwulst nein wenn Better Place das nicht macht dann werden wir das nicht tun Pam wunderschönen guten Abend wünsche ich dir Hallöchen so Stan Gewalt Position Nummer 14 Tommy Gunn kommt dir oh ja 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 da gehen wir hin da gehen wir hin da gehen wir hin da gehen wir hin da wollen wir hin da wollen wir hin da ist der Dreikampf und genau jetzt sind wir dabei Dezent trifft mit dem Kollegen Tommy Gunn und mit Vice Dreikampf er ist eröffnet und jetzt ganz nach dem Motto rechts ist Gas vor gestreut es kann gerannt werden und wenn es schnell geht ist nicht schlimm Nissan GTR gegen BMW M6 und gegen Porsche so Lindes im Moment auf Position Nummer 12 wir gehen oben rechts einmal komplett durchs Feld während wir hier bei dem Dreikampf natürlich bleiben Ötti auf 13 Lindes 12 Maple 11 Pro ESF auf Position Nummer 10 und jetzt hier gehen die Attacken direkt auf dem Hauptbildschirm los drei Mann nebeneinander natürlich kann man so machen Anbremsphase beste Linie für Vice aber Tommy Gunn bleibt erstmal vorne Tommy bleibt vorne gegen Vice und gegen Dezent trifft so wie sieht es aus Enzo Ferrari gegen Zenturio Enzo Ferrari ist auch Boxenstop technisch direkt schon mal erledigt also er ist schon mal abgegolten wie sieht es aus bei Eifel Blitz auch da erstmal Vermont Sim Racing und Freak fährt jetzt nochmal in die Box also Freak geht nochmal in die Box und damit wird Freak irgendwo roundabout auf Position Nummer 5 ungefähr wieder rauskommen so Vice hier auf Position Nummer 9 Dezent trifft hier auf 8 und Tommy Gunn auf Position Nummer 7 das war der Dreikampf von gerade eben gleich dreht Tommy den Asphalt auf also Asphalt auf links ok wir haben Roadrunner gefangen und die Kohle glüht schon auf dem Grill wir kommen nur was ab wenn er unter der Top 3 fährt dann Tommy Gunn kommst du beim CT-Meister vorbei du hast eh genug getankt dann kriegst du mal einen Burger weil Roadrunner ist heute nicht für dich aber ich drücke die Daumen vielleicht geht es noch auf 3 aber zumindest theoretisch innerhalb der nächsten 9,5 Sekunden 9,5 Minuten geht es nicht mehr also da muss schon viel passieren so gleich nach gleich nach dem Rennen so Ding Dong hallo ich bin CRC Tommy Gunn wo ist mein Burger so Zenturi auf Position Nummer 6 Enzo Ferrari auf Position Nummer 5 Freak auf Position Nummer 4 wieder rausgekommen also direkt vor Enzo Ferrari jetzt gegen Eifelblitz mit den Mediums da könnte auf jeden Fall noch was nach vorne gehen 1,6 aber Xim Racing ich glaube nicht dass er noch zu packen ist also Vermont Eifelblitz und Freak das wird das Duell und ich sag jetzt schon mal es sind 9 Minuten noch zu gehen es wird ein Foto Finish sag ich einfach so sag ich einfach so in meinem jugendlichen Leichtsinn der Tommy bringt dir dann noch eine Tasse mit der ist auch geil Sascha und der bringt dir auch eine Tasse mit so Enzo Ferrari gegen den Kollegen Zenturio oben im Bild Eifelblitz gegen Vermont hier auf dem Hauptbildschirm 2 gegen 3 und natürlich müssen wir den Free oh nein 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 Eifelblitz auf Abwege Nissan GTR als Rasenmäher und schwuppdiwupp ist der Freak da du machst ganz kurze Rasenmäher Session und dann hast du auf einmal direkt hier auf Rotatlanta hast du direkt den nächsten im Nacken Eifelblitz gegen Freak und jetzt die Attacke und das ist das Kreuzen Ghost Moinsen Hallöchen das war fürs TV ja live on Streamflug live on Streamflug und da ist die nächste Spende vom Kollegen Nova von der Moonshine Crew mit 7,66 Euro und damit die Rundezahl von 9.010 Euro Dankeschön aber das Ding musst du auch erstmal hier so über den Rasen bringen also so lange über den Rasen im Regelfall bin ich weg also ich drehe mich was für ein Duell auch Zenturio gegen Ferrari auch da der Unterschied natürlich die Reifenmischung beziehungsweise der Zustand der Reifen beide mit weichen Reifen unterwegs mit welchem Fahrzeug fährt Dario Alpha wer ist das wenn du mir sagst wer das ist sage ich dir was für ein Auto ansonsten weiß ich nicht was das ist und jetzt geht der Freak dran vorbei also Nexus Racing Konzept geht jetzt auf Position Nummer 3 so Dezentrift auf Position ah was war das denn ah ah der alte Mann hat geknackt ah kommt drauf an auf welcher Strecke Ghost Moinsen tatsächlich der Porsche unter Berücksichtigung des CT du bist alt ja ich glaube auch tatsächlich der Porsche aufgrund des Verschleiß eine Runde ist dann der Nissan besser der Porsche das gibt tatsächlich total unterschiedlich wirklich total unterschiedlich aber der Nissan GTR ist auf jeden Fall schon gut unterwegs so Eifelblitz eine Sekunde Richtung Freak geht Freak noch Richtung Vermont und wird er hier meiner Prophezeiung mit dem Foto Finish gerecht zwei Sekündchen der Abstand Runde 41 und da kommt die nächste Spende rein vielen vielen lieben Dank von Jim Knopf mit 11,16 Euro Team Ungerade ja Team Ungerade ne war nicht so alt wie man sich fühlt so wie ich mich gerade gefühlt hat weil das tat echt weh dann bin ich schon ein bisschen älter jetzt kann ich doch bei der Alzheimer mitfahren ich schicke einfach den Biber den Clip guck mal wie ich mich fühle wenn ich mich bewege schwupp kriege ich eine Sondergenehmigung bin ich mir sicher so Sim Racing 22 Sekunden Vermont gegen Freak das ist das angekündigte Duell allerdings tatsächlich ein bisschen früher als gedacht so Dezentrift im Moment auf Position Nummer 8 und damit im Moment in Führung Sim Racing so das dürfte rein theoretisch noch für Project Apex Green reichen Position Nummer 8 sollte reichen für Project Apex Green dann Rooster Racing Sword und dann Feelgood Feelgood Racing Feelgood Racing 1 4 Feelgood Racing 2 auch wird das knapp wird das knapp hier beim Endergebnis Dumme Frage aber wie lange geht das Rennen eine Stunde also vier Minuten noch vier Minuten und dann wechseln wir natürlich für die jeweil also wechseln wir die Szene und dann gehen wir mit allen Kollegen gehen wir das ganze natürlich durch wir werden jede einzelne Spende vorlesen je nachdem welcher welcher Text natürlich darunter steht als Hintergrund für diejenigen die es noch nicht gehört haben wir können bei Better Place nicht filtern zumindest was den Text anbelangt deswegen können wir den nicht direkt einblenden und ich finde es super schön wenn wir das danach nochmal vorlesen das ist eine Wertschätzung und die möchten wir auch gerne so machen und auch gerne so beibehalten Sim Racing an 1 wir gehen nochmal durch Seng Gewalt auf Position Nummer 14 Centurio ist dran am Kollegen Enzo Ferrari oben rechts so dann haben wir den Ötti dann haben wir Lindes auf Position Nummer 12 dann haben wir Pro RSF für WS Racing dann haben wir den Veach an Position Nummer 10 Maple an 9 dann haben wir Dezentrift Vermont das ist der Disconnect von Vermont Vermont mit dem Disconnect 2 Minuten 45 vor Schluss Disconnect von Vermont ist das ärgerlich so Centurio Enzo Ferrari Eiffel Blitz Freak und Sim Racing Vermond mit dem Disconnect 2 Minuten vor Schluss Centurio auf Position Nummer 5 ist dran und so langsam wird es hier auch etwas dunkler ja so was braucht kein Mensch oder 2 Minuten vor Schluss du fährst die ganze Zeit fährst ein richtig geile Rennen und dann passiert dir auf Deutsch gesagt dieser Scheiß so ärgerlich eine Sekunde vor Ende ja braucht kein Mensch braucht wirklich kein Mensch so wie sieht es aus hier bei den Kollegen anderthalb Minuten sind noch zu absolvieren wir müssen mal ganz kurz auf Sim Racing wo treibt er sich gerade rum also die letzte Runde wird jetzt angebrochen Sim Racing kommt nochmal über die Linie und dann die letzte Runde für den Feel Good Racing Piloten hier am Position Nummer 1 wenn Sven Sven Dezentriff an 7 über die Linie kommt natürlich unter Berücksichtigung der Strafen das machen wir natürlich hinterher auf dem Discord habt ihr natürlich spätestens morgen auch das amtliche Endergebnis mit allen denn alles was bis 0 Uhr angereicht wird machen wir morgen fertig alles was danach kommt dann nicht aber im Moment Project Apex Green dann vor den Kollegen Feel Good Racing Feel Good Racing dürfte dann an Position Nummer 2 kommen wird auf jeden Fall ein ganz ganz knappes Ding Lindes 10 Plätze dahinter 20 Punkte Differenz daran würde Feel Good dran vorbeigehen wenn auch Position Nummer 4 dann natürlich der Enzo Ferrari bleibt das wird eine ganz ganz enge Kiste wenn du irgendjemand weggefahren hast und das wird eingereicht nehmen wir einfach den Strafen Katalog der GTSL und dann legen wir da Strafen drauf also im Regel also genau es gab eine bis jetzt also eine gab es und da gab es vier Punkte Abzug für und einer hat in der ganzen in der ganzen Hektik ein falsches Auto genommen Ari Servus und da kriegt das Team natürlich keine von aber ansonsten war nicht viel zwei Sachen sind noch angekündigt wo irgendwo ein Unfall passiert ist aber ganz entspannt also ist wirklich wir haben ja ganz charmant 24 Dinger gemacht sim racing herzlichen glückwunsch das ist der sieg und damit position nummer zwei wenn das mit dem kopfrechner passt position nummer zwei in der gesamtwertung nexus racing konzept hier an position nummer zwei gehen auch an feel gut vorbei rein zur ferrari mit problemen dezentrift gerade eben dran vorbeigegangen oben rechts im bild und fliegt über die linie an position nummer zwei herzlichen glückwunsch eifelblitz an drei centurion vier starkes rennen domigan dezentrift enzo ferrari dann haben wir den kollegen vietje also dürfte normalerweise sein project apex green for feel good for rooster racing squad for feel good racing 2 feel good racing 2 und dann rooster racing squad wir machen das alles natürlich im hintergrund maple an position nummer 9 vietje an 8 pro es 11 an position nummer 10 dankeschön natürlich an jeden fahrer der mit dabei war und wir werden jetzt gleich natürlich dann alle vorlesen also lindes an position nummer 11 ötti an 12 stenge walt an position nummer 13 und damit sind wir auch für heute zumindest was das racing anbelangt durch und da kommt die spende von rooster racing squad mit 200 euro vielen vielen lieben dank vielen vielen lieben dank 200 euro von rooster racing squad dankeschön auf jeden fall ein würdiges finale auf jeden fall war ein tolles rennen das war ich vier punkte minus das korrekt so also hier haben wir natürlich dann das endergebnis bis position nummer 8 und hier haben wir position nummer 9 bis position nummer 14 rennen so also auf jeden fall ein sehr sehr geiles rennen das amtliche endergebnis bekommt ihr natürlich ich weiß nicht ob es so schnell geht während wir die jeweiligen spenden natürlich vorlesen ich gehe nicht davon aus weil die moderatoren natürlich mit dabei sind werden wir das amtliche endergebnis dann natürlich nachliefern auf dem discord da wo es natürlich hingehört so und ja also project apex green und dann wird es extrem spannend da geht es wirklich um jede zwei punkte die wir hier haben und ja auf jeden fall richtig richtig geiles rennen und damit sind auch die kollegen aus liga nummer zwei fertig das das der kollege korsi vielen vielen lieben dank fürs mid stream dankeschön vielen vielen lieben dank dankeschön dafür danke an die turtles danke an die fahrer aber bleibt auf jeden fall noch dran wir lesen alle spenden noch vor sobald alle geradet haben sobald alle fertig sind tuni hallöchen starker team auftritt starker event starke community schön dass dir gefallen hat achi also wirklich sehr sehr geile rennen die wir haben und das hier ist das ergebnis und sim racing mit motorschaden gewinnt das ding hier noch stark also wirklich sehr sehr stark unterwegs gewesen also ich hoffe ihr hattet auch ganz ganz viel spaß beim kollegen korsi beim kollegen pribbel und beim kollegen kotzbär tv gestern und heute beim kollegen floh und super job gemacht bravo schwiegermonster dankeschön wünsche allen noch einen schönen restsonntag gelohnt hau rein maxi king dankeschön für 100 bits und ich würde sagen während wir natürlich hier auf die restliche community warten gehen wir schon mal hier richtung discord und das mache ich ganz kurz im hintergrund und ich würde sagen wir gönnen uns nochmal den richtig geilen trailer vom tag nummer zwei und das dankeschön an den kollegen bullet vielen vielen lieben dank und nach dem trailer sind wir natürlich sofort wieder für euch da ein und und an die Hallo, danke schön für den Weg, herzlich willkommen an alle. Ich bläse mal natürlich jede einzelne Spendetor, dann eben das Finale auf Ohrland. Und der Pribbe kommt auch dazu, vielen, vielen lieben Dank fürs Mitstream. Danke schön, vielen, vielen lieben Dank. Und herzlich willkommen an alle. Also, danke schön natürlich an meine Mitstreamer. Ohne euch wäre es natürlich genauso nicht möglich wie mit allen Helferlein im Hintergrund. Danke schön an Pribbe, an KotzbeerTV, an Flo und an den Kollegen Korsi. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber. Ich weiß nur noch nicht, warum die Kollegen noch nicht in der jeweiligen Lobby sind. So, bitte weiß. So, und natürlich gerade eben im Hintergrund reingekommen sind 25 Euro von GTRP Red. Danke schön, vielen, vielen lieben Dank. 30 Euro vom Kollegen Harry und der Freak haut nochmal 50 Euro obendrauf. Vielen, vielen lieben Dank. Danke schön. So. Mr. Freezy, danke schön fürs Abo im sechsten Monat. Danke schön. So, da trudeln sie auf jeden Fall im Hintergrund ein. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall schon mal hier rüber. Also, da seht ihr natürlich schon mal die jeweiligen Kollegen. Sie springen so langsam rein. Und werden uns gleich auf jeden Fall auch eine Kamera gönnen. Und ich werde sie dann natürlich auch stumm schalten. Äh, nicht stumm schalten. Von der Stummschaltung aufheben, wollte ich sagen. So. Also, da trudeln sie natürlich so langsam rein. Wir gönnen uns mal den ersten Test hier. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ja, schön, dass ihr da seid. So, brauchen wir nur noch vom Kursi ein kleines Kämmeri, eine kleine Kamera. Waxo kommt natürlich auch noch mit dazu. Die letzten Einstellungen. So, töpsel ab. Ich habe eine Kamera. Ich habe eine Kamera. Wunderschönen guten Abend. Also, ich bin schon mal froh, dass du eine Kamera als Kursi. Ja, ich weiß. Ich bin schon mal froh, dass du eine Kamera als. Ist der Sandmann auch da? Ja, der Sandmann ist auch da. Der Sandmann ist auch da. Ja. Also, erstmal recht herzlichen Dank natürlich an die Kollegen. Das Einzige, was ich hier machen muss, ist hier. Ja. Das muss sein. Hier der Strich, das ging nicht. Und da kommt die nächste Spende rein von Diepton. 5 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und auch Dankeschön für 1000 Bits von EXO. Vielen, vielen lieben Dank. So. Der fünfte. Der fünfte Spenden-Stream. Er neigt sich langsam dem Ende. Wir haben in drei Minuten die 48 Stunden voll. Die werden wir natürlich locker noch brauchen, um 300 Spenden vorzulesen. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und, äh, ja. Ich, äh, würde sagen, wir, äh, also ich hole mir ein Bier. Da mache ich gleich direkt mit. Baby Smile, du geiles Stück DNA. 200 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Vielen lieben Dank. 9.500 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist heftig. Und da kommt direkt die nächste Spende von Gronauer Saint mit 20 Euro. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Also, fangen wir natürlich erstmal an. äh, DBD-Schulden vom Sandmann-Stream letztens. Okay. Hast du was gewonnen, Sandmann? Ich hab verloren. Ich hab verloren. Du hast verloren? Warum bezahlt denn der Gronauer Saint dann? Ach so. Das meinst du? Ja, nee, da hab ich gewonnen. Da hat der Gronauer gesagt, pass auf. Jedes Mal, wenn du rauskommst, äh, kriegst du 5 Euro. Das war ein Scheißabend. Ich bin zweimal rausgekommen. Und hat der Gronauer gesagt, weißt du was? Weil das so geil war, mache ich daraus 20 Euro. Dankeschön dafür. Okay. Die sind gerade angekommen. Nur damit du schon mal Bescheid weißt. So, also, natürlich einmal alle den Link zum Vorlesen natürlich aufmachen. Aber nichtsdestotrotz fangen wir, äh, natürlich, äh, ja, mit einem kleinen Feedback-Gespräch an. Alle neun so, scheiße, ein Interviewkacke. Ja, und der CT führt es. Ja, 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 tue ich. Ja, tue ich wirklich. Und, äh, ja, die Community sind einfach die geilsten. Jeder ist gut, so muss das sein. Exo, genau so ist es. Jeder Euro zählt. Und, äh, ja, würde ich sagen, fangen wir auf jeden Fall mit unserem Küken in der Runde an. Zumindest, äh, was die Körperlichkeit anbelangt. Hallöchen, Corsi. Hallo. Hast du, hast du deinen Kindersitz da drunter? Ja, ich hab mein Kissen drunter. Ich hab mein kleines Kindersitz. War nur Spaß. Alles gut. So, also, Corsi, äh, wir haben dich ja gesehen bei, äh, Golfit. Wir haben dich gesehen, äh, bei Mario Kart bist du natürlich mitgefahren und so weiter. Ähm, erzähl uns doch mal, wie waren deine Streams und Eifelblitz? Dankeschön für 10 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Sie waren sehr, sehr gut. Die Community war immer da, natürlich, ganz klar. Golfit war wirklich entspannend am Abend. Ich habe dir sogar Geld aus der Tasche geleiert. Das war eigentlich nicht so geplant, was? Nee. 4,99 habe ich mehr gespendet, als ich wollte. Ja. Du hast es vorgeschlagen, also von dem her. Nein, es war wie immer ein super Spendium. Und ganz ehrlich, äh, du bist am Freitagabend reingekommen. Du hast die Augen zugemacht und es ist Sonntagabend. Es ist wieder wie vergangen im Fluch. Ich weiß nicht, wohin. Ähm, ich möchte aber noch, äh, drei Worte eigentlich verlieren an einmal unseren Amigern. Es war auch ein Spendensstream für ihn. Ne, ihr wäre ja auch immer dabei gewesen. Dann, ähm, vielen, vielen Dank. Keks, Katze, super gemacht. Schönen Einstand gehabt, natürlich. Ne, und auch an Jim Knopf. Ich denke mal, es ist nicht so einfach irgendwo mal reingeschmissen werden ins kalte Wasser. Auf einmal sind da so ein paar Leute da und du wirst die ganze Zeit bombardiert mit Spenden. Und, aber ich glaube, es ist wunderschön, wunderschön. Und es ist immer wieder gar nichts zu machen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Korsi. Dankeschön an Simply Blitzer für 19,84 Euro. Und an Flo für 50 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Und da kommt nochmal die Fünfer, Fünfer-Abo-Bombe hier vom Maxi King. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Feuerfreie Attacke. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Also, Dankeschön, Korsi, für dein kurzes Feedback. Dankeschön. Und, ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir mit unseren neuen Kollegen an, beziehungsweise mit den neuen Kolleginnen natürlich auch mit dabei. So, und, ja, wer drängelt sich vor, oder was? Ja, ich sag mal Ladies first. Ich sag mal einfach so Ladies first. Okay. Kekskatze, erstes Mal mit dabei hier bei uns im Team. Und, äh, wie hast du es empfunden? Also, wie, wie waren deine Eindrücke? Wie waren deine Streams jetzt nach 48 Stunden? Und Dankeschön für 22,22 Euro von dem Kollegen Paintball. Dankeschön. Also, erst mal, erst mal total nervös gewesen, wie es startet. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, super, äh, super, super Community, ähm, super cooles Gefühl, dann auch dabei gewesen zu sein. Und, ähm, ich find's, ich fand's einfach genial, also, vielleicht nicht so ein bisschen die Worte dafür, äh, weil es ein echt cooles Gefühl war und, äh, ja, eigentlich schon, es ist halt Hammer. Okay, dann möchte ich dich auch nicht weiter quälen, so Kekskatze. Ähm, ich glaub, wir hatten auf jeden Fall gesehen, dass du ganz, ganz viel Spaß hattest, während Racing, äh, Team Ostfriesland nochmal ein Zwanziger hier raushaut. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und, äh, egal, was passiert, ich fülle auf jeden Fall auf 10 Mille auf. Und, ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir weiter mit dem Kollegen Jim Knopf. Also, erstmal so Kekskatze. Dankeschön. Dankeschön, dass du auch mit dabei warst. Dankeschön. Und, äh, da kommen die nächsten 1678 von Papa Joe. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Auf die 10.000. Dankeschön, Papa Joe. Ähm, und, äh, dankeschön, dass du mit dabei warst. Und, äh, wir springen zum nächsten Kollegen, zum Jim Knopf. Oben in der Mitte der Kollege, der, äh, ja, auch mit den ein oder anderen Spielen unterwegs war. Einmal die Nachtschicht, einmal den Nachmittag, alles am Samstag gedrungen. Und, äh, wie hat's dir gefallen? Es war unfassbar überwältigend, was da für ein Community-Zusammenhalt ist. Wie viele Leute durch die Nachtschicht durch, ähm, da geblieben sind, wach geblieben sind oder immer wieder aufgestanden sind. Und, und, einfach genial, wie viel da, ob's jetzt Follows sind, die meinen, meinen Bot das erste Mal zum Zusammenbrechen gebracht haben. Oder, die Spenden, die hier reingekommen sind, mit fast 10.000 Euro jetzt. Es ist einfach unfassbar geil, was da passiert ist. Die, die Streams waren super entspannt. Es haben ganz, ganz, ganz viele Leute mitgemacht. Ob jetzt bei den Community-Games oder auch morgens einfach entspannen, ein Story-Spiel spielen, einen Kaffee dabei trinken. Und viele Leute, die einfach dann mit einem gequatscht haben, ein bisschen gechattet haben. War super. Also, ich bin immer wieder gerne mit dabei. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und, äh, ja, danke an alle Spender für das, was hier gerade passiert. Dankeschön auch dir, Jim Knopp. Vielen, vielen Dank. Und, äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit den beiden Urgesteinen, während gerade die nächste Spende von Masterchef reinkommt, mit 80 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und die nächsten Bits rasseln hier nur so rein. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön an alle. Mega. Machen wir weiter mit unseren beiden Urgesteinen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Kollegen Waxo-Matic. Und, äh, wir haben den, wir haben den Trailer, wir haben den Trailer gesehen und diese gehässige Lache, als du da bei Mario Kart an mir vorbeigegangen bist, den habe ich heute häufiger gehört, ja? Was war denn da los? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Irgendwie, ich, das ist irgendwie so, ach, irgendwie ist das so innerlich schon drin. Wenn wir Mario Kart zucken und du bist dabei und ich weiß genau, du ziehst immer ab, ne? Und wenn ich dann einmal vorbeiflitze bei dir, dann kann ich die nicht anders. Dann muss ich auch mal Schwein rauslassen. Ey, das war so geil wieder, ne? Das ist echt, was soll ich sagen, also es wird schon echt langsam hier mit unserer Gruppe hier so schon zur Routine und ich finde das super. Die beiden Neulinge, 1a-Top, also ehrlich, klasse, tiptop, jederzeit, immer wieder gerne mit euch, wunderbar. Und die Mods, fantastisch. Also ich könnte mir das echt nicht besser vorstellen. Also es war 1a-Arbeit von den Mods auch. Klasse. Es hat alles gepasst, es lief alles super, vom Timing her alles. Wunderbar, jederzeit wieder. Community, genial, Leute, 1a, wirklich. Klasse Arbeit, alles. Es lief alles super. Dankeschön, Maja, Dankeschön für fünf verschenkte Abos. Und der Gronauer Saint haut nochmal einen 30er obendrauf. 9.800 Euro, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. So, Waxo, wir waren ja gerade bei dir, waren wir fertig. Dankeschön natürlich, dass du auch wieder mit dabei warst. Und natürlich auch viel Arbeit in die ganze Präsentation. Und jeder Banner ist von Waxo. Ganz, ganz wenig Arbeit, was Grafik anbelangt. Wir arbeiten da Hand in Hand, Trailer natürlich und so weiter. Das ist einfach ein geiles Team, muss man sagen. Auch, was du gerade aufgegriffen hast mit den beiden neuen Kollegen im Team, hat es wirklich gut funktioniert. Da war wirklich alles Taco und ja, wie war es so, immer wieder gerne, ne? So, aber kommen wir hier zu unserem Kollegen, sagt man. Das ist ja, das ist ja so der Typ, ich sag mal so, wir haben zusammen auf der Terrasse gesessen und haben gesagt, weißt du was, komm, lass uns mal was Richtiges machen. Und wir machen mal 48 Stunden und jetzt ist der fünfte Spenden-Stream rum. Hast du überhaupt jemals dran gedacht, dass du, also dass wir in dieser Konstellation, dass du mit diesem Bierlaunengespräch, was wir gemacht haben, einen fünften Spenden-Stream mittlerweile haben mit weit über 40.000 Euro, die wir für einen guten Zweck gesammelt haben und heute schon wieder fast 10.000 Euro. Ich habe damals gedacht, ja komm, wir machen das einmal, 48 Stunden, ja komm. Kann ja gar nicht so schlimm werden, das kann ja eigentlich nur lustig werden. Und das ist das fünfte Mal, ja, das fünfte Mal, das heißt fast 250 Stunden gab es auf den verschiedenen Kanälen für den Spaß, also mit unserem Spaß, mit euch zusammen. Und ich hätte nie geglaubt, dass wir so viel Geld für den guten Zweck zusammensammeln, da wir auch im Gegensatz zu ganz Großen auch etwas kleiner sind oder klein sind. Ja, also es ist gigantisch. Ich würde diese Bierlaune jederzeit wiederholen, aber nur mit euch. Ja, vielen Dank auch Sandmann, Tassen sind alle, also Tassen sind alle weg. Wir haben 10 Stück verlost und wir haben keine mehr. Die 10 Stück sind auf jeden Fall weg. Unfassbar, was ihr da auf die Beine gestellt habt, mega Respekt, Sandmann und CT. Okay, ja, tatsächlich war es beim Grillen. Beim Grillen. Und ich sag mal, derjenige, der mich vielleicht nachts um zwei schon mal in der Party erlebt hat, das war so der Status. Und was machen wir? Ja, komm, wir machen 48 Stunden. Also ganz die Reihenfolge war nämlich, der Sandmann, ja, ich will auch so einen Spendstream machen. Ich so, okay, aber dann machen wir was Vernünftiges. Ja, ja, was denn? Ja, machen wir 48 Stunden, ja, okay. Ja, das war das Gespräch. Das war alles. Und dann war es geboren. Und ja, mittlerweile über 40.000 Euro, die wir gesammelt haben. Und Dankeschön auf jeden Fall an, Moment, ich hab, Entschuldigung, ich hab grad die Seite zu. Dankeschön an Lara Fina, Dankeschön für 10 Euro. Vielen lieben Dank. So, und dann lesen wir natürlich jede einzelne Seite vor. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, wenn ein Alert reinkommt, ihr dürft nicht aktualisieren. Also wir machen jetzt gleichzeitig die Seite auf. Haben 309 Spenden. Ja. Ja, und dann gehen wir einfach jede Seite komplett durch, bis wir 309 Spenden. Und nett wäre, sollte, wieder erwarten, eine Nachricht darunter sein, die nicht Twitch-konform ist. Lest sie bitte nicht vor, ne? Weißt du? Ich meine ja nur. Können wir da nicht die Worte einfach piepsen? Piepsen, wir sind live. Wir sind live. Piepsen geht natürlich auch. Dauert noch mit dem Renn-Ergebnis. Wir machen das später auch, sehr egal, ist gar kein Problem. Ihr seid einfach die Geilsten. Ihr seid einfach die Geilsten. Was für eine Community haben wir? Mega. So, würde ich sagen, fangen wir einfach an, der Bildreihenfolge nach. Ja, quasi. Nee, wir fangen vorne an einfach. Okay. Und dankeschön, Sebotron, für 11 Euro. Dankeschön. Also habt ihr dann jetzt auch oben stehen White Planet eSports? Ja. Gut. Gut, das wollte ich nur wissen. Nee. Nee. Mach mal. Mach mal. Ach so, da. Jetzt, ja, jetzt, ja. Mach mal, Titi. Und jetzt, White Planet eSport mit 200 Euro. 200 Euro von White Planet eSport. Ich habe den Sebotron als letzte Spende noch gesehen. Ich habe es nicht gesehen von White Planet eSport. Die 10 Mille sind voll. Jawohl. Entschuldigung. Vielen lieben Dank. So, ich bin top. So. Sorry. 10.000 Euro. Boah, Wahnsinn. Danke. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Mega, mega geil. Dankeschön. 10.000. Irre. Dabei habe ich noch gar nicht verraten, dass ich noch Geld habe. Centurio, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. LCT, wollen Sie das jetzt machen, bevor wir anfangen? Ja, wir können das machen. Ja, dann machen wir das jetzt direkt. Aber LCT, dann fragen wir mal andersrum. Wie zu dir, wie fandest du dieses Wochenende, diesen Spenden-Stream? Ich fand den wieder richtig geil. Also, was die Community da abgerissen hat, ist einfach richtig, richtig geil. Und macht einfach richtig Laune und macht mich auch, insbesondere, wenn man natürlich berücksichtigt, dass das aus dieser Bierlaune heraus entstanden ist, macht mich das einfach nur riesig stolz. Man muss auch bedenken, liebe Zuschauer, wo wir alle herkommen. Wir kommen nicht alle aus derselben Gegend. Wir sind deutschlandweit verteilt. Und ihr macht das alles zu dem, was es eigentlich ist, dieses Event eigentlich. Von allen Communities. Entschuldige, dass ich da kurz ins Wort greife. Das Event sind die Communities. Ja, das seid ihr. Ihr seid das Event. Wir machen nur eine Show. Dankeschön dafür. Danke. Nö, ich bin immer so. Ihr dürft euch ein bisschen quatschen. So ist es nicht. Ich wollte eben die Spende noch fertig machen. Also entschuldige bitte. Aber ich habe mit allem gerechnet. Ich habe mich mit Karbumetten unterhalten. Ich sage zu ihr, was glaubst du? Sie sagt, wenn wir die 3.000 Euro vermachen, bin ich total glücklich. Dann sagt der eine die 5.000. Und wir so, ja, komm. 5.000. Wir haben die 3.000 verdreifacht, die 5.000 verdoppelt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich bin total geflasht. Ich bin total geflasht. 10.000 Euro. In 48 Stunden. Ihr seid einfach nur die Geilsten. Das ist irre. Und zumindest wissen jetzt die Communities und manche Leute da draußen, dass es eine Anlaufstelle gibt für Jugendliche, die eben gemobbt werden oder Depressionen haben, wenn sie nicht wissen, wenn sie mit den Eltern nicht kommunizieren können. Das ist es ja immer, weil für die Leute, die mit den Eltern nicht kommunizieren können, wo halt eventuell das Verhältnis nicht so toll ist, können sie sich zumindest da hinwenden. Dankeschön erstmal an Lars Verstrubelt hier alle und Jim Knopf und seine Community mit 100 Euro. Hat er nämlich gerade auch noch reingehauen. Und Dankeschön an die GTSL, an die gespendeten Pokale und an den Merch, den ihr bei mir gekauft habt. Und deswegen hauen wir da noch die 500 Euro obendrauf. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall der aufgerundete Betrag, den wir eingenommen haben aufgrund des Merch und der jeweiligen Pokale bei der GTSL. Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön. Der Witzkeil. Das ist mal ordentlich. Das ist mal ordentlich. Wahnsinn. So. Wenn wir jetzt nochmal aktualisieren, können wir loslegen. Ja, letztes Mal aktualisieren. 314. So, und dann gehen wir zur letzten Seite, okay? Ja, sehr gut. Fantastisch. Da müssen wir keine Seitenanzeige. Nö, musst du durchklicken. Sind zu viele. Naja, ist egal. Klicken wir einfach durch, bis wir ganz am Ende sind. Erkennen wir daran, weil bei der ersten Spende steht erster, bei der zweiten zweiter. Und dann steht dritter. Ja, und dann steht dritter, genau. So, also, vielen Dank natürlich. Auch die 500 Euro sind natürlich von euch gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Und damit starten wir mit Corsi. Mit der ersten Seite. Hast du zwei Stück draufstehen, ist das korrekt? Erster. Ja. Zweiter. Ja, sehr gut. Mach direkt weiter. Gönn dir die nächste Seite komplett. Dritter. Dritter. Bin der Dritte. Bin auch dabei. So, dann haben wir 15 Euro vom RSS, also vom Rooster Racing Squad quasi. Das kann was. Warte mal, Max. Wo ist das? Wo hat ihr die Seite? Ich bin hier bei der Seite. 300 Letzte hier. 300 Letzte. Das ist die 300 Vorgang. Also, wo Dritter steht, das ist die aktuelle Seite, Maxo. Unten rechts. Kannst du mal einen Link schicken? Ja. Ich schicke ihm einen Link. Ich schicke ihm einen Link. Ich schicke dir einen Link, Maxo. Ja. Ihr seid echt die Geilsten. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. 10.626 Euro. Maxo, hast du. Dankeschön. Und was macht dir jetzt? So geil. Das ist eine Hausnummer. Also, ich bin einfach happy, wie wir damit helfen können. Wie damit geholfen werden kann. Ja. Die Seite habe ich ja gehabt. Achso, ihr seid nur da mal ganz vorne. Ja, ja, okay. Und ganz ehrlich, wenn wir ganz am Ende, einen Jugendlichen, einen, 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 davon abhalten können, dass er tatsächlich Suizid begeht, nur einen, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Eine Familie, die nicht darunter leiden muss, dass sich das Kind irgendwie umgebracht hat. Ja. Ja. Und, ähm, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und das solltet ihr alle haben. Denn ihr wart alle mit dabei. Mega. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Also, ich mache dann mal weiter. Ist das okay? Ja. Ja. Okay, gut. Mach das. Also, dann haben wir Marcel noch mit 5 Euro. Dann Dritter hat gespendet. Okay, beim ersten Mal kann keine Leute. Ich muss nochmal. Dann mal Aussätziger. Beitrag für Pokal Liga 3, Platz 2. Und, ja, sind mit 50 Euro. Vielen, vielen Dank. So, ich glaube, dann bin ich dran mit der nächsten Seite, wenn wir nach Reihenfolge gehen, oder? Aha. Da haben wir eine anonyme Spende von einem Euro. Simply Blitzer, machen wir doch mal die 100 voll. Vielen, vielen Dank für 10 Euro an der Stelle. Der Flo LP, es gibt wirklich niemals einen Frühstart für einen guten Zweck mit 40 Euro. Der Aussätzige, 15 Euro, Betrag für Pokal Season 4, Liga 3, Platz 2. Der Grunauer Saint mit 10 Euro. Und Rivabolo mit 50 Euro. Liebe ist für alle da. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, da bin ich dran. Das war der EOTA mit 100 Euro. Ein kleiner Beitrag für eine großartige Aktion. Danke dafür. Kurzbeer TV hat 100 Euro gespendet. Let's go. Der Steffen hat 30 Euro gespendet. Treffnix 10 Euro. Moin und danke für alles aus Hamburg. Und von der TEG. Yoshi hat 25,11 gespendet. Und Eifelblitz 50 Euro. Dankeschön für eure Unterstützung. Ist es meine Wenigkeit dran? Äh, ja. Ja. Könntest du? Das ist korrekt. Könntest du nicht. Punkattacke mit 5 Euro. Vielen lieben Dank. Sandmann mit 15 Euro gespendet. Auch da. Dankeschön. Dankeschön. CHC-Kater-Deal. CHC-Kater-Deal. Ich kann wieder lesen. Mit 20 Euro. Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Anonym mit 50 Euro. Vielen lieben Dank. Harre mit 10 Euro. Eine Wette verloren. Erste Wette verloren. Und Jim Knopf mit 15 Euro. Vielen lieben Dank für eure Spenden. So, dann Hase und CT mit dem Hunni. Schönen Dank euch beiden. Ja, gerne. Kekskatze. Dankeschön. Für 15 Euro. Kampfzwerg. Vielen Dank für den Fuffi. Dankeschön. Assistent von Sydney. 25 Euro. Drache mit einem Zehner. Und das KWTV Eifelmann mit 15 Euro. So, nimm das unten drunter mit. Ja, genau. Richtig. Komm. Beim nächsten Mal. Dankeschön. Okay. Ich sag nur, weil das ist von dem Sohnemann vom Drachen. Ach so. Vom Drachen. Vom kleinen Grisou. Das ist von dem kleinen Grisou. Dankeschön, Drache. Dankeschön von dem kleinen Grisou. Dankeschön für den Zehner. So, wenn dann richtig. Ja, genau. Anonymen mit einem Zehner von der Tina. Die besten Wirtin auf der Welt. 40 Euro. Dann haben wir Neckbreaker mit 25 Euro. Der Floh mit 111. Das Bonsai Racing Team mit 840 Euro. Und da gehört mit 123 Euro. 45. Vielen Dank bei Bonsai Racing Team. Danke an alle, die gespendet haben und noch spenden. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön dafür. Dann haben wir den Dirk. SCH 1972 mit 14,44 Euro. Dann der Melvin mit 2 Euro. Mama von Eifelblitz mit 10. Dann haben wir der RA Speedy mit 20. Und Riverbolo mit 25 Euro. Vielen, vielen Dank euch. Dann geht's weiter mit dem Steffen mit 30 Euro. Der CT, keine 24er auf Deep Forest. Das war die Wette vom Streamer-Rennen. 20 Euro. The Wandmann, keine Ahnung, wer das da war. Harrell, da ist der Einsatz. Kabumm, Edna, mit 15 Euro. Wandmann mit 15. Darf ich nicht vergessen den Betrag. Fat Joe, Eric. Hab leider kein Kleingeld mehr. Kann nur den Huni hergeben. 100 Euro. Und der Corsi, 50 Euro. Wette. Ist Wette. Vielen, vielen Dank. Exo, natürlich lesen wir alle vor. Natürlich. Die Wertschätzung, die Zeit nehmen wir uns. Egal, wie lange das dauert. Ich glaube, ich bin jetzt, ne? Ja, sagt man das korrekt. Ja, guten Morgen. Also, dann habe ich die Daniela mit 25 Euro. Den Gronor Saint mit 10 Euro. Die Kuchenmaus. Puder Name, Kuchenmaus. 4,27 Euro euch auch. Mr. James Button. 5,46 Euro. Harre 7,54 Euro. Und Krabumm, Edna, wieder mit 15 Euro. Vielen lieben Dank dafür. Muss ich? Ja, muss ich. Ja? Nee, du darfst. Mit Ehrung. Agri Mo mit 10 Euro. Silent Storm is... Ich glaube, ich habe es jetzt richtig. Ich habe es richtig. Ich kann Namen. 20,63 Euro. Vielen lieben Dank. Nochmal mit 20,10 Euro. Auch wenn man von Silent Storm ist. Dom? Der Fanda 19,04. Mit 10 Euro. Immer gerne. Und Kronor Saint nochmal mit 10 Euro. Und Harre ebenfalls mit 10 Euro. Vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Novo. Für weitere 4 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Und Don Maestro mit 25 Euro. Dankeschön. Dann haben wir die gute Kaboom-Ernahme mit 5,43 Euro. Ich mag es krumm. Ja. Anonym mit 200 Euro. Knopf vom Kopfkissen mit 14,39 Euro. Gronor Saint mit 10 Euro. Dankeschön. Willi mit 5,57 Euro. Und nochmal der Gronor Saint mit 10 Euro. Vielen Dank euch. Und Hallöchen Krabum, Edna. Hallöla. Die Kommentatorin aus dem Spenden-Stream am Freitag. Schön, dass du da bist. Ja. Hast dich da reingeschlichen? Und ja, ein paar Wörter möchte ich von dir auch hören. Wie war die Arbeit im Hintergrund? Also natürlich vor dem Hintergrund war ja alles mit dabei. Wie war Streamerin und wie war es generell im Hintergrund mit der kompletten Moderatorenriege? Also Streamerin hat wieder unheimlich Spaß gemacht. Und ich meine, ich bin froh, dass Mareike oder Hase dabei ist. Sie kann das alles so wunderbar kommentieren. Ich kann die blöden Sprüche zwischen reinhauen. Das finde ich super. Das hat wieder mega Spaß gemacht. Und gerade heute und gestern im Hintergrund, wir haben Tränen gelacht. Es hat so viel Spaß gemacht mit dem aussätzigen Baby-Smile-Masterschiff. Ihr seid alle super Leute. Schön, euch kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, dass wir uns viel öfter treffen. Aber auch an die ganze Community, danke schön, dass ihr uns so toll unterstützt und dass ihr das möglich macht, dass wir sowas spenden können. Danke schön. Danke schön für deine Worte. Hashtag Free Hase. Hase wäre hier, wenn sie hier sein möchte. Das ist gar kein Thema. Und ja, ich würde sagen, wir... Hallo, ich bin hier. Hallo, wo ist Ihre? Du bist da? Hört man mich nicht? Doch, man hört dich. Aber man sieht dich nicht, deswegen bist du ausgeblendet. Achso. Ich habe die Jahre nicht gemacht. Er macht doch mal eine Kamera an. Boah, wie auch nicht. Der Bart beim Wachsen ist auch ganz strubbelig. Guck mal. Papier ist auch, ey. Dauerwillen. Ja, dann gucken wir. Ich habe eigentlich gerade strikt gesagt, ich lasse die Cam aus, aber... Vielleicht können wir dich überreden. Ah? Mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen, mitgefangen. Weil so einen schönen Menschen kann nichts entstellen. Genau. Ja. Na, guck mal, da ist der Hase doch. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Jetzt übertreibet nicht, quasi. So, da ist auf jeden Fall der Hund. Sehr schön. Oh. Ja. Für jeden, der gedacht hat, das wäre ein Dackel, das Logo. Nee, ist es nicht, jetzt ist ein Dobermann. Dackel ist auch geil. Ja, dann würde ich sagen, lesen wir weiter vor. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ja die Reihenfolge jetzt Hase und Krabomitner. Wollt ihr mit vorlesen, oder? Ja, ich habe mir extra schon aufgemacht. Ich nicht. Ich habe einen Hund aufgemacht. Okay, dann, ja. Mach die Kamera bitte wieder anders. Und wir waren gerade, wo waren wir denn gerade? Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Ich hätte das jetzt mit Simple Blitzer offen. Ich hätte es gern rund. Richtig, genau. Richtig. Ja. Ja, dann mach da weiter. Also, okay. Simple Blitzer. Ich hätte es gerne rund. Hashtag, äh, Hashtag. Oh ja, es fängt schon an. Joschi, 29,07 für, äh, Fantulas. Okay. Gronauer Cent, 10 Euro. Dankeschön. Assistent von Sydney, 3,63 Euro. Team Ungerade. Sehr nice. Mona, 100 Euro. Dankeschön. Und Tante Hildegard, Cent, auch nochmal 10 Euro. Danke euch. Sagt man? Ah, ich bin dran. Entschuldigung, ich bin... Exkussion. Exkussion, ähm, äh, liegt an, äh, meinem, ja, wie immer. Mike Foxtrot TV. Nicht ganz, nicht ganz gerade... Ja, du fängst kurz an. Ja, ich fang mal unten rechts an. Nicht ganz gerade, aber rechnen ohne den ersten Kaffee. 50 Euro, vielen lieben Dank. Die Tante Hildegard. Vom Saints. Ich glaub, das ist die Tante vom Saints. Also irgendwas ist da ganz koscher. Die war den ganzen Stream da. Ne, dann haben wir vom, ähm, Corsi Gaming 50 Euro. Raiden ist wichtig und richtig. Hm, ich glaub, das war, äh... Ich weiß, wo die herkam. Ja, ja, ja. Die kam quasi von mir auferlegt. Ja, ja. Dann von der Charly gab's 6,37 Euro. Dann vom ZX 50 Euro. Da ist sie wieder. Sie ist, die hat uns echt die ganze Zeit verfolgt. Tante Hildegard 10 Euro. Danke dafür. Kekskatze. Wir gehen einfach dann so. Okay. So. Äh, Cattledog, Lexi, Team Ungerade mit 1,11 Euro. Vielen lieben Dank, Team Ungerade. Grabrunner mit 15 Euro. Hase, mach den CT fertig. Och, wurde das vorher... Ja. Sehr schön. Äh, Bonsai Racing Team mit 3,89 Euro. Äh, Bonsai, macht mal gerade. Äh, Bonsai, macht mal gerade. Wurde man gemerkt. Äh, Sandmann Lounge Teil 1 mit 100 Euro. Vielen lieben Dank. Äh, Anonym mit 20 Euro. Und, äh, KBTV, äh, NBR Pics, Gogo Hase und Waxo mit 15 Euro. Vielen lieben Dank. Mikrofon, Markus. Ach ja, danke schön. Ich will ja nicht dauerhaft reinschniehen mit meinem Heuschlupfen, ey. Da haben wir den Watt mit 5 Euro. Grande Bird mit 13 Euro. Wasa und Watt zusammen mit einem Zwölfer. Maggie, weil das Programm so unfassbar wichtig ist. Mit 20 Euro. Anonym mit einem Fünfer. Und die gute Kaboom-Änder. Datmus Krumm mit 3,33 Euro. Vielen lieben Dank euch allen. Dankeschön. Vielen lieben Dank an Nico. Dankeschön für den Zehner, der gerade eben noch reingekommen ist. Und wir machen weiter. Mit Anonym mit 1 Euro. 11 mit Wickeldöner mit 25 Euro. Caso Angel mit 13 Euro. Der Wandman wieder mit dabei gewesen. 26,89 Euro. Anonym mit 50 Euro. Und Speed Art Motorsport 25 Euro. Grüß die Community. Von mir auch nochmal Speed Art Motorsport 35 Euro. Great Money und Jürgen 50 Euro. Kami Racing Team. Kleiner Beitrag für einen ganz wichtigen Zweck. Dann haben wir den Prippe mit 50 Euro. Der Nico. Also F1R Nico. Danke für euer Engagement. Danke für alle Organisatoren. Danke, dass es euch gibt. Mit dem Zehner. Und MP mit MP 73, 50 Euro. Vielen, vielen Dank. Weiter geht's mit Blue Sharks Racing Team. 130 Euro von DSR Milo, Ryan O'Connor, Alpin Zins, Dursti, Area Alex, Sonic Gamer und Capoeira. He he he. Komm, Schwiegermanns, da gab's ja nochmal 25 Euro. Dann gab's unfassbare 500 Euro von Project Apex. Vielen, vielen Dank. 10 Euro von KBTV Express. 55 Euro, 55 von Horbiber und Heidi. Wettschulden sind Ehrenschulden mit tatkräftiger Unterstützung. Das ruhmreichen 1. FC Nürnberg. Woher das wohl kam? Und 30 Euro vom NOB Filler. Vielen, vielen Dank. So, dann machen wir mit Blackhawk weiter mit 50 Euro. Bonsai Racing Team, 1,90. Dann machen wir gerade. Reden wir noch drüber. Tom, ähm, JC7, 20 Euro, Dankeschön. Doppel D, 3,55, danke. Moonshine Crew mit 220 Euro. Gerade wenn es uns nicht gut geht, neigen wir dazu, die Leerstellen unseres Lebens zu betrachten. Dabei sind sie nur ein Teil von dem, was unser Leben prägt und beeinflusst. Schau auf die kleinen Dinge, auf die winzigen Besonderheiten und Aspekte in deinem Leben. Denn sie sind nicht nur wichtig, sondern alles andere als selbstverständlich. Dankeschön für die tollen Worte. Und dann fangen wir mit MacMax und WSR Maxi mit 20 Euro. Dankeschön. Dankeschön an Nürnberg. Springpicks für die 5 Euro, die gerade noch reingekommen sind. Vielen, vielen lieben Dank. Marcel, geht's dir gut? Mir geht's super. Alles gut? Ja, mir geht's bestens. Ich bin übrigens, also ich könnte jetzt auch wieder mit einsteigen und, äh, ich bin jetzt von der Seite her kann ich auch mit vorlesen, die Spenden. Ja, gut. Mach das. Gut. Dann sind wir bei Green Terrorist mit 11,11 Euro. Wahnsinn. Racing Team aus Friesland, 25 Euro. NOSCH 62, 20 Euro. WPE Noctua? Noctua, ja. Noctua, danke. 10 Euro. WPE Sascha 73, 30 Euro. Und die XXMolly 89, 50 Euro. Vielen, vielen lieben. Mestizia, danke, dass ihr euch die Mühe macht, hier einen Ort schafft mit Rat und Tat, damit man sich nicht mehr so alleine fühlt mit all der seelischen Qual. Mit 15 Euro. Äh, Birger S, 20 Euro. Laura, 10 Euro. Vielen lieben Dank. Ähm, Sven, einmal rund bitte. Mit 6,89 Euro. Ähm, Cycleholic mit 10 Euro. Und von Hase vom Bullet mit 20 Euro. Vielen lieben Dank. Von Hase vom Bullet ist auch geil. Das habe ich dreimal vorgelegen. Warte, Hase vom Bullet? Ich so, warte. Hase. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Bis der Groschen gefallen ist, ja. Da haben wir Decay, mega Aktion, das Ganze mit 10 Euro. Krabum, Ätna, Ungerade ist schön. 1,66 Euro. Neon, lila, live mit 5 Euro. Kami, Drangai, 47, Hashtag Stronger Together mit 10er. Sven, 15R mit 3,34 Euro. Und Infight Elvis vom Infight Team. Tolle Sache, wir sind dabei mit 10 Euro. Vielen lieben Dank euch. Dankeschön. Vielen lieben Dank auch an Mila Ayuara. Dankeschön für deinen Beitrag. Da, äh, also wenn keine, ne, ist die Zahl jetzt nicht da. Dann haben wir den Heinz mit 20 Euro. Heike, ebenfalls ohne Betrag gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Dann haben wir den Kutscher mit 20 Euro. Landy und Frau, 23 Euro. Und der NRC Flabber mit 25 Euro. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. So, Tim Knopf mit 1,44 Euro. Die Familie Anonym mit 1 Euro. 200 Euro war Crytex Racing Performance. Vielen Dank für die großartige Veranstaltung. Wir sind gerne immer wieder dabei. Dann haben wir den T-Lore, 20 Euro. Treffnix, 18,87 Euro. Danke für das Hammer-Event. Und der G1T7W, also sprich der Küni, 20 Euro. Genau, danke für eure Arbeit. Soll ich dann jetzt dazwischengrätschen? Ja, gerne. Bis dann. Sie sind dran. Okay, dann machen wir weiter mit 23,74 Euro Skywinger Böse. Immer weiter und lauter. 10 Euro von Popniete. Dann haben wir NOB Jimmy mit 20 Euro. KBTV Eifelman 84 mit 2,95 Euro. Nochmal der Skywinger Böse mit 2,37 Euro und Corsi 97 mit 10 Euro. Ergebnis sollte man auch zeigen. Schöne Grüße an Tanja. Ach, da kam das her. Weil er wieder so geizig mit dem Endergebnis war es, ja? Ja. Wir machen weiter mit dem Impro Motorsport. 50 Euro. Dann, sehr schön gesagt, gerade von Corsi, Familie Anonym nochmal 10 Euro. Da kommt schon wieder diese Tante Hildegard vom Saint, auch mit 10 Euro. Das Bonsai Racing Team 1,63 wieder gerade. Scheinbar gehören die echt zu Team Gerade. Ich verstehe es nicht. Ja, ich auch hier. Angespannter Bizeps. Ich bin hier, ja, Team Gerade. Keine Ahnung. Der Corsi mit 10 Euro. Glückwunsch an Sander. Und die Charlie mit 15 Euro. Vielen, vielen Dank für eure Spenden. So, dann 20 Euro von Rena Hai. Krabum Etna mit 3,33 Euro. Ungerade, wup, wup. WSR Ironspeed 10 Euro. Haldoros 25 Euro. Aussätziger 20 Euro. 1,24 Euro. Brauchst du nicht vorlesen, Tanja. Ne, brauchst du nicht. Nein, nein, das will ich nicht hören. 24,8,4,3. Schneller als CT. Yay. Ich mag das angespannte Gizeps im Auto. Sarah, danke schön für 30 Euro und damit mit der Gesamtsumme 10.700 Euro. 710 Euro. Vielen Dank. Mega. Da ist garantiert gerade noch ein Zehner dazugekommen, oder? Aber die lesen wir gleich natürlich mit vor. Wenn wir jetzt einer aktualisiert, dann ist nämlich alles komplett weg. So, Hassan, Mann. Ja, 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 ja. Dann der 380... Was? Nichts, Schatz. Ma, hör auf damit. Wie beim Autoren, weißt du, Schatz, guck mal. Hä, Pff, Mauer. Ja, auf. Ich sag das nur noch mal. War bei mir übrigens auf Brands Hedge auch so mit Hase. Schatz, du machst das ganz toll. Was? Ja, war ich in der Mauer. Der 38060 Motorsport haut 10 Euro raus. Lampe mit Bart. Nachricht. Warte mal, ich hab... Lampe mit Bart. Nachricht aus dem Hasenbau. Danke, dass es so gute Menschen wie euch gibt. Vielen lieben Dank. In den Hasenbau zurück. 10 Euro von Lampe mit Bart. Dann der Mann von der Tante Hildegard. Onkel Eduard hat vom Saint 10 Euro gespendet. Dann das Team gerade kam wieder. 1,67 Euro. Random Type 1,92 Euro. 2 Euro. Hase CT und PP Speed Junkie. Mein Gott, Entschuldigung. 190 Euro. Dankeschön. Und da ist die Antwort, Eifelblitz. Ob ich die schon bezahlt habe? Natürlich. 190 Euro haben wir gespendet gestern Abend. Und da ist natürlich auch die KRE-Spende mit drin. Nur damit du Bescheid weißt. Natürlich. Wettschulden sind Ehrenschulden. Die werden bezahlt. Dann haben wir hier den Stinkray, 72,09. Danke, deinen Monk ärgern. 1,11 Euro. Team Ungerade mit 1,23 Euro. Der CT-Meister mit 4,99 Euro. Das war auch eine Schmache. Das war auch eine Schmache. Ja, das war sehr gut. Das war gefeiert. Wie konnte ich denn gegen Corsi bei Golfit verlieren? Nachdem du mich ja so abgezogen hast, ey. Das war eigentlich eine sichere Sache. Aber ich wollte mich unterbrechen. Entschuldigung. Hashtag. Ja. Hashtag Teamgerade mit 8,89 Euro. Nochmal da drunter. Hashtag Teamgerade. 24,94 Euro vom Ulti-Olivo. Und 2 Euro Heiko-Reality-Obs. Vielen lieben Dank. Da haben wir den guten Corsi mit 4,99. Kommentar. Gronauer Seid mit dem Zehner. Wusefulla. Ich hasse ungerade Zahlen. 20,85. Dankeschön. Sander 19,04. Lass die Spendenkasse klingeln. Mit 10 Euro. Dann Hermann Hansen Akafipsi mit dem Zehner. Einfach mal was Gutes tun. Und Tantil Degard. Seid. Mit dem Zehner. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dann machen wir weiter. Mit der Sandmann-Launch Teil 2. 100 Euro. Dann haben wir Tante Hildegard Saint mit 10 Euro. Die wilde Hilde, man weiß gar nicht, ist vielleicht auch wieder Saint. Wieder 10 Euro mit dabei. Dann haben wir Salzin mit 10 Euro. Onkel Eduard mit 10 Euro. Und Ebul mit 100 Euro. Und gerade eben kommen vom Tommy Gunn die nächsten 50 Euro hier reingeschneid. Vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt ist es wieder gerade. Dann haben wir CT für Team gerade. 3 Euro. Team gerade. Team gerade. Okay. Und Sheila. Also ich weiß nicht, wie die auf die Tastatur kommt, aber 2 oder 9 Euro. Die ist da draufgefallen. Die hat gesagt, CT, gib mir ihr das Passwort für PayPal. Ich muss das wieder gerade machen. Ja, einfach wie du draufgefallen, oder? Ja, ja, draufgefallen. Wie auf die Salatschüssel von Vasa. Von Vasa. Ja. Die Salatschüssel, genau. So. Dann haben wir Katzengrüße mit 3,57 Euro. Team, also das ist dann Team Gnade. Ungerade geht ja mal gar nicht. 3,21 Euro. Dann Sydney stiftet Chaos mit 2,58 Euro. Dann haben wir Edna mit natürlich 2,22 Euro. Team Ungerade. Guck mal, Lothar Matthäus mit 2 Euro. Der Loller. Und Team Ungnade mit 1,23 Euro. Das einzige Problem, ich würde ja glauben, dass das wirklich Lothar Matthäus war, ne? Aber der hat seinen Nachnamen falsch geschrieben, weißt du? Du musst es so sehen, vielleicht ist der Nachname Englisch. Der kann ja better German dann. Das kann natürlich sein. Milan oder Madrid, Hauptsache Italien, ist egal. Ist ja wirklich vom Lothar. Ist nicht vom Lothar. Ja, ist nicht vom Lothar, aber ich habe ihn trotzdem da hingepackt. Wir hatten ja gerade schon den Lothar. Jetzt haben wir hier Roger Federer mit 2 Euro. Freude an Ungnade, 2,79 Euro. Team Ungnade, 11,11 Euro mit hehehe. Ich denke, es ist wieder ungerade geworden. Freund der Geradenzahlen mit 2,19 Euro. Vasa und Watt mit 12,21 Euro. Und der Gronauer Saint mit nochmal 10 Euro. Dankeschön dafür. Moment. Ach da. Der Stille mit 10 Euro. Familie Anonym mit 30 Euro. Neon Lila Live mit 5 Euro. Madame und Zero mit 48,89 Euro. Die dunkle Seite 1,23 Euro. Reptor G mit 94 Euro. Geiles Event, geile Community, geiler Zweck. Einfach mega mit 20 Euro. Und Dankeschön an Paintball für 5,55 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Team Ungnade. Ja. So, schreibe ich direkt mal in mein schwarzes Büchchen. Paintball Team Ungnade. Aber warte, du sagst ja immer angespannter Bizeps. Dann sage ich auch Ungnade. Ungnade. Als es gerade, gerade war, war schade. Da kam das Ungnade, ne? Genau, richtig. Also, der Harre mit 18,77 Euro. Knauzi 72 für den guten Zweck. Eifelblitz 1,11 Euro. Das sieht man nach Team Ungnade aus. Vasa mit 24,03 mit 1,05 Euro. Gerade in der Jacke gefunden. Dann die dunkle Seite wieder 1,72. Dann der Dierks 1972 mit 3,95 Euro. Versuch's mal aufzurunden. Gerade in der Jacke gefunden. Das war meine Geschichte. Die sollen alle... Derjenige, der jetzt gerade seine Sommerkleidung noch hat, soll mal ganz kurz reingucken, damit in der Jacke noch was gefunden werden kann. Hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Es hat funktioniert. Dann haben wir den Knauzi 72 für den guten Zweck mit 10 Euro. Dankeschön. WSR Eifelblitz mit 11,11 Euro. Auch dafür Dankeschön. Exterminator 83, 25 Euro. Habt ihr doch gerade schon, oder? Die hatten wir schon, die Seite. Ja, bei mir hat sich zum Beispiel auch die Seite verschoben. Gerade aktualisiert. Ja, bei mir auch. Gerade aktualisiert. Bei mir auch, okay. Aber wenn jemand doppelt hält, besser. Ja, nicht doppelt. Einfach, wenn sich aktualisiert, lesen wir trotzdem die Seite vor. Aber wir sind ja trotzdem dann mit GT-Icke auf der Seite, bis wir ja gerade... Jopp. Genau. Genau. Einfach, das machen wir einfach. Breit 89 mit 11,11 Euro. Vielen lieben Dank. GT-Icke mit 100 Euro. GTA! Fire F1R Sepotron mit 33 Euro. Dankeschön. Speilkübel mit 50 Euro. Vielen lieben Dank. Team Gerade. Das muss gerade sein. mit 1,06 Euro. Grabomänder. Team Ungerade mit 1,37 Euro. Dankeschön. Da kommt die nächste Spende rein. Von Anonym 11,45 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Boah, aussätziger. Und Anonym mit 11,45 Euro. Dann haben wir Team Gerade mit 4,45 Euro. Ja, jetzt sind wir wieder ungerade. Team Gerade und Team Ungerade. Team Gerade hat gerade voll kackt. Da kann man die andere Spende. Na okay, machen wir weiter. Multa 86 mit 50 Euro. Dann haben wir Anonym 166 Euro. Sightechs Racing Performance. Sponsoring bei Coca-Cola. Europe Pacific Partners. Highway Star 1980 mit 20 Euro. Dann der MSC HSV-Fan. Immer wieder Wahnsinn, was ihr auf die Beine stellt. Jeder von euch verdient eine Umarmung. Haas und Edna eine etwas längere. Mit 18,07 Euro. Sehr gerne. Das Bonsai Racing Team mit 20 Euro. TV und KWTV Eifelmann 84 mit 3,33 Euro. Recht herzlichen Dank euch allen. Gute Nacht. Nelani mit 2,44 Euro. Dann 19,10 Euro. Warum muss ich das eigentlich vorlesen? Das kann doch gar nicht sein. 19,10 Euro. Hamburg ist braun-weiß. Sagt Speedart Motorsport. Warum trifft mich das zweimal? Ja? So. Wollte es ja nur gesagt haben. 50 Euro von Lady Krawalkazukla. Jetzt habe ich es ordentlich aussprechen können. Dann haben wir Flamehaze mit 15 Euro. Dann haben wir Sightechs Racing Performance. Sponsoring bei Coca-Cola. Europe Pacific Partners. Dankeschön. Für 44 Euro. Und ZX mit 25 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Und Masterchef macht es wieder gerade mit 1,55. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Gerade eben reingekommen. Dankeschön. Simple Blitzer mit 1,90 Euro. Dann haben wir 15 Racing mit 222,15 Cent. Vielen, vielen Dank. Herz, Punkt, Herz, Punkt, Herz, Punkt, Herz. In grün. In grün. In grün. Ja. Vielen, vielen Dank. Familie Anonym 20 Euro. Der Tobacco 25 Euro. Holle Drolle 50 Euro. Und der Quari mit 20. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Noctua mit 3,33 Euro. Dankeschön. Noctua hält auf jeden Fall zu Kraboum-Etna. Wo war ich denn jetzt hier? Monk mit 7,17 Euro. Dann haben wir 20 Euro von Angelphoto. Vielen lieben Dank. Feelgood Racing mit 180 Euro. Vielen Dank für die Organisation und alle Teilnehmer. Wir freuen uns dabei sein zu dürfen. Auf geht's, Jungs. Dann haben wir Maestro mit 20,10 Euro. Dann haben wir 100 Euro Diesel Ross Fendt. Und Bonsai Racing Team mit 1,11 Euro. Dass der Monk 7,17 Euro spendet, das passt doch seit mir, wenn der Monk eigentlich gehandelt hat. Er hat es gerade gemacht. Wenn er es gerade gemacht hat, dann ist ja alles wieder in Ordnung. So, ich glaube, dann war ich dran, oder? Er ist gerückt. Ähm, ja. Cringe. Cringe. Ah ja, das könnte passen. Ja, Cringe passt. Mit 11,11 Euro. 1,28 muss sein. Hat 1,28 gespendet. Tobi Kenobi, 20 Euro. Und Respekt und großen Dank an CT und die gesamte Orga-Crew. Supersache. Tenny Paria, 10 Euro. Shut up and take my money. Ich glaube, da kam gerade von 15 Racing nochmal 3,67 Euro rein. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Dankeschön. Dann haben wir 110 Euro Coyotes Racing Club. Für den guten Zweck. Sammeln wir doch gerne auch mit. Und Wasser Team Bonsai. 6,66 Euro. Vielen, vielen Dank. So, dann haben wir den LP Mazda mit 21 Euro. The Racing Viking 15 Euro. 50 Euro von Mr. G-Star für den guten Zweck. Geibinger Böse hat 23,48 Euro gespendet. Mit hui. Mr. G-Star nochmal mit 50 Euro. Und Merlins Doktor leider wieder kein CT-Meisterwimpel. Aber trotzdem eine gute Sache mit 50 Euro. Dankeschön. Ja, dann ist wirklich der Sprachfehler. Als erstes fängst du an mit Anonym heißt das. Bubble. Warte, warte, Entschuldigung. Ganz ehrlich, erinnere ich mich komischerweise daran, dass der Chris war. Anonym 39,36. Dann Anonym 1,11 Euro. Wahrscheinlich ging es da wieder um ungerade. Dann MSC Novo 10 Euro. Scout die 68, 20 Euro. MSC Exo 1,11 Euro. Und der Markt 99 minus 0 für Madmechanics. So, jetzt habe ich jetzt 20 Euro. Vielen lieben Dank. Maxi King mit 35 Euro. In Fight Elvis mit 10 Euro. Lexi Sidney mit 25 Euro. Mike 6104 Madmechanics mit 10 Euro. MSC Brain Pain 71. Ein kleiner Betrag für eine große Sache mit 10,10 Euro. Und Raising Point Force Technology mit 160 Euro. Vielen lieben Dank. Vielen Dank an Anonymer Scouti für 10 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Maxo. Maxo. Du musst nochmal von vorne anfangen. Das Bonsar Racing Team mit 67, 68. Dankeschön. Danke an allen Teammitgliedern von Bonsar Racing. Ihr seid der Hammer. Euer Lackierer. ZX mit 100 Euro. MSC Novo mit 7,66 Euro. Dann haben wir die gute Kaboom-Ender mit Team Ungerade 12,34 Euro. Primbe 89 mit dem 10er. Und der gute Stimpknopf 12,08 Euro. Team Ungerade 11,16 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und Dankeschön an Fire Guru für 11 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. So, machen wir weiter mit Danke für von GTRP Red mit 25 Euro. Danke für das tolle Event. Liebe geht raus von Freak mit 50 Euro. Babysmile mit 200 Euro. Tolles Event. Danke an alle Mitwirkenden und Spender. Lieben Gruß. Dann haben wir den Harry mit 30 Euro. Deepton mit 5 Euro. Und Gronauer Saint mit 20 Euro. Dbd-Schulden vom Sandmann-Stream letztens. Und da wissen wir ja schon, wo es herkommt. Also, vielen, vielen Dank für eure Spenden. WSR Eifelblitz Mein Podium auf Roadrunner ist mir einen 10er wert. Dann haben wir den Flo nochmal mit 50 Euro. Dann Racing Team aus Fiesland mit 20 Euro. Simpli Blitzer und Seiya 19,84 Euro weil es so ein geiles Event war. Danke an euch. Und dann haben wir noch 22,22 Euro der Paintball und Papa Joe 05 05 16,78 auf die 10.000. Also, auf die 10.000. Vielen, vielen Dank. Sehr nice. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt bin ich dran, ne? Hm. Dann haben wir Master Chief mit 80 Euro. BRT Racing, danke für das tolle Event und die super Rennen. an alle Streamer super Streams, danke euch. Lara Fina mit 10 Euro. Dann haben wir White Planet eSports. Ich sag einfach, der Sprechfehler liegt am Haushalt. White Planet eSports sind 200 Euro. Was soll das? Können die mal Unterstützung haben, bitte? Ne, ich hab vorher was auf den Stuhl geschoben hast recht. Du hast so recht. Ich sitze jetzt in einem anderen Zimmer, es ist der Haushalt. Nein, das muss das so sehen, es ist nicht der Haushalt, es ist die Übertragung. Nur weil ich anwesend bin, oder was? Ja. Dann haben wir Gronauer mit 30 Euro, weil ihr so unfassbar geil seid und dieses Thema einfach so mega wichtig ist. Danke euch. Dann haben wir nochmal den Sebatron mit 11 Euro. Jim Knopf und seine Community mit 100 Euro. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Und Dankeschön an Hammersbold für 8,15 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich wohne gerade. So. Dann kommt die CT-Meister-Community mit 500 Euro. Don Maestro 79 mit 25 Euro. Schön war es mal wieder. Dankeschön. Dann 5 Euro von KBTV Nürburgringpix. Vielen Dank wieder fürs tolle Event. Freue mich aufs nächste. MSC Novo mit 4 Euro. F1 Nico 10 Euro. War wieder ein super tolles Event und wir freuen uns auf das nächste. Und BR Sarah mit 30 Euro. So die 500 Euro. Geil. Danke dafür. Ultra geil. So. Wachst du super. Wachst du das Bad 10 Euro. Dein Bad hat gespendet? Ich habe einfach nur das Handy ins Bad gelegt hier. Und bab bab bab. Ja. Okay. Wie Sheila ist drauf gefallen. Wie bei Sheila. Kann passieren. Auch die Hunde von der Rindfee haben wir auch die ganze Zeit. Die haben wir auch gespendet die ganze Zeit. Das nächste Event ist in Planung Röni und tatsächlich haben wir uns gedacht, dass es wir lesen erst mal zu Ende vor. Ende des Jahres mal warten. So. Sind Sie soweit, Herr CT? Ich wollte hier nur ein bisschen sprechen. Oh ja, ist okay. Okay, KBT Paintball mit 5,55 Euro. Team ungerade. Team gerade. Das muss gerade. 4,45 Euro. Dankeschön. Tummygun, ihr seid die Besten mit 50 Euro. Gerade 11,45 Euro von Anonym. Mastercheef, das geht so nicht. 1,55. So, dann haben wir verkehrte Seite. So, da. Und zwar, ja, das ist WP Noctua 3,33 Euro. Sorry, ich mag es ungerade. Sympathisch. Anonymer Scoutie 10 Euro. Dann RPFT für Feier Guru. Feier Guru, ja, Feier Guru, eigentlich logisch, aber gut. Feier Guru, 11 Euro, beste Community. Dann 15 Air, 367, AWM, Ice Walker, MG, 10 Euro. Hammer, Hammerswald. Hammerswald. Hammerswald, ja, 8,15 Euro vom Hammerswald. Dankeschön für eure Unterstützung. Und Ice Walker ist gerade untergegangen, weil es gleichzeitig war. Das war die Spende von 10 Euro. Dankeschön. Hammerswald heißt Hammerswald, weil Leberwurschbrot war belegt. Leberwurschbrot, Leberwurschbrot, lecker. Ja, das waren tatsächlich alle 331 Spenden und ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Ihr seid einfach die Besten. vielen, vielen Dank für 10.829 15 und Dankeschön auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank und ja, mega. Also, da fehlen mir richtig die Worte zu sagen, mehr als Danke zu sagen, brauchen wir glaube ich nicht. Ja, danke, 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 Herzwelle, der Herzwelle. Herzwelle, warte. Und gut, jetzt noch mal mit 3,80 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Danke schön. Wir warten natürlich noch auf die Verlosung von Motte und da gibt es auf jeden Fall noch für die Verlosung was oben drauf und dann machen wir den Betrag gerade und dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Also, Dankeschön für 10.832,95 hört sich so ungefähr an, wie wenn ein Auto kaufst und dann bloß die 5 Cent nicht dabei sind. Also, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart und vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid einfach die Geilten. Dankeschön. Über, weit über 40.000 Euro. Wir sind bei 43.800 Euro. Insgesamt, die wir innerhalb der 4, 5, 5 Spenden Streams. Ich bin auch für die hier. Stille der Biergalt, Eistonne auch. So, und jetzt machen wir Feierabend, 10.835. Tschüss. So, jetzt ist es gerade. Vielen lieben Dank, Sven von 15 Racing. Für die 2,05 Euro. 10.835. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. und ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall noch einen Raid fertig und überraschen auf jeden Fall noch irgendeinen Streamer und da werfen wir auf jeden Fall mal einen Blick. Wer morgen Abend keine Langeweile hat, kann den CT sehen, die KWE geht weiter, er hat nicht trainiert. Das ist doch mal einen Blick wert dann, wa? Ja doch. Das ist relativ, das ist relativ einfach. Ich erwähne folgendes. Wir fahren Deep Forest, allerdings mit Gruppe 4. Also, morgen auf jeden Fall einschalten, dann geht's morgen Abend los, kurz vor 21 Uhr und ich sag noch mal Dankeschön für 10.835 und schick mir mal einen Link. Ja, was schicke ich dir? Das ist der Rheinsalz, das ist ein Zuschauer von mir, der ist absolut klasse. Der wird wahrscheinlich gleich umfallen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Guck mal. wir haben die 11.000 Euro von Uli. Uli von Speed Speed Art Motorsport. Dankeschön. Uli, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. 11.000 Euro. Vielen, vielen lieben Dank für 165 Euro. Dankeschön. Ihr seid einfach die geilsten. Dankeschön für 11.000 Euro. Vielen, vielen lieben Dank und die Jungs und Mädels können es auf jeden Fall gebrauchen. Vielen lieben Dank. So ist der Link da, Herr? Ja, ich fange gerade fast an zu heulen. Ja, Dankeschön. Ich habe den Link geschickt. Ich habe hier eine Box. Nee, ist alles gut. Puh. Okay. Der ist gerade mit einem Zuschauer unterwegs. Willst du ihm das wirklich? Ja. Jawohl. Pass auf. Stopp. Jawohl. Rheinsalz ist immer da und kommt immer rein und macht immer jeden Quatsch mit und ich würde sagen, der hat es verdient auch mal nicht nur einen kleinen Ritz, auch mal was Großes zu kriegen. Mach mal. Ja, fände ich super. Herrlich. Ja, dann kommt auf jeden Fall mit. Wir gehen zum Rheinsalz. Ein Zuschauer beim Sandmann und ja, machen wir auf jeden Fall den Raid fertig und Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Alle mitkommen auf jeden Fall. Kommt, wir gehen rüber und euch natürlich einen wunderschönen Abend. Tschüss. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Ciao. Schönen Start. Ciao, ciao. Tschüss. Dankeschön auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank und jetzt überfallen wir den Rheinsalz. Dankeschön an alle 11.000 Euro. Dankeschön, ihr seid die Besten. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön.